don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller widmung in der rheinischen thalia vorrede in der rheinischen thalia fußnote in der thalia dies ist eine sind licenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei widmung in der rheinischen thalia dem durchlauchtigsten fürsten und herrn herrn karl august herzog zu sachsen etc etc regierenden herzog zu weimar und eisenach untertänigst gewidmet von dem herausgeber durchlauchtigster herzog gnädigster herr unvergeßlich bleibt mir der abend wo eure herzogliche durchlaucht sich gnädigst herabließen dem unvollkommenen versuch meiner dramatischen muse diesem ersten akt des dom carlos einige unschätzbare augenblicke zu schenken teilnehmer der gefühle zu werden in die ich mich wagte richter eines gemäldes zu sein das ich von ihresgleichen zu entwarfen mir erlaubte damals gnädigster herr stand es noch allzutief unter der vollkommenheit die es haben sollte vor einem fürstlichen kenner aufgestellt zu werden ein wink ihres gnädigsten beifalls einige blicke ihres geistes ihrer empfindung die ich verstanden zu haben mir schmeichelte haben mich angefeuert es der vollendung näher zu bringen sollten sie durchlauchtigster herzog den beifall den sie ihm damals schenkten auch jetzt nicht zurücknehmen so habe ich mut genug für die ewigkeit zu arbeiten wie teuer ist mir zugleich der jetzige augenblick wo ich es laut und öffentlich sagen darf daß karl august der edelste von deutschlands fürsten und der gefühle freund der musen jetzt auch der meinige sein will daß er mir erlaubt hat ihm anzugehören daß ich denjenigen den ich lange schon als den edelsten menschen schätzte als meinen fürsten jetzt auch lieben darf ich ersterbe mit unbegrenzter verehrung eurer hochfürstlichen durchlaucht mannheim den vierzehnten des lenzmonats vorrede in der rheinischen thalia die ursache warum das publikum die tragödie dom carlos in bruchstücken vorausempfängt ist keine andere als der wunsch des verfassers wahrheit darüber zu hören eh er sie wirklich vollendet bei dem anhaltenden starren hinsehen auf die nämliche fläche kann es nicht anders kommen als daß die augen auch des schärfsten beobachters anfangen trübe zu werden und die objekte verwirrt durcheinander zu schwimmen wenn der dichter nicht gefahr laufen will sich in seinen eigenen irrgängen zu verwickeln und über der ängstlichen farbenmischung des details die perspektive des ganzen zu verlieren so ist es nötig daß er zuweilen aus seinen illusionen heraustrete daß seine fantasie von ihrem gegenstand erkalte und fremde empfindung seine eigne zurecht weise mit den lieblingswerken unsers geistes ergeht es uns beinahe wie mit unsern mädchen endlich werden wir blind für ihre flecken und stumpf durch genuß dort wie hier sind kurze entfernungen kleine spannungen oft heilsam die erlöschende glut des affekts wieder anzublasen die flamme der begeisterung ist keine ewige flamme oft ist es nötig daß sie von außen her borge und sich durch sympathetische reibung erneuere wie schätzbar sind einem dichter hier geschmackvolle fühlende freunde die über seine schöpfungen wachen und das neugeborene kind seines genius mit liebevoller sorgsamkeit warten und pflegen dieser dienst ist es den ich bei vorlegung dieser fragmente von dem publikum mir erbitten wollte jeder leser und jede leserin welche wohlwollen genug für den herausgeber in ihrem busen fühlen um für die klassische vollkommenheit seines werks bekümmert zu sein euch aber insbesondere schriftsteller meines vaterlands deren namen der ruhm bereits schon unter den sternen aufstellte die ihr jetzt keine schönere beschäftigung mehr übrig findet als eurem schüler und freund noch die hand zu reichen und ihn zu eurer gemeinschaft empor zu ziehen euch alle fordere ich auf diesen versuch eurer aufmerksamkeit wert zu achten und mir den ausspruch eures gefühls mit der strengsten offenherzigkeit mitzuteilen ich erschrecke vor eurem tadel nicht das urteil der welt über diese fragmente es falle aus wie es wolle wird mich nie in verlegenheit setzen denn es ist meine letzte instanz nicht ich nehme es für nichts anders als den belehrenden wink meines kritischen freundes den ich zur reinigung meiner arbeit benutzen kann aber die nachwelt ist meine richterin was ich bei meinen zeitgenossen verderbe steht noch immer in meiner macht wieder gut zu machen die fehler des jünglings rechnet man ja dem mann nicht mehr an aber die nachwelt verdammt ohne beklagten ohne sachwalter ohne zeugen das werk lebt und sein schöpfer ist nicht mehr die frist zur verantwortung ist vorbei was einmal verloren ist lässt sich nicht mehr hereinbringen von diesem gerichtshof lässt sich an keinen dritten mehr appellieren wie willkommen soll mir also die zurechtweisung sein welche mir über die gebrechen meiner dichtung die augen öffnet und mir vielleicht dazu dienen kann sie desto fleckenfreier der strengeren zukunft zu übergeben findet der kenner schon diese erste anlage krank vermisst er hier schon die gesundheit die lebendige kraft die ihr dauer versicherte so wandre die ganze skizze zum feuer die geschichte des unglücklichen dom carlos und seiner stiefmutter der königin ist von den interessantesten die ich kenne aber ich zweifle sehr ob sie so rührend als erschütternd ist rührung glaube ich ist hier ganz nur verdienst des dichters der unter den vielerlei arten der behandlung gerade diejenige zu wählen weiß welche die widrige härte des stoffs zu weicher delikatesse herabstimmt und mildert eine leidenschaft wie die liebe des prinzen deren leiseste äußerung verbrechen ist die mit einem unwiderruflichen religionsgesetz streitet und sich ohne aufhören an der grenzmauer der natur zerschlägt kann mich schaudern aber schwerlich weinen machen eine fürstin wiederum deren herz deren ganze weibliche glückseligkeit einer traurigen staatsmaxime hingeschlachtet worden die durch die leidenschaft des sohns und des vaters gleich unmenschlich gemißhandelt wird kann mir wohl murren gegen vorsicht und schicksal zähne knirschen gegen weltliche konventionen abnötigen aber wird sie mir auch wohl tränen ablocken wenn dieses trauerspiel schmelzen soll so muss es wie mich deucht durch die situation und den charakter könig philipps geschehen auf der wendung die man diesem gibt ruht vielleicht das ganze gewicht der tragödie mein plan ist auf gleiche art vereitelt wenn ich bei philipps darstellung den französischen skribenten folge als wenn ich bei carlos schilderung den ferreras zum grunde legte man erwartet ich weiß nicht welches ungeheuer sobald von philipps dem zweiten die rede ist mein stück fällt zusammen sobald man ein solches darin findet und doch hoffe ich der geschichte das heißt der kette von begebenheiten getreu zu bleiben es mag zwar ein gotisches ansehen haben wenn sich in den gemälden philipps und seines sohns zwei höchst verschiedene jahrhunderte anstoßen aber mir lag daran den menschen zu rechtfertigen und konnt ich das wohl anders und besser als durch den herrschenden genius seiner zeiten der ganze gang der intrige wird wie ich mir einbilde schon in diesem ersten aufzug verraten sein wenigstens war das meine absicht und ich halte es für das erste requisit der tragödie beide hauptcharaktere laufen hier schon mit derjenigen kraft und nach derjenigen richtung aus welche den leser erraten läßt wo und wann und wie heftig sie in der folge wieder einander schlagen ein vollkommenes drama soll wie uns wieland sagt in versen geschrieben sein oder es ist kein vollkommenes und kann für die ehre der nation gegen das ausland nicht konkurrieren nicht als ob ich auf das letztere anspruch machte sondern weil ich die wahrheit jenes ausspruchs überzeugend erkannte habe ich diesen kalos in jamben entworfen aber in reimfreien jamben denn ich unterschreibe wielands zweite forderung daß der reim zum wesen des guten dramas gehöre so wenig daß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen luxus des französischen trauerspiels für einen trostlosen behelf jener sprache für einen armseligen stellvertreter des wahren wohlklangs erkläre in der epope versteht sich's und in der tragödie sobald uns die franzosen ein meisterstück dieser gattung in reimfreien versen zeigen so geben wir ihnen ein ähnliches in gereimten der leser wird sich selbst und dem dichter nützen wenn er vor lesung dieser fragmente die geschichte des dom carlos prinzen von spanien vom abb san real welche kürzlich zu eisenach in der übersetzung erschienen ist nur flüchtig durchblättern will ich unterbreche zuweilen den dialog durch erzählung weil es geschehen kann daß das ganze stück nach und nach in solchen fragmenten erscheint und ich ohne diese vorsicht also leicht der indiskretion und gewinnsucht eines buchhändlers oder schauspieldirektors anheim fallen könnte die meinen carlos zusammendruckten oder vor der zeit auf ihr theaterschaffot schleppten fußnote in der thalia es wird kaum mehr nötig sein zu bemerken daß der dom carlos kein theaterstück werden kann der verfasser hat sich die freiheit genommen jene grenze zu überschreiten und wird also nach jenem maßstab auch nicht beurteilt werden die dramatische einkleidung ist von einem weit allgemeinerem umfang als die theatralische dichtkunst und man würde der poesie eine große provinz entziehen wenn man den handelnden dialog auf die gesetze der schaubühne einschränken wollte die regeln der gattung entstunden aus ihren ersten mustern derjenige welcher sich der dramatischen form zuerst bediente verband sie mit theatralischer strenge aber was macht diesen ersten gebrauch zum gesetz für die dichtkunst dem dichter kömmt es darauf an die höchste wirkung die er sich denken kann zu erreichen liegt diese innerhalb der gattung so ist relative und absolute vollkommenheit eins aber wäre eine von diesen der andern aufzuopfern so möchte die gattung wahrscheinlich das kleinere opfer sein dom carlos ist ein familiengemälde aus einem königlichen hause fußnote in der talia don carlos in pfand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller personen erster akt erster und zweiter auftritt personen philipp der zweite könig von spanien elisabeth von valois seine gemahlin don carlos der kronprinz alexander farnese prinz von parma neffe des königs infantin clara eugenia ein kind von drei jahren herzogin von olivares oberhofmeisterin marquisin von mondica prinzessin von eboli gräfin fuentes damen der königin marquis von posa ein malteser ritter herzog von alba graf von lerma oberster der leibwache herzog von feria ritter des fließes herzog von medina sidonia admiral don raimond von taxis oberpostmeister granden von spanien domingo beichtvater des königs der großinquisitor des königreichs der prior eines kartäuserklosters ein page der königin don ludwig mercado leibarzt der königin mehrere damen und granden pagen offiziere die leibwache und verschiedene stumme personen erster akt der königliche garten in aranjuez erster auftritt carlos domingo die schönen tage in aranjuez sind nun zu ende eure königliche hoheit verlassen es nicht heiterer wir sind vergebens hier gewesen brechen sie dies rätselhafte schweigen öffnen sie ihr herz dem vaterherzen prinz zu teuer kann der monarch die ruhe seines sohns des einzigen sohns zu teuer nie erkaufen carlos sieht zur erde und schweigt wer noch ein wunsch zurücke den der himmel dem liebsten seiner söhne weigerte ich stand dabei als in toledos mauern der stolze karl die huldigung empfing als fürsten sich zu seinem handkuß drängten und jetzt in einem einem niederfall sechs königreiche ihm zu füßen lagen ich stand und sah das junge stolze blut in seine wangen steigen seinen busen von fürstlichen entschlüssen wallen sah sein trunkenes aug durch die versammlung fliegen in wonne brechen prinz und dieses auge gestand ich bin gesättigt carlos wendet sich weg dieser stille und feierliche kummer prinz den wir acht monde schon in ihren blicken lesen das rätsel dieses ganzen hofs die angst des königreichs hat seiner majestät schon manche sorgenvolle nacht gekostet schon manche träne ihrer mutter carlos dreht sich rasch um mutter o himmel gib daß ich es dem vergesse der sie zu meiner mutter machte domingo prinz carlos besinnt sich und fährt mit der hand über die stirne hochwürdger herr ich habe sehr viel unglück mit meinen müttern meine erste handlung als ich das licht der welt erblickte war ein muttermord domingo ist's möglich gnäd'ger prinz kann dieser vorwurf ihr gewissen drücken carlos und meine neue mutter hat sie mir nicht meines vaters liebe schon gekostet mein vater hat mich kaum geliebt mein ganzes verdienst war noch sein einziger zu sein sie gab ihm eine tochter o wer weiß was in der zeit in hintergrunde schlummert domingo sie spotten meiner prinz ganz spanien vergöttert seine königin sie sollten nur mit des hasses augen sie betrachten bei ihrem anblick nur die klugheit hören wie prinz die schönste frau auf dieser welt und königin und ehmals ihre braut unmöglich prinz unglaublich nimmermehr wo alles liebt kann karl allein nicht hassen so seltsam widerspricht sich carlos nicht verwahren sie sich prinz daß sie es nie wie sehr sie ihrem sohn mißfällt erfahre die nachricht würde schmerzen carlos glauben sie domingo wenn eure hoheit sich des letzteren turniers zu saragossa noch entsinnen wo unsern herrn ein lanzensplitter streifte die königin mit ihren damen saß auf des palastes mittlerer tribüne und sah dem kampfe zu auf einmal rief's der könig blutet man rennt durcheinander ein dumpfes murmeln dringt bis zu dem ohr der königin der prinz ruft sie und will und will sich von dem obersten geländer herunterwerfen nein der könig selbst gibt man zur antwort so lasst ärzte holen erwidert sie indem sie atem schöpfte nach einigem stillschweigen sie stehen in gedanken carlos ich bewundre des königs lustgen beichtiger der so bewandert ist in witzigen geschichten ernsthaft und finster doch hab ich immer sagen hören daß gebärdenspäher und geschichtenträger des übels mehr auf dieser welt getan als gift und dolch in mörders hand nicht konnten die mühe herr war zu ersparen wenn sie dank erwarten gehen sie zum könig domingo sie tun sehr wohl mein prinz sich vorzusehn mit menschen nur mit unterscheidung stoßen sie mit dem heuchler nicht den freund zurück ich mein es gut mit ihnen carlos lassen sie das meinen vater ja nicht merken sonst sind sie um ihren purpur domingo stutzt wie carlos nun ja versprach er ihnen nicht den ersten purpur den spanien vergeben würde domingo prinz sie spotten meiner carlos das verhüte gott daß ich des fürchterlichen mannes spotte der meinen vater selig sprechen und verdammen kann domingo ich will mich nicht vermessen prinz in das ehrwürdige geheimnis ihres kummers einzudringen nur bitt ich eure hoheit eingedenk zu sein daß dem beängstigten gewissen die kirche eine zuflucht aufgetan wozu monarchen keinen schlüssel haben wo selber missetaten unterm siegel des sakramentes aufgehoben liegen sie wissen was ich meine prinz ich habe genug gesagt carlos nein das sei fern von mir daß ich den siegelführer so versuchte domingo prinz dieses mißtraun sie verkennen ihren getreusten diener carlos faßt ihn bei der hand also geben sie mich lieber auf sie sind ein heilger mann das weiß die welt doch frei heraus für mich sind sie bereits zu überhäuft ihr weg hochwürdiger vater ist der weiteste bis sie auf peters stuhle niedersitzen viel wissen möchte sie beschweren melden sie das dem könig der sie hergesandt domingo mich hergesandt carlos so sagt ich o zu gut zu gut weiß ich daß ich an diesem hof verraten bin ich weiß daß hundert augen gedungen sind mich zu bewachen weiß daß könig philipp seinen einzgen sohn an seiner knechte schlechtesten verkaufte und jede von mir aufgefangene silbe dem hinterbringer fürstlicher bezahlt als er noch keine gute tat bezahlte ich weiß o still nichts mehr davon mein herz will überströmen und ich habe schon zu viel gesagt domingo der könig ist gesonnen vor abend in madrid noch einzutreffen bereits versammelt sich der hof hab ich die gnade prinz carlos schon gut ich werde folgen domingo geht ab nach einem stillschweigen beweinenswerter philipp wie dein sohn beweinenswert schon seh ich deine seele vom gift'gen schlangenbiß des argwohns bluten dein unglückselger vorwitz übereilt die fürchterlichste der entdeckungen und rasen wirst du wenn du sie gemacht zweiter auftritt carlos marquis von posa carlos wer kommt was seh ich o ihr guten geister mein roderich mein carlos carlos ist es möglich ist's wahr ist's wirklich bist du's o du bist's ich drück an meine seele dich ich fühle die deinige allmächtig an mir schlagen o jetzt ist alles wieder gut in dieser umarmung heilt mein krankes herz ich liege am halse meines roderich marquis ihr krankes ihr krankes herz und was ist wieder gut was ist's das wieder gut zu werden brauchte sie hören was mich stutzen macht carlos und was bringt dich so unverhofft aus brüssel wieder wem dank ich diese überraschung wem ich frage noch verzeih dem freudetrunknen erhabne vorsicht diese lästerung wem sonst als dir allgütigste du wusstest dass carlos ohne engel war du sandtest mir diesen und ich frage noch marquis vergebung mein theurer prinz wenn ich dies stürmische entzücken mit bestürzung nur erwidre so war es nicht wie ich don philipps sohn erwartete ein unnatürlich rot entzündet sich auf ihren blassen wangen und ihre lippen zittern fieberhaft was muß ich glauben teurer prinz das ist der löwenkühne jüngling nicht zu dem ein unterdrücktes heldenvolk mich sendet denn jetzt steh ich als roderich nicht hier nicht als des knaben carlos spielgeselle ein abgeordneter der ganzen menschheit umarm ich sie es sind die flandrischen provinzen die an ihrem halse weinen und feierlich um rettung sie bestürmen getan ist's um ihr treues land wenn alba des fanatismus rauer henkersknecht vor brüssel rückt mit spanischen gesetzen auf kaiser karls glorwürdgem enkel ruht die letzte hoffnung dieser edeln lande sie stürzt dahin wenn sein erhabnes herz vergessen hat für menschlichkeit zu schlagen carlos sie stürzt dahin marquis weh mir was muß ich hören carlos du sprichst von zeiten die vergangen sind auch mir hat einst von einem karl geträumt dem's feurig durch die wangen lief wenn man von freiheit sprach doch der ist lang begraben den du hier siehst das ist der karl nicht mehr der in alkala von dir abschied nahm der sich vermaß in süßer trunkenheit der schöpfer eines neuen goldnen alters in spanien zu werden o der einfall war kindisch aber göttlich schön vorbei sind diese träume marquis träume prinz so wären es träume nur gewesen carlos laß mich weinen an deinem herzen heiße tränen weinen du einzger freund ich habe niemand niemand auf dieser großen weiten erde niemand so weit das zepter meines vaters reicht so weit die schiffahrt unsre flaggen sendet ist keine stelle keine keine wo ich meiner tränen mich entlasten darf als diese o bei allem roderich was du und ich dereinst vom himmel hoffen verjage mich von dieser stelle nicht marquis neigt sich über ihn in sprachloser rührung carlos berede dich ich wär ein waisenkind das du am thron mitleidig aufgelesen ich weiß ja nicht was vater heißt ich bin ein königssohn o wenn es eintrifft was mein herz mir sagt wenn du aus millionen herausgefunden bist mich zu verstehn wenn's wahr ist dass die schaffende natur den roderich im carlos wiederholte und unserer seelen zartes seitenspiel am morgen unseres lebens gleich bezog wenn eine träne die mir lindrung gibt dir teurer ist als meines vaters gnade marquis o teurer als die ganze welt carlos so tief bin ich gefallen bin so arm geworden dass ich an unsre frühen kinderjahre dich mahnen muß daß ich dich bitten muß die langvergeßnen schulden abzutragen die du noch im matrosenkleide machtest als du und ich zween knaben wilder art so brüderlich zusammen aufgewachsen kein schmerz mich drückte als von deinem geiste so sehr verdunkelt mich zu sehn ich endlich mich kühn entschloss dich grenzenlos zu lieben weil mich der mut verließ dir gleich zu sein da fing ich an mit tausend zärtlichkeiten und treuer bruderliebe dich zu quälen du stolzes herz gabst sie mir kalt zurück oft stand ich da und doch das sahst du nie und heiße schwere thränentropfen hingen in meinem aug wenn du mich überhüpfend geringre kinder in die arme drücktest warum nur diese rief ich trauernd aus bin ich dir nicht auch herzlich gut du aber du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder das sagtest du gebührt dem königssohn o stille prinz von diesen kindischen geschichten die mich jetzt noch schamrot machen carlos ich hatt es nicht um dich verdient verschmähen zerreißen konntest du mein herz doch nie von dir entfernen dreimal wiesest du den fürsten von dir dreimal kam er wieder als bittender um liebe dich zu flehn und dir gewaltsam liebe aufzudringen ein zufall tat was carlos nie gekonnt einmal geschahs bei unsern spielen daß der königin von böhmen meiner tante dein federball ins auge flog sie glaubte daß es mit vorbedacht geschehn und klagt es dem könige mit tränendem gesicht die ganze jugend des palastes muss erscheinen ihm den schuldigen zu nennen der könig schwört die hinterlist getart und wär es auch an seinem eigenen kinde aufs schrecklichste zu ahnden damals sah ich dich zitternd in der ferne stehn und jetzt jetzt trat ich vor und warf mich zu den füßen des königs ich ich tat es rief ich aus an deinem sohn erfülle deine rache marquis ach woran mahnen sie mich prinz carlos sie ward's im angesicht des ganzen hofgesindes das mitleidsvoll im kreise stand ward sie auf sklavenart an deinem karl vollzogen ich sah auf dich und weinte nicht der schmerz schlug meine zähne knirschend aneinander ich weinte nicht mein königliches blut floss schändlich unter unbarmherzgen streichen ich sah auf dich und weinte nicht du kamst laut weinend sangst du mir zu füßen ja ja riefst du aus mein stolz ist überwunden ich will bezahlen wenn du könig bist marquis reicht ihm die hand ich will es karl das kindische gelübde erneuer ich jetzt als mann ich will bezahlen auch meine stunde schlägt vielleicht carlos jetzt jetzt o zögre nicht jetzt hat sie ja geschlagen die zeit ist da wo du es lösen kannst ich brauche liebe ein entsetzliches geheimnis brennt auf meiner brust es soll es soll heraus in deinen blassen minen will ich das urteil meines todes lesen hör an erstarre doch erwidre nichts ich liebe meine mutter marquis o mein gott carlos nein diese schonung will ich nicht sprichs aus sprich daß auf diesem großen rund der erde kein elend an das meine grenze sprich was du mir sagen kannst errat ich schon der sohn liebt seine mutter weltgebräuche die ordnung der natur und roms gesetze verdammen diese leidenschaft mein anspruch stößt fürchterlich auf meines vaters rechte ich fühls und dennoch lieb ich dieser weg führt nur zu wahnsinn oder blutgerüste ich liebe ohne hoffnung lasterhaft mit todesangst und mit gefahr des lebens das seh ich ja und dennoch lieb ich marquis weiß die königin um diese neigung carlos konnt ich mich ihr entdecken sie ist philipps frau und königin und das ist spanscher boden von meines vaters eifersucht bewahrt von etikette ringsum eingeschlossen wie konnt ich ohne zeugen mich ihr nahen acht höllen bange monde sind es schon daß von der hohen schule mich der könig zurückberief daß ich sie täglich anzuschauen verurteilt bin und wie das grab zu schweigen acht höllen bange monde roderich daß dieses feuer in meinem busen wütet daß tausendmal sich das entsetzliche geständnis schon auf meinen lippen meldet doch scheu und feig zurück zum herzen kriecht o roderich nur wen'ge augenblicke allein mit ihr marquis ach und ihr vater prinz carlos unglücklicher warum an den mich mahnen sprich mir von allen schrecken des gewissens von meinem vater sprich mir nicht marquis sie hassen ihren vater carlos nein ach nein ich hasse meinen vater nicht doch schauer und missetäters bangigkeit ergreifen bei diesem fürchterlichen namen mich kann ich dafür wenn eine knechtische erziehung schon in meinem jungen herzen der liebe zarten keim zertrat sechs jahre hatte ich gelebt als mir zum ersten mal der fürchterliche der wie sie mir sagten mein vater war vor augen kam es war an einem morgen wo er stehenden fußes vier bluturteile unterschrieb nach diesem sah ich ihn nur wenn mir für ein vergehen bestrafung angekündigt ward o gott hier fühl ich daß ich bitter werde weg 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 von dieser stelle marquis nein sie sollen jetzt sollen sie sich öffnen prinz in worten erleichtert sich der schwer beladne busen carlos oft hab ich mit mir selbst gerungen oft um mitternacht wenn meine wachen schliefen mit heißen tränen güssen vor das bild der hochgebenedeiten mich geworfen sie um ein kindlich herz gefleht doch ohne erhörung stand ich auf ach roderich enthülle du dies wunderbare rätsel der vorsicht mir warum von tausend vätern just eben diesen vater mir und ihm just diesen sohn von tausend bessern söhnen zwei unverträglichere gegenteile fand die natur in ihrem umkreis nicht wie mochte sie die beiden letzten enden des menschlichen geschlechtes mich und ihn durch ein so heilig band zusammenzwingen furchtbares los warum mußt es geschehn warum zwei menschen die sich ewig meiden in einem wunsche schrecklich sich begegnen hier roderich siehst du zwei feindliche gestirne die im ganzen lauf der zeiten ein einzigmal in scheitelrechter bahn zerschmetternd sich berühren dann auf immer und ewig auseinander fliehn marquis mir ahnet ein unglücksvoller augenblick carlos mir selbst wie furien des abgrunds folgen mir die schauerlichsten träume zweifelnd ringt mein guter geist mit gräßlichen entwürfen durch labyrinthische sophismen kriecht mein unglückselger scharfsinn bis er endlich vor eines abgrunds gähem rande stutzt roderich wenn ich den vater je in ihm verlernte roderich ich sehe dein totenblasser blick hat mich verstanden wenn ich den vater je in ihm verlernte was würde mir der könig sein marquis nach einigem stillschweigen darf ich an meinen carlos eine bitte wagen was sie auch willens sind zu tun versprechen sie nichts ohne ihren freund zu unternehmen versprechen sie mir dieses carlos alles alles was deine liebe mir gebeut ich warfe mich ganz in deine arme marquis wie man sagt will der monarch zur stadt zurückkehren die zeit ist kurz wenn sie die königin geheim zu sprechen wünschen kann es nirgends als in aranjuez geschehn die stille des orts des landes ungezwungne sitte begünstigen carlos das war auch meine hoffnung doch ach sie war vergebens marquis nicht so ganz ich gehe mich sogleich ihr vorzustellen ist sie in spanien dieselbe noch die sie vordem an heinrichs hof gewesen so find ich offenherzigkeit kann ich in ihren blicken carlos hoffnung lesen find ich zu dieser unterredung sie gestimmt sind ihre damen zu entfernen carlos die meisten sind mir zugetan besonders die mondeka hab ich durch ihren sohn der mir als page dient gewonnen marquis desto besser so sind sie in der nähe prinz sogleich auf mein gegebenes zeichen zu erscheinen carlos das will ich will ich also eile nur marquis ich will nun keinen augenblick verlieren dort also prinz auf beide gehen ab zu verschiedenen seiten ende von erster akt zweiter auftritt don carlos in fand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller erster akt dritter und vierter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die hofhaltung der königin in aranjuez eine einfache ländliche gegend von einer allee durchschnitten vom landhause der königin begrenzt dritter auftritt die königin die herzogin von olivares die prinzessin von eboli und die marquisin von mondeka welche die allee heraufkommen königin zur marquisin sie will ich um mich haben mondeka die muntern augen der prinzessin quälen mich schon den ganzen morgen sehen sie kaum weiß sie ihre freude zu verbergen weil sie vom lande abschied nimmt eboli ich will es nicht leugnen meine königin dass ich madrid mit großen freuden wieder sehe mondeka und ihre majestät nicht auch sie sollten so ungern von aranjuez sich trennen königin von dieser schönen gegend wenigstens hier bin ich wie in meiner welt dies plätzchen hab ich mir längst zum liebling auserlesen hier grüßt mich meine ländliche natur die busenfreundin meiner jungen jahre hier find ich meine kinderspiele wieder und meines frankreichs lüfte wehen hier verargen sie mir's nicht uns alle zieht das herz zum vaterland eboli wie einsam aber wie tod und traurig ist es hier man glaubt sich in la trappe königin das gegenteil vielmehr tod find ich es nur in madrid doch was spricht unsre herzogin dazu olivarez ich bin der meinung majestät daß es so sitte war den einen monat hier den andern in dem pardo auszuhalten den winter in der residenz so lange es könige in spanien gegeben königin ja herzogin das wissen sie mit ihnen hab ich auf immer mich des streits begeben mondeka und wie lebendig es mit nächstem in madrid sein wird zu einem stiergefechte wird schon die platza major zugerichtet und ein auto da fee hat man uns auch versprochen königin uns versprochen hör ich das von meiner sanften mondeka mondeka warum nicht es sind ja ketzer die man brennen sieht königin ich hoffe meine eboli denkt anders eboli ich ihre majestät ich bitte sehr für keine schlechtre christin mich zu halten als die marquisin mondeka königin ach ich vergesse wo ich bin zu etwas anderm vom lande glaub ich sprachen wir der monat ist deucht mir auch erstaunlich schnell vorüber ich habe mir der freude viel sehr viel von diesem aufenthalt versprochen und ich habe nicht gefunden was ich hoffte geht es mit jeder hoffnung so ich kann den wunsch nicht finden der mir fehlgeschlagen olivares prinzessin eboli sie haben uns noch nicht gesagt ob gomez hoffen darf ob wir sie bald als seine braut begrüßen königin ja gut daß sie mich mahnen herzogin zur prinzessin man bittet mich bei ihnen für zu sprechen wie aber kann ich das der mann den ich mit meiner eboli belohne muss ein würdger mann sein olivares ihre majestät das ist er ein sehr würdger mann ein mann den unser gnädigster monarch bekanntlich mit ihrer königlichen gunst beehren königin das wird den mann sehr glücklich machen doch wir wollen wissen ob er lieben kann und liebe kann verdienen eboli das frag ich sie eboli steht stumm und verwirrt die augen zur erde geschlagen endlich fällt sie der königin zu füßen großmütge königin erbarmen sie sich meiner lassen sie um gottes willen lassen sie mich nicht nicht aufgeopfert werden königin aufgeopfert ich brauche nichts mehr stehen sie auf es ist ein hartes schicksal aufgeopfert werden ich glaube ihnen stehen sie auf ist es schon lang dass sie den grafen ausgeschlagen eboli aufstehend o viele monate prinz carlos war noch auf der hohen schule königin stutzt und sieht sie mit forschenden augen an haben sie sich auch geprüft aus welchen gründen eboli mit einiger heftigkeit niemals kann es geschehen meine königin aus tausend gründen niemals königin sehr ernsthaft mehr als einer ist zuviel sie können ihn nicht schätzen das ist mir genug nichts mehr davon zu den anderen damen ich habe ja die infantin heut noch nicht gesehen marquisin bringen sie sie mir olivares sieht auf die uhr es ist noch nicht die stunde ihrer majestät königin noch nicht die stunde wo ich mutter sein darf das ist doch schlimm vergessen sie es ja nicht mich zu erinnern wenn sie kommt ein page tritt auf und spricht leise mit der oberhofmeisterin welche sich darauf zur königin wendet olivares der marquis von posa ihre majestät königin von posa olivares er kommt aus frankreich und den niederlanden und wünscht die gnade zu erhalten briefe von der regentin mutter übergeben zu dürfen königin und das ist erlaubt olivares bedenklich in meiner vorschrift ist des besondern falles nicht gedacht wenn ein kastilianscher grande briefe von einem fremden hof der königin von spanien in ihrem garten welchen zu überreichen kommt königin so will ich denn auf meine eigene gefahr es wagen olivares doch mir vergönne ihre majestät mich so lang zu entfernen königin halten sie das wie sie wollen herzogin die oberhofmeisterin geht ab und die königin gibt dem pagen einen wink welcher sogleich hinausgeht vierter auftritt königin prinzessin von eboli marquisin von mondeka und marquis von posa königin ich heiße sie willkommen chevalier auf spanischem boden den ich noch nie mit so gerechtem stolze mein vaterland genannt als jetzt königin zu den beiden damen der marquis von posa der im ritterspiel zu reims mit meinem vater eine lanze brach und meine farbe dreimal siegen machte der erste seiner nation der mich den ruhm empfinden lehrte königin der spanier zu sein zum marquis sich wendend als wir im louvre zum letztenmal uns sahen chevalier da träumt es ihnen wohl noch nicht daß sie mein gast sein würden in kastilien marquis nein große königin denn damals träumte mir nicht daß frankreich noch das einzige an uns verlieren würde was wir ihm beneidet hatten königin stolzer spanier das einzige und das zu einer tochter vom hause valois marquis jetzt darf ich es ja sagen ihre majestät denn jetzt sind sie ja unser königin ihre reise hör ich hat auch durch frankreich sie geführt was bringen sie mir von meiner hochverehrten mutter und meinen vielgeliebten brüdern marquis überreicht ihr die briefe die königin mutter fand ich krank geschieden von jeder andern freude dieser welt als ihre königliche tochter glücklich zu wissen auf dem span'schen thron königin muß sie es nicht seyn bei dem theuern angedenken so zärtlicher verwandten bei der süßen erinnrung an sie haben viele höfe besucht auf ihren reisen chevalier und viele länder vieler menschen sitte gesehn und jetzt sagt man sind sie gesonnen in ihrem vaterland sich selbst zu leben ein größrer fürst in ihren stillen mauern als könig philipp auf dem thron ein freier ein philosoph ich zweifle sehr ob sie sich werden können in madrid gefallen man ist sehr ruhig in madrid marquis und das ist mehr als sich das ganze übrige europa zu erfreuen hat königin so hör ich ich habe alle hände dieser erde bis fast auf die erinnerung verlernt zur prinzessin von eboli mir deucht prinzessin eboli ich sehe dort eine hyazinthe blühen wollen sie mir sie bringen die prinzessin nach dem platze die königin etwas leiser zum marquis chevalier ich müßte mich sehr betrügen oder ihre ankunft hat einen frohen menschen mehr gemacht an diesem hofe marquis einen traurigen hab ich gefunden den auf dieser welt nur etwas fröhlich die prinzessin kommt mit der blume zurück eboli da der chevalier so viele länder hat gesehen wird er ohne zweifel viel merkwürdiges uns zu erzählen wissen marquis allerdings und abenteuer suchen ist bekanntlich der ritter pflicht die heiligste von allen die damen zu beschützen mondeka gegen riesen jetzt gibt es keine riesen mehr marquis gewalt ist für den schwachen jederzeit ein riese königin der chevalier hat recht es gibt noch riesen doch keine ritter gibt es mehr marquis noch jüngst auf meinem rückweg von neapel war ich zeuge einer rührenden geschichte die mir der freundschaft heiliges legat zu meiner eigenen gemacht wenn ich nicht fürchten müßte ihre majestät durch die erzählung zu ermüden königin bleibt mir eine wahl die neugier der prinzessin lässt sich nichts unterschlagen nur zur sache auch ich bin eine freundin von geschichten marquis zwei edle häuser in mirandola der eifersucht der langen feindschaft müde die von den giebelinen und den guelfen jahrhunderte schon fortgeerbt beschlossen durch der verwandtschaft zarte bande sich in einem ew'gen frieden zu vereinen des mächtigen pietro schwestersohn fernando und die göttliche matilde colonas tochter waren ausersehn dies schöne band der einigkeit zu knüpfen nie hat zwei schönere herzen die natur gebildet für einander nie die welt nie eine wahl so glücklich noch gepriesen noch hatte seine liebenswirt gebraut fernando nur im bildniß angebetet wie zitterte fernando wahr zu finden was seine feurigsten erwartungen dem bilde nicht zu glauben sich getrauten in padua wo seine studien ihn fesselten erwartete fernando des frohen augenblickes nur der ihm vergönnen sollte zu matildens füßen der liebe erste huldigung zu stammeln die königin wird aufmerksamer der marquis fährt nach einem kurzen stillschweigen fort die erzählung soweit es die gegenwart der königin erlaubt mehr an die prinzessin von eboli gerichtet indessen macht der gattin tot die hand pietros frei mit jugendlicher glut verschlingt der greis die stimmen des gerüchts das in den ruhm matildens sich ergoß er kommt er sieht er liebt die neue regung erstickt die leisre stimme der natur der oheim wirbt um seines neffen braut und heiligt seinen raub vor dem altare königin und was beschließt fernando marquis auf der liebe flügeln des fürchterlichen wechsels unbewußt eilt nach mirandola der trunkene mit sternenschein erreicht sein schnelles roß die thore ein bacchantisches getön von reigen und von pauken donnert ihm aus dem erleuchteten palast entgegen er bebt die stufen scheu hinauf und sieht sich unerkannt im lauten hochzeitsaale wo in der gäste taumelndem gelag pietro saß ein engel ihm zur seite ein engel den fernando kennt der ihm in träumen selbst so glänzend nie erschienen ein einziger blick zeigt ihm was er besessen zeigt ihm was er auf immer da verloren eboli unglücklicher fernando königin die geschichte ist doch zu ende sie muß zu ende sein marquis noch nicht ganz königin sagten sie uns nicht fernando sei ihr freund gewesen marquis ich habe keinen teurern eboli fahren sie doch fort in der geschichte chevalier marquis sie wird sehr traurig und das angedenken erneuert meinen schmerz erlassen sie mir den beschluß ein allgemeines stillschweigen königin wendet sich zur prinzessin von eboli nun wird mir endlich doch vergönnt sein meine tochter zu umarmen prinzessin bringen sie sie mir diese entfernt sich der marquis winkt einem pagen der sich im hintergrunde zeigt und sogleich verschwindet die königin erbricht die briefe die der marquis ihr gegeben und scheint überrascht zu werden in dieser zeit spricht der marquis geheim und sehr angelegentlich mit der marquisin von mondekar die königin hat die briefe gelesen und wendet sich mit einem ausforschenden blicke zum marquis sie haben uns von matilden nichts gesagt vielleicht weiß sie es nicht wieviel fernando leidet marquis matildens herz hat niemand noch ergründet doch große seelen dulden still königin sie sehn sich um wen suchen ihre augen marquis ich denke nach wie glücklich ein gewisser den ich nicht nennen darf an meinem platze sein müßte königin wessen schuld ist es daß er es nicht ist marquis lebhaft einfallend wie darf ich mich unterstehen dies zu erklären wie ich will er würde vergebung finden wenn er jetzt erschiene königin erschrocken jetzt marquis jetzt was meinen sie damit marquis er dürfte hoffen dürft er königin mit wachsender verwirrung sie erschrecken mich marquis er wird doch nicht marquis hier ist er schon erster akt vierter auftritt don carlos in pfann von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller erster akt fünfter bis neunter auftritt fünfter auftritt fünfter auftritt die königin carlos marquis von posa und die marquisin von mondekar treten nach dem hintergrunde zurück carlos vor der königin niedergeworfen so ist er endlich da der augenblick und carl darf diese teure hand berühren königin was für ein schritt welch eine strafbare tollkühne überraschung stehn sie auf wir sind entdeckt mein hof ist in der nähe carlos ich steh nicht auf hier will ich ewig knien auf diesem platz will ich verzaubert liegen in dieser stellung angewurzelt königin rasender zu welcher kühnheit führt sie meine gnade wie wissen sie dass es die königin dass es die mutter ist an die sich diese verwegne sprache richtet wissen sie dass ich ich selbst von diesem überfalle dem könige carlos und daß ich sterben muß man reiße mich von hier aufs blut gerüste ein augenblick gelebt im paradiese wird nicht zu teuer mit dem tod gebüßt königin und ihre königin carlos steht auf gott 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 ich gehe ich will sie ja verlassen muß ich nicht wenn sie es also fordern mutter 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 wie schrecklich spielen sie mit mir ein wink ein halber blick ein laut aus ihrem munde gebietet mir zu sein und zu vergehen was wollen sie das noch geschehen soll was unter dieser sonne kann es geben das ich nicht hinzuopfern eilen will wenn sie es wünschen königin fliehen sie carlos o gott königin das einzige carl warum ich sie mit tränen beschwöre fliehen sie eh meine damen eh meine kerkermeister sie und mich beisammen finden und die große zeitung vor ihres vaters ohren bringen carlos ich erwarte mein schicksal es sei leben oder tod wie hab ich darum meine hoffnungen auf diesen einzgen augenblick verwiesen der sie mir endlich ohne zeugen schenkt das falsche schrecken mich am ziele täuschten nein königin die welt kann hundertmal kann tausendmal um ihre pole treiben eh diese gunst der zufall wiederholt königin auch soll er das in ewigkeit nicht wieder unglücklicher was wollen sie von mir carlos o königin das ich gerungen habe gerungen wie kein sterblicher noch rang ist gott mein zeuge königin umsonst hin ist mein heldenmut ich unterliege königin nichts mehr davon um meiner ruhe willen carlos sie waren mein im angesicht der welt mir zugesprochen von zwei großen thronen mir zuerkannt von himmel und natur und philipp philipp hat mir sie geraubt königin er ist ihr vater carlos ihr gemahl königin der ihnen das größte reich der welt zum erbe gibt carlos und sie zur mutter großer gott sie rasen carlos und weiß er auch wie reich er ist hat er ein fühlend herz das ihrige zu schätzen ich will nicht klagen nein ich will vergessen wie unaussprechlich glücklich ich an ihrer hand geworden wäre wenn nur er es ist er ist es nicht das das ist höllenqual er ist es nicht und wird es niemals werden du nahmst mir meinen himmel nur um ihn in könig philipps armen zu vertilgen königin abscheulicher gedanke carlos o ich weiß wer dieser ehestifter war ich weiß wie philipp lieben kann und wie er freite wer sind sie denn in diesem reich laß hören regentin etwa nimmermehr wie könnten wo sie regentin sind die alba würgen wie könnte flandern für den glauben bluten wie oder sind sie philipps frau unmöglich ich kann's nicht glauben eine frau besitzt des mannes herz und wem gehört das seine und bittet er nicht jede zärtlichkeit die ihm vielleicht in fieber glutentwichte dem zepter ab und seinen grauen haaren königin wer sagte ihnen daß an philipps seite mein los beweinenswürdig sei carlos mein herz das feurig fühlt wie es an meiner seite beneidenswürdig wäre königin eitler mann wenn mein herz nun das gegenteil mir sagte wenn philipps ehrerbietge zärtlichkeit und seiner liebe stumme minensprache weit inniger als seines stolzen sohns verwegene beredsamkeit mich rührten wenn eines greisen überlegte achtung carlos das ist was anders dann ja dann vergebung das wußt ich nicht daß sie den könig lieben königin ihn ehren ist mein wunsch und mein vergnügen carlos sie haben nie geliebt königin seltsame frage carlos sie haben nie geliebt ich liebe nicht mehr carlos weil es ihr herz weil es ihr eid verbietet königin verlassen sie mich prinz und kommen sie zu keiner solchen unterredung wieder carlos weil es ihr eid weil es ihr herz verbietet königin weil meine pflicht unglücklicher wozu die traurige zergliederung des schicksals dem sie und ich gehorchen müssen müssen carlos müssen gehorchen müssen königin wie was wollen sie mit diesem feierlichen ton carlos so viel daß carlos nicht gesonnen ist zu müssen wo er zu wollen hat daß carlos nicht gesonnen ist der unglückseligste in diesem reich zu bleiben wenn es ihn nichts als den umsturz der gesetze kostet der glücklichste zu sein königin königin verstehe ich sie sie hoffen noch sie wagen es zu hoffen wo alles alles schon verloren ist carlos ich gebe nichts verloren als die toten königin auf mich auf ihre mutter hoffen sie sie sieht ihn lange und durchdringend an dann mit würde und ernst warum nicht o der neu erwählte könig kann mehr als das kann die verordnungen des abgeschiednen durch das feuer vertilgen kann seine bilder stürzen kann sogar wer hindert ihn die mumie des toten aus ihrer ruhe zu eskurial hervor ans licht der sonne reißen seinen entweiten staub in die vier winde streun und dann zuletzt um würdig zu vollenden carlos um gottes willen reden sie nicht aus königin zuletzt noch mit der mutter sich vermählen carlos verfluchter sohn er steht einen augenblick starr und sprachlos ja es ist aus jetzt ist es aus ich fühle klar und helle was mir ewig ewig dunkel bleiben sollte sie sind für mich dahin 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 auf immer da jetzt ist der wurf gefallen sie sind für mich verloren in diesem gefühl liegt hölle hölle liegt im andern sie zu besitzen weh ich faß es nicht und meine nerven fangen an zu reißen königin beklagenswerter teurer carl ich fühle ganz fühl ich sie die namenlose pein die jetzt in ihrem busen tobt unendlich wie ihre liebe ist ihr schmerz unendlich wie er ist auch der ruhm ihn zu besiegen erringen sie ihn junger held der preis ist dieses hohen starken kämpfers wert des jünglings wert durch dessen herz die tugend so vieler königlichen ahnen rollt ermannen sie sich edler prinz der enkel des großen karls fängt frisch zu ringen an wo andrer menschenkinder mutlos enden carlos zu spät o gott es ist zu spät königin ein mann zu sein o carl wie groß wird unsere tugend wenn unser herz bei ihrer übung bricht hoch stellte sie die vorsicht höher prinz als millionen ihrer andern brüder partheilich gab sie ihrem liebling was sie andern nahm und millionen fragen verdiente der im mutterleibe schon mehr als wir andern sterblichen zu gelten auf retten sie des himmels billigkeit verdienen sie der welt voranzugehn und opfern sie was keiner opferte carlos das kann ich auch sie zu erkämpfen hab ich riesenkraft sie zu verlieren keine königin gestehen sie es carlos trotz ist es und bitterkeit und stolz was ihre wünsche so wütend nach der mutter zieht die liebe das herz das sie verschwenderisch mir opfern gehört den reichen an die sie dereinst regieren sollen sehen sie sie prassen von ihres mündels anvertrautem gut die liebe ist ihr großes amt bis jetzt verirrte sie zur mutter bringen sie o bringen sie sie ihren künftgen reichen und fühlen sie statt dolchen des gewissens die wollust gott zu sein elisabeth war ihre erste liebe ihre zweite sei spanien wie gerne guter carl will ich der besseren geliebten weichen carlos wirft sich von empfindung überwältigt zu ihren füßen wie groß sie sind o himmlische ja alles was sie verlangen will ich tun es sei er steht auf hier steh ich in der allmacht hand und schwöre und schwöre ihnen schwöre ewiges o himmel nein nur ewiges verstummen doch ewiges vergessen nicht königin wie könnt ich von carlos fordern was ich selbst zu leisten nicht willens bin marquis eilt aus der allee der königin gott marquis hinweg hinweg aus dieser gegend prinz königin sein argwohn ist fürchterlich erblickt er sie carlos ich bleibe königin und wer wird dann das opfer sein carlos zieht den marquis am arme fort fort komm roderich er geht und kommt noch einmal zurück was darf ich mit mir nehmen königin die freundschaft ihrer mutter carlos freundschaft mutter königin und diese tränen aus den niederlanden sie gibt ihm einige briefe karl und der marquis gehen ab die königin sieht sich unruhig nach ihren damen um welche sich nirgends erblicken lassen wie sie nach dem hintergrunde zurückgehen will erscheint der könig sechster auftritt königin herzog alba graf lerma domingo einige damen und granden welche in der entfernung zurückbleiben könig sieht mit befremdung umher und schweigt eine zeitlang was seh ich sie hier so allein madame und auch nicht eine dame zur begleitung das wundert mich wo blieben ihre frauen königin mein gnädigster gemahl könig warum allein zum gefolge von diesem unverzeihlichen versehn soll man die strengste rechenschaft mir geben wer hat das hofamt bei der königin wen traf der rang sie heute zu bedienen königin königin o zürnen sie nicht mein gemahl ich selbst ich bin die schuldige auf mein geheiß entfernte sich die fürstin eboli könig auf ihr geheiß königin die kammerfrau zu rufen weil ich nach der infantin mich gesehnt könig und darum die begleitung weggeschickt doch dies entschuldigt nur die erste dame wo war die zweite mondeka welche indessen zurückgekommen ist und sich unter die übrigen damen gemischt hat tritt hervor ihre majestät ich fühle daß ich strafbar bin könig deswegen vergönn ich ihnen zehn jahre zeit fern von madrid darüber nachzudenken die marquisin tritt mit weinenden augen zurück allgemeines stillschweigen alle umstehenden sehen bestürzt auf die königin königin marquisin wen beweinen sie zum könig hab ich gefehlt mein gnädigster gemahl so sollte die königskrone dieses reichs wonach ich selber nie gegriffen habe mich zum mindesten vor dem erröten schützen gibt's ein gesetz in diesem königreich das vor gericht monarchen töchter fordert bloß zwang bewacht die frauen spaniens schützt sie ein zeuge mehr als ihre tugend und jetzt vergebung mein gemahl ich bin es nicht gewohnt die mir mit freude dienten in tränen zu entlassen mondeka sie nimmt ihren gürtel ab und überreicht ihn der marquisin den könig haben sie erzürnt nicht mich drum nehmen sie dies denkmal meiner gnade und dieser stunde meiden sie das reich sie haben nur in spanien gesündigt in meinem frankreich wicht man solche tränen mit freuden ab o muß mich's ewig mahnen sie lehnt sich an die oberhofmeisterin und bedeckt das gesicht in meinem frankreich war's doch anders könig in einiger bewegung konnte ein vorwurf meiner liebe sie betrüben ein wort betrüben das die zärtlichste bekümmernis auf meine lippen legte er wendet sich gegen die grandessa hier stehen die vasallen meines throns sank je ein schlaf auf meine augenlider ich hätte denn am abend jedes tags berechnet wie die herzen meiner völker in meinen fernsten himmelsstrichen schlagen und sollt ich ängstlicher für meinen thron als für die gattin meines herzens beben für meine völker kann mein schwert mir haften und herzog alba dieses auge nur für meines weibes liebe königin wenn ich sie beleidigt habe mein gemahl könig ich heiße der reichste mann in der getauften welt die sonne geht in meinem staat nicht unter doch alles das besaß ein andrer schon wird nach mir mancher andre noch besitzen das ist mein eigen was der könig hat gehört dem glück elisabeth dem philipp hier ist die stelle wo ich sterblich bin königin sie fürchten sire könig dies graue haar doch nicht wenn ich einmal zu fürchten angefangen hab ich zu fürchten aufgehört zu den granden ich zähle die großen meines hofs der erste fehlt wo ist don carlos mein infant niemand antwortet der knabe don carl fängt an mir fürchterlich zu werden er meidet meine gegenwart seitdem er von alcalas hoher schule kam sein blut ist heiß warum sein blick so kalt so abgemessen festlich sein betragen seid wachsam ich empfehl es euch alba ich bin's solang ein herz an diesen panzer schlägt mag sich don philipp ruhig schlafen legen wie gottes cherub vor dem paradies steht herzog alba vor dem thron lerma darf ich dem weisesten der könige in demut zu widersprechen wagen allzu tief verehr ich meines königs majestät als seinen sohn so rasch und streng zu richten ich fürchte viel von carlos heißem blut doch nichts von seinem herzen könig graf von lerma ihr redet gut den vater zu bestechen des königs stütze wird der herzog sein nichts mehr davon er wendet sich gegen sein gefolge jetzt eil ich nach madrid mich ruft mein königliches amt die pest der ketzerei steckt meine völker an der aufruhr wächst in meinen niederlanden es ist die höchste zeit ein schauerndes exempel soll die irrenden bekehren den großen eid den alle könige der christenheit geloben löse ich morgen dies blutgericht soll ohne beispiel sein mein ganzer hof ist feierlich geladen er führt die königin hinweg die übrigen folgen siebter auftritt don carlos mit briefen in der hand marquis von posa kommen von der entgegengesetzten seite carlos ich bin entschlossen flandern sei gerettet sie will es das ist mir genug auch ist kein augenblick mehr zu verlieren herzog von alba sagt man ist im kabinett bereits zum gouverneur ernannt carlos gleich morgen verlang ich audienz bei meinem vater ich fordere dieses amt für mich es ist die erste bitte die ich an ihn wage er kann sie mir nicht weigern lange schon sieht er mich ungern in madrid welch ein willkommener vorwand mich entfernt zu halten und soll ich dir's gestehen roderich ich hoffe mehr vielleicht gelingt es mir von angesicht zu angesicht mit ihm in seiner gunst mich wiederherzustellen er hat noch nie die stimme der natur gehört lass mich versuchen roderich was sie auf meinen lippen wird vermögen marquis jetzt endlich hör ich meinen carlos wieder jetzt sind sie wieder ganz sie selbst achter auftritt graf lerma die vorigen lerma soeben hat der monarch aranjuez verlassen ich habe den befehl carlos schon gut graf lerma ich treffe mit dem könig ein marquis macht miene sich zu entfernen mit einigem zeremoniell sonst haben mir eure hoheit nichts mehr aufzutragen carlos nichts chevalier ich wünsche ihnen glück zu ihrer ankunft in madrid sie werden noch mehreres von flandern mir erzählen zu lerma welcher noch wartet ich folge gleich graf lerma geht ab neunter auftritt don carlos der marquis carlos ich habe dich verstanden ich danke dir doch diesen zwang entschuldigt nur eines dritten gegenwart sind wir nicht brüder dieses possenspiel des ranges sei künftighin aus unserm bund verwiesen berede dich wir beide hätten uns auf einem ball mit masken eingefunden in sklavenkleider du und ich aus laune in einen purpur eingemummt solange der fasching währt verehren wir die lüge der rolle treu mit lächerlichem ernst den süßen rausch des haufens nicht zu stören doch durch die larve winkt dein karl dir zu du drückst mir im vorübergehn die hände und wir verstehen uns marquis der traum ist göttlich doch wird er nie verfliegen ist mein karl auch seiner so gewiß den reizungen der unumschränkten majestät zu trotzen noch ist ein großer tag zurück ein tag wo dieser heldensinn ich will sie mahnen in einer schweren probe sinken wird don philipp stirbt karl erbt das größte reich der christenheit ein ungeheurer spalt reißt vom geschlecht der sterblichen ihn los und gott ist heut wer gestern mensch noch war jetzt hat er keine schwächen mehr die pflichten der ewigkeit verstummen ihm die menschheit noch heut ein großes wort in seinem ohr verkauft sich selbst und kriecht um ihren götzen sein mitgefühl löscht mit dem leiden aus in wollüsten ermattet seine tugend für seine torheit schickt ihm perugold für seine laster zieht sein hof ihm teufel er schläft berauscht in diesem himmel ein den seine sklaven listig um ihn schufen lang wie sein traum wert seine gottheit wehe dem rasenden der ihn mitleidig weckte was aber würde roderisch die freundschaft ist wahr und kühn die kranke majestät hält ihren fürchterlichen strahl nicht aus den trotz des bürgers würden sie nicht dulden ich nicht den stolz des fürsten carlos wahr und schrecklich ist dein gemälde von monarchen ja ich glaube dir doch nur die wollust schloß dem laster ihre herzen auf ich bin noch rein ein dreihundzwanzigjähriger jüngling was vor mir tausende gewissenlos in schwelgenden umarmungen verprassten des geistes beste hälfte männerkraft hab ich dem künftigen herrscher aufgehoben was könnte dich aus meinem herzen drängen wenn es nicht weiber tun marquis ich selbst könnt ich so innig sie noch lieben carl wenn ich sie fürchten müsste carlos das wird nie geschehen bedarfst du meiner hast du leidenschaften die von dem throne betteln reizt dich gold du bist ein reicherer untertan als ich ein könig je sein werde geizest du nach ehre schon als jüngling hattest du ihr maß erschöpft du hast sie ausgeschlagen wer von uns wird der gläubiger des andern und wer der schuldner sein du schweigst du zitterst vor der versuchung nicht gewisser bist du deiner selbst marquis wohl an ich weiche hier meine hand carlos der meinige marquis auf ewig und in des worts verwegenster bedeutung carlos so treu und warm wie heute dem infanten auch dermal einst dem könig zugetan marquis das schwör ich ihnen carlos dann auch wenn der wurm der schmeichelei mein unbewachtes herz umklammerte wenn dieses auge tränen verlernte dir sonst geweint dies ohr dem flehen sich verriegelte willst du ein schreckenloser hüter meiner tugend mich kräftig fassen meinen genius bei seinem großen namen rufen marquis ja carlos und jetzt noch eine bitte nenn mich du ich habe deinesgleichen stets beneidet um dieses vorrecht der vertraulichkeit dies brüderliche du betrügt mein ohr mein herz mit süßen ahnungen von gleichheit keinen einwurf was du sagen willst errat ich dir ist es kleinigkeit ich weiß doch mir dem königssohne ist es viel willst du mein bruder sein marquis dein bruder carlos jetzt zum könig ich fürchte nichts mehr arm in arm mit dir so forder ich mein jahrhundert in die schranken sie gehen ab erster auftritt im königlichen palast zu madrid erster auftritt könig philipp unter einem thronhimmel herzog von alba in einiger entfernung von dem könig mit bedecktem haupt carlos carlos den vortritt hat das königreich sehr gerne steht carlos dem minister nach er spricht für spanien ich bin der sohn des hauses er tritt mit einer verbeugung zurück philipp der herzog bleibt und der infant mag reden carlos sich gegen alba wendend so muß ich denn von ihrer großmut herzog den könig mir als ein geschenk erbitten ein kind sie wissen ja kann mancherlei an seinen vater auf dem herzen tragen das nicht für einen dritten taugt der könig soll ihnen unbenommen sein ich will den vater nur für diese kurze stunde philipp hier steht sein freund carlos hab ich es auch verdient den meinigen im herzog zu vermuten philipp auch je verdienen mögen mir gefallen die söhne nicht die bessre wahlen treffen als ihre väter carlos kann der ritter stolz des herzogs alba diesen auftritt hören so wahr ich lebe den zudringlichen der zwischen sohn und vater unberufen sich einzudrängen nicht errötet der in seines nichts durch bohrendem gefühle so dazustehen sich verdammt möcht ich bei gott und gelt's ein diadem nicht spielen philipp verlässt seinen sitz mit einem zornigen blick auf den prinzen entfernt euch herzog dieser geht nach der haupttüre durch welche carlos gekommen war der könig winkt ihm nach einer andern nein ins kabinett bis ich euch rufe zweiter auftritt könig philipp don carlos carlos geht sobald der herzog das zimmer verlassen hat auf den könig zu und fällt vor ihm nieder im ausdruck der höchsten empfindung jetzt mein vater wieder jetzt wieder mein und meinen besten dank für diese gnade ihre hand mein vater o süßer tag die wonne dieses kusses war ihrem kinde lange nicht gegönnt warum von ihrem herzen mich so lange verstoßen vater was hab ich getan philipp infant dein herz weiß nichts von diesen künsten erspare sie ich mag sie nicht carlos aufstehend das war es da hör ich ihre höflinge mein vater es ist nicht gut bei gott nicht alles gut nicht alles was ein priester sagt nicht alles was eines priesters kreaturen sagen ich bin nicht schlimm mein vater heißes blut ist meine bosheit mein verbrechen jugend schlimm bin ich nicht schlimm wahrlich nicht wenn auch oft wilde wallungen mein herz verklagen mein herz ist gut philipp dein herz ist rein ich weiß es wie dein gebet carlos jetzt oder nie wir sind allein der etikette bange scheidewand ist zwischen sohn und vater eingesunken jetzt oder nie ein sonnenstrahl der hoffnung glänzt in mir auf und eine süße ahnung fliegt durch mein herz der ganze himmel beugt mit scharen froher engel sich herunter voll rührung sieht der dreimal heilige dem großen schönen auftritt zu mein vater versöhnung er fällt ihm zu füßen philipp laß mich und steh auf carlos versöhnung philipp will sich von ihm losreißen zu kühn wird mir dies gaukelspiel carlos zu kühn die liebe deines kindes philipp vollends tränen unwürdiger anblick geh aus meinen augen carlos jetzt oder nie versöhnung vater philipp weg aus meinen augen komm mit schmach bedeckt aus meinen schlachten meine arme sollen geöffnet sein dich zu empfangen so verwerf ich dich die feige schuld allein wird sich in solchen quellen schimpflich waschen wer zu bereuen nicht errötet wird sich reue nie ersparen carlos wer ist das durch welchen missverstand hat dieser fremdling zu menschen sich verirrt die ewige beglaubigung der menschheit sind ja tränen sein aug ist trocken ihn gebar kein weib o zwingen sie die nie benetzten augen noch zeitig tränen einzulernen sonst sonst möchten sie's in einer harten stunde noch nachzuholen haben philipp denkst du den schweren zweifel deines vaters mit schönen worten zu erschüttern carlos zweifel ich will ihn tilgen diesen zweifel will mich hängen an das vaterherz will reißen will mächtig reißen an dem vaterherzen bis dieses zweifels felsenfeste rinde von diesem herzen niederfällt wer sind sie die mich aus meines königs gunst vertreiben was bot der mönch dem vater für den sohn was wird ihm alba für ein kinderlos verscherztes leben zur vergütung geben sie wollen liebe hier in diesem busen springt eine quelle frischer feuriger als in den trüben sumpfigen behältern die philipps gold erst öffnen muss philipp vermeßner halt ein die männer die du wagst zu schmähn sind die geprüften diener meiner wahl und du wirst sie verehren carlos nimmermehr ich fühle mich was ihre alba leisten das kann auch carl und carl kann mehr was fragt ein mietling nach dem königreich das nie sein eigen sein wird was bekümmerts den wenn philipps graue haare weiß sich farben ihr carlos hätte sie geliebt mir graut vor dem gedanken einsam und allein auf einem thron allein zu sein philipp von diesem worte ergriffen steht nachdenkend und in sich gekehrt nach einer pause ich bin allein carlos mit lebhaftigkeit und wärme auf ihn zugehend sie sind's gewesen hassen sie mich nicht mehr ich will sie kindlich will sie feurig lieben nur hassen sie mich nicht mehr wie entzückend und süß ist es in einer schönen seele verherrlicht uns zu fühlen es zu wissen dass unsre freude fremde wangen rötet dass unsre angst in fremden busen zittert dass unsre leiden fremde augen wässern wie schön ist es und herrlich hand in hand mit einem teuren vielgeliebten sohn der jugend rosenbahn zurückzueilen des lebens traum noch einmal durchzuträumen wie groß und süß in seines kindes tugend unsterblich unvergänglich fortzudauern wohltätig für jahrhunderte wie schön zu pflanzen was ein lieber sohn einst erntet zu sammeln was ihm wuchern wird zu ahnen wie hoch sein dank einst flammen wird mein vater von diesem erdenparadiese schwiegen sehr weislich ihre mönche philipp nicht ohne rührung o mein sohn mein sohn du brichst dir selbst den stab sehr reizend malst du ein glück das du mir nie gewährtest carlos das richte der allwissende sie selbst sie schlossen mich wie aus dem vaterherzen von ihres zepters anteil aus bis jetzt bis diesen tag o war das gut wars billig bis jetzt mußt ich der erbprinz spaniens in spanien ein fremdling sein gefangner auf diesem grund wo ich einst herr sein werde war das gerecht wars gütig o wie oft wie oft mein vater sah ich schamrot nieder wenn die gesandten fremder potentaten wenn zeitungsblätter mir das neueste vom hofe zu aranjuez erzählten philipp zu heftig braust das blut in deinen adern du würdest nur zerstören carlos geben sie mir zu zerstören vater heftig braust's in meinen adern dreiundzwanzig jahre und nichts für die unsterblichkeit getan ich bin erwacht ich fühle mich mein ruf zum königsthron pocht wie ein gläubiger aus meinem schlummer mich empor und alle verlorne stunden meiner jugend mahnen mich laut wie ehrenschulden er ist da der große schöne augenblick der endlich des hohen fundes zinsen von mir fordert mich ruft die weltgeschichte ahnenruhm und des gerüchtes donnernde posaune nun ist die zeit gekommen mir des ruhmes glorreiche schranken aufzutun mein könig darf ich die bitte auszusprechen wagen die mich hieher geführt philipp noch eine bitte entdecke sie carlos der aufruhr in brabant wächst drohend an der starrsinn der rebellen heischt starke kluge gegenwehr die wut der schwärmer zu bezähmen soll der herzog ein heer nach flandern führen von dem könig mit souveräner vollmacht ausgestattet wie ehrenvoll ist dieses amt wie ganz dazu geeignet ihren sohn im tempel des ruhmes einzuführen mir mein könig mir übergeben sie das heer mich lieben die niederländer ich erkühne mich mein blut für ihre treue zu verbürgen philipp du redest wie ein träumender dies amt will einen mann und keinen jüngling carlos will nur einen menschen vater und das ist das einzige was alba nie gewesen philipp und schrecken bändigt die empörung nur erbarmung hieße wahnsinn deine seele ist weich mein sohn der herzog wird gefürchtet steh ab von deiner bitte carlos schicken sie mich mit dem heer nach flandern wagen sie's auf meine weiche seele schon der name des königlichen sohnes der voraus vor meinen fahnen fliegen wird erobert wo herzog albas henker nur verheeren auf meinen knien bitt ich drum es ist die erste bitte meines lebens vater vertrauen sie mir flandern philipp den infanten mit einem durchdringenden blick betrachtend und zugleich mein bestes kriegsheer deiner herrschbegierde das messer meine mörder carlos o mein gott bin ich nicht weiter und ist das die frucht von dieser längst erbetnen großen stunde nach einigem nachdenken mit gemildertem ernst antworten sie mir sanfter schicken sie mich so nicht weg mit dieser üblen antwort möcht ich nicht gern entlassen sein nicht gern entlassen sein mit diesem schweren herzen behandeln sie mich gnädiger es ist mein dringendes bedürfnis ist mein letzter verzweifelter versuch ich kann's nicht fassen nicht standhaft tragen wie ein mann daß sie mir alles 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 so verweigern jetzt lassen sie mich von sich unerhört von tausend süßen ahnungen betrogen geh ich aus ihrem angesicht ihr alba und ihr domingo werden siegreich thronen wo jetzt ihr kind im staub geweint die schar der höflinge die bebende grandessa der mönche sünder bleiche zunft war zeuge als sie mir feierlich gehör geschenkt beschämen sie mich nicht so tödlich vater verwunden sie mich nicht dem frechen hohn des hofgesindes schimpflich mich zu opfern daß fremdlinge von ihrer gnade schwelgen ihr carlos nichts erbitten kann zum pfande daß sie mich ehren wollen schicken sie mich mit dem heer nach flandern philipp wiederhole dies wort nicht mehr bei deines königs zorn carlos ich wage meines königs zorn und bitte zum letzten mal vertrauen sie mir flandern ich soll und muss aus spanien mein hier sein ist atem holen unter henkers hand schwer liegt der himmel zu madrid auf mir wie das bewusstsein eines mords nur schnelle veränderung des himmels kann mich heilen wenn sie mich retten wollen schicken sie mich ungesäumt nach flandern philipp mit erzwungener gelassenheit solche kranke wie du mein sohn verlangen gute pflege und wohnen unterm aug des arzts du bleibst in spanien der herzog geht nach flandern carlos außer sich o jetzt umringt mich gute geister philipp der einen schritt zurücktritt halt was wollen diese minen sagen carlos mit schwankender stimme vater unwiderruflich bleibts bei der entscheidung philipp sie kam vom könig carlos mein geschäft ist aus geht ab in heftiger bewegung dritter auftritt philipp bleibt eine zeitlang in düstres nachdenken versunken stehen endlich geht er einige schritte im saale auf und nieder alba nähert sich verlegen philipp seit jede stunde des befehls gewärtig nach brüssel abzugehen alba alles steht bereit mein könig philipp eure vollmacht liegt versiegelt schon im kabinett indessen nehmt euren urlaub von der königin und zeiget euch zum abschied dem infanten alba mit den gebärden eines wütenden sah ich ihn eben diesen saal verlassen auch eure königliche majestät sind außer sich und scheinen tief bewegt vielleicht der inhalt des gesprächs philipp nach einigem auf und nieder gehen der inhalt war herzog alba der könig bleibt mit dem aug auf ihm haften finster gerne mag ich hören daß carlos meine räte haßt doch mit verdruß entdeck ich daß er sie verachtet alba entfärbt sich und will auffahren philipp jetzt keine antwort ich erlaube euch den prinzen zu versöhnen alba sire philipp sagt an wer war es doch der mich zum erstenmal vor meines sohnes schwarzem anschlag warnte da hört ich euch und nicht auch ihn ich will die probe wagen herzog künftig hin steht carlos meinem throne näher geht der könig begibt sich in das kabinett der herzog entfernt sich durch eine andere türe ein vorsaal vor dem zimmer der königin vierter auftritt don carlos kommt im gespräch mit einem paarchen durch die mitteltüre die hofleute welche sich im vorsaal befinden zerstreuen sich bei seiner ankunft in den angrenzenden zimmern carlos ein brief an mich wozu denn dieser schlüssel und beides mir so heimlich überliefert komm näher wo empfingst du das page geheimnisvoll wie mich die dame merken lassen will sie lieber erraten als beschrieben sein carlos zurückfahrend die dame indem er den pagen genauer betrachtet was wie wer bist du denn page ein edelknabe von ihrer majestät der königin carlos erschrocken auf ihn zugehend und ihm die hand auf den mund drückend du bist des todes halt ich weiß genug er reißt hastig das siegel auf und tritt an das äußerste ende des saals den brief zu lesen unterdessen kommt der herzog von alba und geht ohne von dem prinzen bemerkt zu werden an ihm vorbei in der königin zimmer carlos fängt an heftig zu zittern und wechselsweise zu erblassen und zu erröten nachdem er gelesen hat steht er lange sprachlos die augen starr auf den brief geheftet endlich wendet er sich zu dem pagen sie gab dir selbst den brief sie gab dir selbst den brief o spotte nicht noch hab ich nichts von ihrer hand gelesen ich muss dir glauben wenn du schwören kannst wenn's lüge war gesteh mir's offenherzig und treibe keinen spott mit mir page mit wem carlos sieht wieder in den brief und betrachtet den pagen mit zweifelhafter forschender miene nachdem er einen gang durch den saal gemacht hat du hast noch eltern ja dein vater dient dem könige und ist ein kind des landes page er fiel bei st quentin ein oberster der reiterei des herzogs von savoyen und hieß alonzo graf von henares carlos indem er ihn bei der hand nimmt und die augen bedeutend auf ihn heftet den brief gab dir der könig page empfindlich gnädger prinz verdien ich diesen arg wohn carlos liest den brief dieser schlüssel öffnet die hintern zimmer im pavillon der königin das äußerste von allen stößt seitwärts an ein kabinett wohin noch keines horchers fuß tritt sich verloren hier darf die liebe frei und laut gestehn was sie so lange winken nur vertraute erhörung wartet auf den furchtsamen und schöner lohn auf den bescheidnen dulder wie aus einer betäubung erwachend ich träume nicht ich rase nicht das ist mein rechter arm das ist mein schwert das sind geschriebne silben es ist wahr und wirklich ich bin geliebt ich bin geliebt außer fassung durchs zimmer stürzend und die arme zum himmel emporgeworfen page so kommen sie mein prinz ich führe sie carlos erst laß mich zu mir selber kommen zittern nicht alle schrecken dieses glücks noch in mir hab ich so stolz gehofft hab ich das je zu träumen mir getraut wo ist der mensch der sich so schnell gewöhnte gott zu sein wer war ich und wer bin ich nun das ist ein anderer himmel eine andere sonne als vorhin dagewesen war sie liebt mich page will ihn fortführen prinz prinz hier ist der ort nicht sie vergessen carlos von einer plötzlichen erstarrung ergriffen den könig meinen vater er läßt die arme sinken blickt scheu umher und fängt an sich zu sammeln das ist schrecklich ja ganz recht freund ich danke dir ich war soeben nicht ganz bei mir daß ich das verschweigen soll der seligkeit so viel in diese brust vermauern soll ist schrecklich den pagen bei der hand fassend und beiseite führend was du gesehen hörst du und nicht gesehen sei wie ein sarg in deiner brust versunken jetzt geh ich will mich finden geh man darf uns hier nicht treffen geh page will fort carlos doch halt doch höre der page kommt zurück carlos legt ihm eine hand auf die schulter und sieht ihm ernst und feierlich ins gesicht du nimmst ein schreckliches geheimnis mit das jenen starken giften gleich die schale worin es aufgefangen wird zersprengt beherrsche deine minen gut dein kopf erfahre niemals was dein busen hütet sei wie das tote sprachrohr das den schall empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret du bist ein knabe sei es immerhin und fahre fort den fröhlichen zu spielen wie gut verstands die kluge schreiberin der liebe einen boten auszulesen hier sucht der könig seinen nattern nicht page und ich mein prinz ich werde stolz drauf sein um ein geheimnisreicher mich zu wissen als selbst der könig carlos eitler junger tor das ist's wovor du zittern mußt geschieht's daß wir uns öffentlich begegnen schüchtern mit unterwerfung nahest du mir laß nie die eitelkeit zu winken dich verführen wie gnädig der infant dir sei du kannst nicht schwerer sündigen mein sohn als wenn du mir gefällst was du mir künftig magst zu hinterbringen haben sprich es nie mit silben aus vertrau es nie den lippen den allgemeinen fahrweg der gedanken betrete deine zeitung nicht du sprichst mit deinen wimpern deinem zeigefinger ich höre dir mit blicken zu die luft das licht um uns ist philipps kreatur die tauben wände stehn in seinem solde man kommt das zimmer der königin öffnet sich und der herzog von alba tritt heraus hinweg auf wiedersehen parche prinz daß sie das rechte zimmer nur nicht fehlen ab carlos es ist der herzog nein doch nein schon gut ich finde mich ende von zweiter akt vierter auftritt don carlos in pfann von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller zweiter akt fünfter bis siebter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz fünfter auftritt don carlos herzog von alba alba ihm in den weg tretend zwei worte gnäd'ger prinz carlos ganz recht schon gut ein andermal er will gehen alba der ort scheint freilich nicht der schicklichste vielleicht gefällt es eurer königlichen hoheit auf ihrem zimmer mir gehör zu geben carlos wozu das kann auch hier geschehen nur schnell nur kurz alba was eigentlich hierher mich führt ist eurer hoheit untertän'gen dank für das bewusste abzutragen carlos dank mir dank wofür und dank von herzog alba alba denn kaum dass sie das zimmer des monarchen verlassen hatten ward mir angekündigt nach brüssel abzugehen carlos brüssel so alba wem sonst mein prinz als ihrer gnäd'gen verwendung bei des königs majestät kann ich es zuzuschreiben haben carlos mir mir ganz und gar nicht mir wahrhaftig nicht sie reisen reisen sie mit gott alba sonst nichts das nimmt mich wunder eure hoheit hätten mir weiter nichts nach flandern aufzutragen carlos was sonst was dort alba doch schien es noch vor kurzem als forderte das schicksal dieser länder don carlos eigne gegenwart carlos wieso doch ja ja recht das war vorhin das ist auch so ganz gut recht gut um so viel besser alba ich höre mit verwunderung carlos nicht mit ironie sie sind ein großer general wer weiß das nicht der neid muß es beschwören ich ich bin ein junger mensch so hat es auch der könig gemeint der könig hat ganz recht ganz recht ich seh's jetzt ein ich bin vergnügt und also genug davon glück auf den weg ich kann jetzt wie sie sehen schlechterdings ich bin soeben etwas überhäuft das weitere auf morgen oder wenn sie wollen oder wenn sie von brüssel wiederkommen alba wie carlos nach einigem stillschweigen wie er sieht daß der herzog noch immer bleibt sie nehmen gute jahrszeit mit die reise geht über mailand lothringen burgund und deutschland deutschland recht in deutschland war es da kennt man sie wir haben jetzt april mai junius im julius ganz recht und spätestens zu anfang des augusts sind sie in brüssel o ich zweifle nicht man wird sehr bald von ihren siegen hören sie werden unsers gnädigsten vertrauens sich wert zu machen wissen alba mit bedeutung werd ich das in meines nichts durchbohrendem gefühle carlos nach einigem stillschweigen mit würde und stolz sie sind empfindlich herzog und mit recht es war ich muß bekennen wenig schonung von meiner seite waffen gegen sie zu führen die sie nicht imstande sind mir zu erwidern alba nicht imstande carlos ihm lächelnd die hand reichend schade daß mirs gerade jetzt an zeit gebricht den würdgen kampf mit alba auszufechten ein andermal alba prinz wir verrechnen uns auf ganz verschiedene weise sie zum beispiel sie sehen sich um zwanzig jahre später ich sie um ebensoviel früher carlos nun alba und dabei fällt mir ein wie viele nächte bei seiner schönen portugiesischen gemahlin ihrer mutter der monarch wohl drum gegeben hätte einen arm wie diesen seiner krone zu erkaufen ihm mocht es wohl bekannt sein wie viel leichter die sache sei monarchen fortzupflanzen als monarchien wie viel schneller man die welt mit einem könige versorge als könige mit einer welt carlos sehr wahr doch herzog alba doch alba und wie viel blut ihres volkes fließen mußte bis zwei tropfen sie zum könig machen konnten carlos sehr wahr bei gott und in zwei worte alles gepreßt was des verdienstes stolz dem stolze des glücks entgegensetzen kann doch nun die anwendung doch herzog alba wehe dem zarten wiegenkinde majestät das seiner amme spotten kann wie sanft mags auf dem weichen kissen unsrer siege sich schlafen lassen an der krone funkeln die perlen nur und freilich nicht die wunden mit denen sie errungen ward dies schwert schrieb fremden völkern spanische gesetze es blitzte dem gekreuzigten voran und zeichnete dem samenkorn des glaubens auf diesem weltteil blutge furchen vor gott richtete im himmel ich auf erden carlos gott oder teufel gilt gleich viel sie waren sein rechter arm ich weiß das wohl und jetzt nichts mehr davon ich bitte vor gewissen erinnerungen möcht ich gern mich hüten ich ehre meines vaters wahl mein vater braucht einen alba daß er diesen braucht das ist es nicht worum ich ihn beneide sie sind ein großer mann auch das mag sein ich glaub es fast nur fürcht ich kamen sie um wenige jahrtausende zu zeitig ein alba sollt ich meinen war der mann am ende aller tage zu erscheinen dann wenn des lasters riesentrotz die langmut des himmels aufgezehrt die reiche ernte der missetat in vollen halmen steht und einen schnitter sonder beispiel fordert dann stehen sie an ihrem platz o gott mein paradies mein flandern doch ich soll es jetzt nicht denken still davon man spricht sie führten einen vorrat blutsentenzen im voraus unterzeichnet mit die vorsicht ist lobenswert so braucht man sich vor keiner schikane mehr zu fürchten o mein vater wie schlecht verstand ich deine meinung härte gab ich dir schuld weil du mir ein geschäft verweigertest wo deine alba glänzen es war der anfang deiner achtung alba prinz dies wort verdiente carlos auffahrend was alba doch davor schützt sie der königssohn carlos nach dem schwert greifend das fordert blut das schwert gezogen herzog alba kalt gegen wen carlos heftig auf ihn eindringend das schwert gezogen ich durchstoße sie alba zieht wenn es denn sein muss sie fechten sechster auftritt die königin don carlos herzog von alba königin welche erschrocken aus ihrem zimmer tritt bloße schwerter zum prinzen unwillig und mit gebietender stimme carlos carlos vom anblick der königin außer sich gesetzt lässt den arm sinken steht ohne bewegung und sinnlos dann eilt er auf den herzog zu und küsst ihn versöhnung herzog alles sei vergeben er wirft sich stumm zu der königin füßen steht dann rasch auf und eilt außer fassung fort alba der voll erstaunen dasteht und kein auge von ihnen verwendet bei gott das ist doch seltsam königin steht einige augenblicke beunruhigt und zweifelhaft dann geht sie langsam nach ihrem zimmer an der türe dreht sie sich um herzog alba der herzog folgt ihr in das zimmer ein kabinett der prinzessin von eboli siebter auftritt die prinzessin in einem idealischen geschmack schön aber einfach gekleidet spielt die laute und singt darauf der page der königin prinzessin springt schnell auf er kommt page eilfertig sind sie allein mich wundert sehr ihn noch nicht hier zu finden doch er muß im augenblick erscheinen prinzessin muß er nun so will er auch so ist es ja entschieden page er folgt mir auf den fersen gnädge fürstin sie sind geliebt geliebt wie sie kann's niemand sein und niemand sein gewesen welch eine szene sah ich an prinzessin zieht ihn voll ungeduld an sich geschwinde du sprachst mit ihm heraus damit was sprach er wie nahm er sich was waren seine worte er schien verlegen schien bestürzt erriet er die person die ihm den schlüssel schickte geschwinde oder riet er nicht er riet wohl gar nicht riet auf eine falsche nun antwortest du mir denn kein wort oh pfui pfui schäme dich so hölzern bist du nie so unerträglich langsam nie gewesen page kann ich zu worte kommen gnädigste ich übergab ihm schlüssel und billett im vorsaal bei der königin er stutzte und sah mich an da mir das wort entwichte ein frauenzimmer sende mich prinzessin er stutzte sehr gut sehr brav nur fort erzähle weiter page ich wollte mehr noch sagen da erblasst er und riß den brief mir aus der hand und sah mich drohend an und sagt er wisse alles den brief durchlas er mit bestürzung fing auf einmal an zu zittern prinzessin wisse alles er wisse alles sagt er das page und fragte mich dreimal viermal ob sie selber wirklich sie selber mir den brief gegeben prinzessin ob ich selbst und also nannt er meinen namen page den namen nein den nannt er nicht es möchten kundschafter sagt er in der gegend horchen und es dem könig plaudern prinzessin befremdet sagt er das page dem könig sagt er liege ganz erstaunlich gar mächtig viel daran besonders viel von diesem briefe kundschaft zu erhalten prinzessin prinzessin dem könig hast du recht gehört dem könig war das der ausdruck den er brauchte page ja er nannt es ein gefährliches geheimnis und warnte mich mit worten und mit winken gar sehr auf meiner hut zu sein daß ja der könig keinen argwohn schöpfe prinzessin prinzessin nach einigem nachsinnen voll verwunderung alles trifft zu es kann nicht anders sein er muß um die geschichte wissen unbegreiflich wer mag ihm wohl verraten haben wer ich frage noch wer sieht so scharf so tief wer anders als der falkenblick der liebe doch weiter fahre weiter fort er las das billett page das billett enthalte ein glück sagt er vor dem er zittern müsse das hab er nie zu träumen sich getraut zum unglück trat der herzog in den saal dies zwang uns prinzessin ärgerlich aber was in aller welt hat jetzt der herzog dort zu tun wo aber wo bleibt er denn was zögert er warum erscheint er nicht siehst du wie falsch man dich berichtet hat wie glücklich wär er schon in so viel zeit gewesen als du brauchtest mir zu erzählen daß ers werden wollte page der herzog fürcht ich prinzessin wiederum der herzog was will der hier was hat der tapfe mann mit meiner stillen seligkeit zu schaffen den könnt er stehen lassen weiterschicken wen auf der welt kann man das nicht o wahrlich dein prinz versteht sich auf die liebe selbst so schlecht als wie es schien auf damenherzen er weiß nicht was Minuten sind still 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 ich höre kommen fort es ist der prinz page eilt hinaus hinweg hinweg wo hab ich meine laute er soll mich überraschen mein gesang soll ihm das zeichen geben ende von zweiter akt siebter auftritt don carlos in fand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller zweiter akt achter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die prinzessin und bald nachher don carlos prinzessin hat sich in eine ottomane geworfen und spielt carlos stürzt herein er erkennt die prinzessin und steht da wie vom donner gerührt gott wo bin ich prinzessin läßt die laute fallen ihm entgegen ah prinz carlos ja wahrhaftig carlos wo bin ich rasender betrug ich habe das rechte kabinett verfehlt prinzessin wie gut versteht es karl die zimmer sich zu merken wo damen ohne zeugen sind carlos prinzessin verzeihen sie prinzessin ich ich fand den vorsaal offen prinzessin kann das möglich sein mich deucht ja doch daß ich ihn selbst verschloss carlos das deucht sie nur das deucht sie doch versichert sie irren sich verschließen wollen ja das geb ich zu das glaub ich doch verschlossen verschlossen nicht wahrhaftig nicht ich höre auf einer laute jemand spielen war's nicht eine laute indem er sich zweifelhaft umsieht recht dort liegt sie noch und laute das weiß gott im himmel laute die lieb ich bis zur raserei ich bin ganz ohr ich weiß nichts von mir selber stürze ins kabinett der süßen künstlerin die mich so himmlisch rührte mich so mächtig bezauberte ins schöne aug zu sehen prinzessin ein liebenswürdiger vorwitz den sie doch sehr bald gestillt wie ich beweisen könnte nach einigem stillschweigen mit bedeutung o schätzen muß ich den bescheidnen mann der einem weib beschämung zu ersparen in solchen lügen sich verstrickt carlos treuherzig prinzessin ich fühle selber daß ich nur verschlimmre wo ich verbessern will erlassen sie mir eine rolle die ich durchzuführen so ganz und gar verdorben bin sie suchten auf diesem zimmer zuflucht vor der welt hier wollten sie von menschen unbehorcht den stillen wünschen ihres herzens leben ich sohn des unglücks zeige mich sogleich ist dieser schöne traum gestört dafür soll mich die schleunigste entfernung er will gehen prinzessin überrascht und betroffen doch sogleich wieder gefaßt prinz o das war boshaft carlos fürstin ich verstehe was dieser blick in diesem kabinett bedeuten soll und diese tugendhafte verlegenheit verehr ich weh dem manne den weibliches erröten mutig macht ich bin verzagt wenn weiber vor mir zittern prinzessin ist's möglich ein gewissen ohne beispiel für einen jungen mann und königssohn ja prinz jetzt vollends müssen sie mir bleiben jetzt bitt ich selbst darum bei so viel tugend erholt sich jedes mädchens angst doch wissen sie daß ihre plötzliche erscheinung mich bei meiner liebsten arie erschreckte sie führt ihn zum sofa und nimmt ihre laute wieder die arie prinz carlos werde ich wohl noch einmal spielen müssen ihre strafe soll sein mir zuzuhören carlos er setzt sich nicht ganz ohne zwang neben die fürstin eine strafe so wünschenswert als mein vergehen und wahrlich der inhalt war mir so willkommen war so göttlich schön daß ich zum drittenmal sie hören könnte prinzessin was sie haben alles gehört das ist abscheulich prinz es war ich glaube gar die rede von der liebe carlos und irr ich nicht von einer glücklichen der schönste text in diesem schönen munde doch freilich nicht so wahr gesagt als schön prinzessin nicht nicht so wahr und also zweifeln sie carlos ernsthaft ich zweifle fast ob carlos und die fürstin von eboli sich je verstehen können wenn liebe abgehandelt wird die prinzessin stutzt er bemerkt es und fährt mit einer leichten galanterie fort denn wer wer wird es diesen rosen wangen glauben dass leidenschaft in dieser brust gewühlt läuft eine fürstin eboli gefahr umsonst und unerhört zu seufzen liebe kennt der allein der ohne hoffnung liebt prinzessin mit ihrer ganzen vorigen munterkeit o still das klingt ja fürchterlich und freilich scheint dieses schicksal sie vor allen andern und vollends heute heute zu verfolgen ihn bei der hand fassend mit einschmeichelndem interesse sie sind nicht fröhlich guter prinz sie leiden bei gott sie leiden ja wohl gar ist's möglich und warum leiden prinz bei diesem lauten berufe zum genuß der welt bei allen geschenken der verschwendrischen natur und allem anspruch auf des lebens freuden sie eines großen königs sohn und mehr weit mehr als das schon in der fürstenwiege mit gaben ausgestattet die sogar auch ihres ranges sonnenglanz verdunkeln sie der im ganzen strengen rad der weiber bestochne richter sitzen hat der weiber die über männerwerth und männerruhm ausschließend ohne widerspruch entscheiden der wo er nur bemerkte schon erobert entzündet wo er kalt geblieben wo er glühen will mit paradiesen spielen und götterglück verschenken muß der mann den die natur zum glück von tausenden und wenigen mit gleichen gaben schmückte er selber sollte elend sein o himmel der du ihm alles alles gabst warum warum denn nur die augen ihm versagen womit er seine siege sieht carlos der die ganze zeit über in die tiefste zerstreuung versunken war wird durch das stillschweigen der prinzessin plötzlich zu sich selbst gebracht und fährt in die höhe vortrefflich ganz unvergleichlich fürstin singen sie mir diese stelle doch noch einmal prinzessin sieht ihn erstaunt an carlos wo waren sie indessen carlos springt auf ja bei gott sie mahnen mich zur rechten zeit ich muß muß fort muß eilends fort prinzessin hält ihn zurück wohin carlos in schrecklicher beängstigung hinunter ins freie lassen sie mich los mir wird als rauchte hinter mir die welt in flammen auf prinzessin hält ihn mit gewalt zurück was haben sie woher dies fremde unnatürliche betragen carlos bleibt stehen und wird nachdenkend sie ergreift diesen augenblick ihn zu sich auf den sofa zu ziehen sie brauchen ruhe lieber carl ihr blut ist jetzt in aufruhr setzen sie sich zu mir weg mit den schwarzen fieberfantasien wenn sie sich selber offenherzig fragen weiß dieser kopf was dieses herz beschwert und wenn er's nun auch wüßte sollte denn von allen rittern dieses hofs nicht einer von allen damen keine sie zu heilen sie zu verstehen wollte ich sagen keine von allen damen keine sie zu heilen sie zu verstehen wollte ich sagen keine von allen damen unwürdig sein carlos flüchtig gedankenlos vielleicht die fürstin von eboli prinzessin freudig rasch wahrhaftig carlos geben sie mir eine bittschrift ein empfehlungsschreiben an meinen vater geben sie man spricht sie gelten viel wer spricht das ha so war es der argwohn der dich stumm gemacht carlos wahrscheinlich ist die geschichte schon herum ich habe den schnellen einfall nach brabant zu gehen um bloß um meine sporen zu verdienen das will mein vater nicht der gute vater besorgt wenn ich die armeen kommandierte mein singen könnte drunter leiden prinzessin carlos sie spielen falsch gestehen sie sie wollen in dieser schlangenwindung mir entgehen hieher gesehen heuchler aug in auge wer nur von rittertaten träumt wird der gestehen sie wird der auch wohl so tief herab sich lassen bänder die den damen entfallen sind begierig wegzustehlen und sie verzeihen indem sie mit einer leichten fingerbewegung seine hemdkrause wegschnellt und eine bandschleife die da verborgen war wegnimmt so kostbar zu verwahren carlos mit befremdung zurücktretend prinzessin nein das geht zu weit ich bin verraten sie betrügt man nicht sie sind mit geistern mit dämonen einverstanden prinzessin darüber scheinen sie erstaunt darüber was soll die wette gelten prinz ich rufe geschichten in ihr herz zurück geschichten versuchen sie es fragen sie mich aus wenn selbst der laune gaukelein ein laut verstümmelt in die luft gehaucht ein lächeln von schnellem ernste wieder ausgelöscht wenn selber schon erscheinungen gebärden wo ihre seele fern war mir nicht entgangen sind urteilen sie ob ich verstand wo sie verstanden werden wollten carlos nun das ist wahrlich viel gewagt die wette soll gelten fürstin sie versprechen mir entdeckungen in meinem eignen herzen um die ich selber nie gewußt prinzessin etwas empfindlich und ernsthaft nie prinz besinnen sie sich besser sehn sie um sich dies kabinett ist keines von den zimmern der königin wo man das bißchen maske noch allenfalls zu loben fand sie stutzen sie werden plötzlich lauter glut o freilich wer sollte wohl so scharf klug so vermessen so müßig sein den carlos zu belauschen wenn carlos unbelauscht sich glaubt wer saß wie er beim letzten hofball seine dame die königin im tanze stehen ließ und mit gewalt ins nächste paar sich drängte statt seiner königlichen tänzerin der fürstin eboli die hand zu reichen ein irrtum prinz den der monarch sogar der eben jetzt erschienen war bemerkte carlos mit ironischem lächeln auch sogar der ja freilich gute fürstin für den besonders war das nicht prinzessin so wenig als jener auftritt in der schlosskapelle worauf sich wohl prinz carlos selbst nicht mehr besinnen wird sie lagen zu den füßen der heilgen jungfrau in gebet ergossen als plötzlich konnten sie dafür die kleider gewisser damen hinter ihnen rauschten da fing don philipps heldenmütger sohn gleich einem ketzer vor dem heilgen amte zu zittern an auf seinen bleichen lippen starb das vergiftete gebet im taumel der leidenschaft es war ein possenspiel zum rührenprinz ergriffen sie die hand der mutter gottes heilge kalte hand und feuerküsse regnen auf den marmor carlos sie tun mir unrecht fürstin das war andacht prinzessin ja dann ist's etwas anders prinz dann freilich war's damals auch nur furcht vor dem verluste als carlos mit der königin und mir beim spielen saß und mit bewundernswerter geschicklichkeit mir diesen handschuh stahl carlos springt bestürzt auf den er zwar gleich nachher so artig war statt einer karte wieder auszuspielen carlos o gott 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 was hab ich da gemacht nichts was sie widerrufen werden hoff ich wie froh erschrak ich als mir unvermutet ein briefchen in die finger kam daß sie in diesen handschuh zu verstecken wußten es war die rührendste romanze prinz die carlos hier rasch ins wort fallend poesie nichts weiter mein gehirn treibt öfters wunderbare blasen auf die schnell wie sie entstanden sind zerspringen das war es alles schweigen wir davon prinzessin vor erstaunen von ihm weggehend und ihn eine zeitlang aus der entfernung beobachtend ich bin erschöpft all meine proben gleiten von diesem schlangenglatten sonderling sie schweigt einige augenblicke doch wie wärs ungeheurer männer stolz der nur sich desto süßer zu ergetzen die blödigkeit als larve brauchte ja sie nährt sich dem prinzen wieder und betrachtet ihn zweifelhaft belehren sie mich endlich prinz ich stehe vor einem zauberisch verschlossenen schrank wo alle meine schlüssel mich betrügen carlos wie ich vor ihnen prinzessin sie verlässt ihn schnell geht einige mal stillschweigend im kabinett auf und nieder und scheint über etwas wichtiges nachzudenken endlich nach einer großen pause ernsthaft und feierlich endlich sei es denn ich muss einmal zu reden mich entschließen zu meinem richter wähl ich sie sie sind ein edler mensch ein mann sind fürst und ritter an ihren busen werf ich mich sie werden mich retten prinz und wo ich ohne rettung verloren bin teilnehmend um mich weinen der prinz rückt näher mit erwartungsvollem teilnehmendem erstaunen ein frecher günstling des monarchen buhlt um meine hand ruhi gomez graf von silva der könig will schon ist man handelseinig ich bin der kreatur verkauft carlos heftig ergriffen verkauft und wiederum verkauft und wiederum von dem berühmten handelsmann in süden prinzessin nein hören sie erst alles nicht genug daß man der politik mich hingeopfert auch meiner unschuld stellt man nach da hier dies blatt kann diesen heiligen entlarven carlos nimmt das papier und hängt voll ungeduld an ihrer erzählung ohne sich zeit zu nehmen es zu lesen wo soll ich rettung finden prinz bis jetzt war es mein stolz der meine tugend schützte doch endlich carlos endlich fielen sie sie fielen nein nein um gottes willen nein prinzessin stolz und edel durch wen armselige vernünftelei wie schwach von diesen starken geistern weibergunst der liebe glück der wahre gleich zu achten worauf geboten werden kann sie ist das einzige auf diesem rund der erde was keinen käufer leidet als sich selbst die liebe ist der liebe preis sie ist der unschätzbare diamant den ich verschenken oder ewig ungenossen verscherren muss dem großen kaufmann gleich der ungerührt von des rialto gold und königen zum schimpfe seine perle dem reichen meere wiedergab zu stolz sie unter ihrem werte loszuschlagen carlos beim wunderbaren gott das weib ist schön prinzessin man nenn es grille eitelkeit gleich viel ich teile meine freuden nicht dem mann dem einzigen den ich mir auserlesen geb ich für alles alles hin ich schenke nur einmal aber ewig einen nur wird meine liebe glücklich machen einen doch diesen einzigen zum gott der seelen entzückender zusammenklang ein kuß der schäferstunde schwelgerische freuden der schönheit hohe himmlische magie sind eines strahles schwesterliche farben sind einer blume blätter nur ich sollte ich rasende ein abgerissenes blatt aus dieser blume schönem kelch verschenken ich selbst des weibes hohe majestät der gottheit großes meisterstück verstümmeln den abend eines prassers zu versüßen carlos unglaublich wie ein solches mädchen hatte madrid und ich und ich erfahr es heute zum erstenmal prinzessin längst hätt ich diesen hof verlassen diese welt verlassen hätte in heilgen mauern mich begraben doch ein einzig band ist noch zurück ein band das mich an diese welt allmächtig bindet ach ein phantom vielleicht doch mir so wert ich liebe und bin nicht geliebt carlos voll feuer auf sie zugehend sie sinds so wahr ein gott im himmel wohnt ich schwör es sie sinds und unaussprechlich prinzessin sie sie schwörens o das war meines engels stimme ja wenn freilich sie es schwören carl dann glaub ichs dann bin ichs carlos der sie voll zärtlichkeit in die arme schließt süßes seelenvolles mädchen anbetungswürdiges geschöpf ich stehe ganz ohr ganz auge ganz entzücken ganz bewunderung wer hätte dich gesehn wer unter diesem himmel dich gesehn und rühmte sich er habe nie geliebt doch hier an könig philipps hof was hier was schöner engel willst du hier bei pfaffen und pfaffenzucht das ist kein himmelsstrich für solche blumen möchten sie sie brechen sie möchten o ich glaub es gern doch nein so wahr ich leben atme nein ich schlinge den arm um dich auf meinen armen trag ich durch eine teufelvolle hölle dich ja laß mich deinen engel sein prinzessin mit dem vollen blick der liebe o carlos wie wenig hab ich sie gekannt wie reich und grenzenlos belohnt ihr schönes herz die schwere müh es zu begreifen sie nimmt seine hand und will sie küssen carlos der sie zurückzieht fürstin wo sind sie jetzt prinzessin mit feinheit und grazie indem sie starr in seiner hand sieht wie schön ist diese hand wie reich ist sie prinz diese hand hat noch zwei kostbare geschenke zu vergeben ein diadem und carlos herz und beides vielleicht an eine sterbliche an eine ein großes göttliches geschenk beinahe für eine sterbliche zu groß wie prinz wenn sie zu einer teilung sich entschlössen die königinnen lieben schlecht ein weib das lieben kann versteht sich schlecht auf kronen drum besser prinz sie teilen und gleich jetzt gleich jetzt wie oder hätten sie wohl schon sie hätten wirklich o dann um so besser und kenn ich diese glückliche carlos du sollst dir mädchen dir entdeck ich mich der unschuld der lautern unentheiligten natur entdeck ich mich an diesem hof bist du die würdigste die einzige die erste die meine seele ganz versteht ja denn ich leugnes nicht ich liebe prinzessin böser mensch so schwer ist das geständnis dir geworden beweinenswürdig mußt ich sein wenn du mich liebenswürdig finden solltest carlos stutzt was was ist das prinzessin solches spiel mit mir zu treiben o wahrlich prinz es war nicht schön sogar den schlüssel zu verleugnen carlos schlüssel schlüssel nach einem dumpfen besinnen ja so so war's nun merk ich o mein gott seine kniee wanken er hält sich an einen stuhl und verhüllt das gesicht prinzessin eine lange stille von beiden seiten die fürstin schreit laut und fällt abscheulich was hab ich getan carlos sich aufrichtend im ausbruch des heftigsten schmerzes so tief herabgestürzt von allen meinen himmeln o das ist schrecklich prinzessin das gesicht in das kissen verbergend was entdeck ich gott carlos vor ihr niedergeworfen ich bin nicht schuldig fürstin leidenschaft ein unglückselger mißverstand bei gott ich bin nicht schuldig prinzessin stößt ihn von sich weg aus meinen augen um gottes willen carlos nimmermehr in dieser entsetzlichen erschüttrung sie verlassen ihn mit gewalt wegdrängend aus großmut aus barmherzigkeit hinaus von meinen augen wollen sie mich morden ich hasse ihren anblick carlos will gehen meinen brief und meinen schlüssel geben sie mir wieder wo haben sie den anderen brief carlos den anderen was denn für einen anderen prinzessin den vom könig carlos zusammenschreckend von wem prinzessin den sie vorhin von mir bekamen carlos vom könig und an wen an sie prinzessin o himmel wie schrecklich hab ich mich verstrickt den brief heraus damit ich muss ihn wiederhaben carlos vom könig briefe und an sie prinzessin den brief im namen aller heiligen carlos der einen gewissen mir entlarven sollte diesen prinzessin ich bin des todes geben sie carlos der brief prinzessin in verzweiflung die hände ringend was hab ich unbesonnene gewagt carlos der brief der kam vom könig ja prinzessin das ändert freilich alles schnell das ist den brief frohlockend emporhaltend ein unschätzbarer schwerer teurer brief den alle kronen philips einzulösen zu leicht zu nichts bedeutend sind den brief behalt ich er geht prinzessin wirft sich ihm in den weg großer gott ich bin verloren zweiter akt neunter auftritt die prinzessin allein sie steht noch betäubt außer fassung nachdem er hinaus ist eilt sie ihm nach und will ihn zurückrufen prinz noch ein wort prinz hören sie er geht auch das noch er verachtet mich da steh ich in fürchterlicher einsamkeit verstoßen verworfen sie sinkt auf einen sessel nach einer pause nein verdrungen nur verdrungen von einer nebenbuhlerin er liebt kein zweifel mehr er hat es selbst bekannt doch wer ist diese glückliche so viel ist offenbar er liebt was er nicht sollte er fürchtet die entdeckung vor dem könig verkriecht sich seine leidenschaft warum vor diesem der sie wünschte oder ist's der vater nicht was er im vater fürchtet als ihm des königs buhlerische absicht verraten war da jauchzten seine mienen frohlockt er wie ein glücklicher wie kam es daß seine strenge tugend hier verstummte hier eben hier was kann denn er dabei er zu gewinnen haben wenn der könig der königin die sie hält plötzlich ein von einem gedanken überrascht zu gleicher zeit reißt sie die schleife die ihr carlos gegeben hat von dem busen betrachtet sie schnell und erkennt sie o ich rasende jetzt endlich jetzt wo waren meine sinne jetzt gehen mir die augen auf sie hatten sich lang geliebt eh der monarch sie wählte nie ohne sie sah mich der prinz sie also sie war gemeint wo ich so grenzenlos so warm so wahr mich angebetet glaubte o ein betrug der ohne beispiel ist und meine schwäche hab ich ihr verraten stillschweigen daß er ganz ohne hoffnung lieben sollte ich kann's nicht glauben hoffnungslose liebe besteht in diesem kampfe nicht zu schwelgen wo unerhört der glänzendste monarch der erde schmachtet wahrlich solche opfer bringt hoffnungslose liebe nicht wie feurig war nicht sein kuß wie zärtlich drückt er mich wie zärtlich an sein schlagend herz die probe war fast zu kühn für die romantische treue die nicht erwidert werden soll er nimmt den schlüssel an den wie er sich beredet die königin ihm zugeschickt er glaubt an diesen riesenschritt der liebe kommt kommt wahrlich kommt so traut er philipps frau die rasende entschließung zu wie kann er wenn hier nicht große proben ihn ermuntern es ist am tag er wird erhört sie liebt beim himmel diese heilige empfindet wie fein ist sie ich zitterte ich selbst vor dem erhabnen schreckbild dieser tugend ein höheres wesen ragt sie neben mir in ihrem glanz erlösch ich ihrer schönheit mißgönnt ich diese hohe ruhe frei von jeder wallung sterblicher naturen und diese ruhe war nur schein sie hätte an beiden tafeln schwelgen wollen hätte den götterschein der tugend schau getragen und doch zugleich des lasters heimliche entzückungen zu naschen sich erdreistet das dürfte sie das sollte ungerochen der gauklerin gelungen sein gelungen weil sich kein rächer meldet nein bei gott ich betete sie an das fordert rache der könig wisse den betrug der könig nach einigem besinnen ja recht das ist ein weg zu seinem ohre sie geht ab ein zimmer im königlichen palaste zehnter auftritt herzog von alba pater domingo domingo was wollten sie mir sagen alba eine wichtige entdeckung die ich heut gemacht worüber ich einen aufschluß haben möchte domingo welche entdeckung wovon reden sie alba prinz carlos und ich begegnen diesen mittag uns im vorgemach der königin ich werde beleidigt wir erhitzen uns der streit wird etwas laut wir greifen zu den schwertern die königin auf das getöse öffnet das zimmer wirft sich zwischen uns und sieht mit einem blick despotischer vertrautheit den prinzen an es war ein einziger blick sein arm erstarrt er fliegt an meinen hals ich fühle einen heißen kuß er ist verschwunden domingo nach einigem stillschweigen das ist sehr verdächtig herzog sie mahnen mich an etwas ähnliche gedanken ich gesteh es keimten längst in meiner brust ich flohe diese träume noch hab ich niemand sie vertraut es gibt zwei schneidgeklingen ungewisse freunde ich fürchte diese schwer zu unterscheiden noch schwerer zu ergründen sind die menschen entwichte worte sind beleidigte vertraute drum begrub ich mein geheimnis bis es die zeit ans licht hervorgewälzt gewisse dienste königen zu leisten ist mißlich herzog ein gewagter wurf der fehlt er seine beute auf den schützen zurückgeprallt ich wollte was ich sage auf eine hostie beschwören doch ein augenzeugnis ein erhaschtes wort ein blatt papier fällt schwerer in die waage als mein lebendigstes gefühl verwünscht daß wir auf spanschem boden stehn alba warum auf diesem nicht domingo an jedem andern hofe kann sich die leidenschaft vergessen hier wird sie gewarnt von ängstlichen gesetzen die spanschen königinnen haben müh zu sündigen ich glaub es doch zum unglück nur da gerade da nur wo es uns am besten glückte sie zu überraschen hören sie weiter carlos hatte heut gehör beim könig eine stunde währte die audienz er bat um die verwaltung der niederlande laut und heftig bat er ich hört es in dem kabinett sein auge war rot geweint als ich ihm an der türe begegnete den mittag drauf erscheint er mit einer miene des triumphs er ist entzückt daß mich der könig vorgezogen er dankt es ihm die sachen stehen anders sagt er und besser heucheln konnt er nie wie soll ich diese widersprüche reimen der prinz frohlockt hint angesetzt zu sein und mir erteilt der könig eine gnade mit allen zeichen seines zorns was muss ich glauben wahrlich diese neue würde sieht einer landsverweisung ähnlicher als einer gnade dahin also wär es gekommen dahin und ein augenblick zertrümmerte was wir in jahren bauten und sie so ruhig so gelassen kennen sie diesen jüngling ahnen sie was uns erwartet wenn er mächtig wird der prinz ich bin sein feind nicht andre sorgen nagen an meiner ruhe sorgen für den thron für gott und seine kirche der infant ich kenn ihn ich durchdringe seine seele hegt einen schrecklichen entwurf toledo den rasenden entwurf regent zu sein und unsern heilgen glauben zu entbehren sein herz entglüht für eine neue tugend die stolz und sicher und sich selbst genug von keinem glauben betteln will er denkt sein kopf entbrennt von einer seltsamen chimäre er verehrt den menschen herzog ob er zu unserm könig taugt alba phantomen was sonst vielleicht auch jugendlicher stolz der eine rolle spielen möchte bleibt ihm eine andere wahl das geht vorbei trifft ihn einmal die reihe zu befehlen domingo ich zweifle er ist stolz auf seine freiheit des zwanges ungewohnt womit man zwang zu kaufen sich bequemen muß taugt er auf unsern thron der kühne riesengeist wird unsrer staatskunst linien durchreißen umsonst versucht ich's diesen trotzgen mut in dieser zeiten wollust abzumatten er überstand die probe schrecklich ist in diesem körper dieser geist und philipp wird sechzig jahr alt alba ihre blicke reichen sehr weit domingo er und die königin sind eins schon schleicht verborgen zwar in beider brust das gift der neuerer doch bald genug gewinnt es raum wird es den thron ergreifen ich kenne diese valois fürchten wir die ganze rache dieser stillen feindin wenn philipp schwächen sich erlaubt noch ist das glück uns günstig kommen wir zuvor in eine schlinge stürzen beide jetzt ein solcher wink dem könige gegeben bewiesen oder nicht bewiesen viel ist schon gewonnen wenn er wankt wir selbst wir zweifeln beide nicht zu überzeugen fällt keinem überzeugten schwer es kann nicht fehlen wir entdecken mehr sind wir vorher gewiß daß wir entdecken müssen alba doch nun die wichtigste von allen fragen wer nimmt's auf sich den könig zu belehren domingo noch sie noch ich erfahren sie also was lange schon des großen planes voll mein stiller fleiß dem ziele zugetrieben noch mangelt unser bündnis zu vollenden die dritte wichtigste person der könig liebt die prinzessin eboli ich nähre die leidenschaft die meinen wünschen wuchert ich bin sein abgesandter unserm plane erzieh ich sie in dieser jungen dame gelingt mein werk soll eine bundsverwandtin soll eine königin uns blühn sie selbst hat jetzt in dieses zimmer mich berufen ich hoffe alles jene lilien von valois zerknickt ein spansches mädchen vielleicht in einer mitternacht alba was hör ich ist's wahrheit was ich jetzt gehört beim himmel das überrascht mich ja der streich vollendet dominikaner ich bewundre dich jetzt haben wir gewonnen domingo still wer kommt sie ist's sie selbst alba ich bin im nächsten zimmer wenn man domingo schon recht ich rufe sie der herzog von alba geht ab elfter auftritt die prinzessin domingo domingo zu ihren befehlen gnäd'ge fürstin dem herzog neugierig nachsehend sind wir etwa nicht ganz allein sie haben wie ich sehe noch einen zeugen bei sich domingo wie prinzessin wer war es der eben jetzt von ihnen ging domingo der herzog von alba gnäd'ge fürstin der nach mir um die erlaubnis bittet vorgelassen zu werden prinzessin herzog alba was will der was kann er wollen wissen sie vielleicht es mir zu sagen domingo ich und eh ich weiß was für ein vorfall von bedeutung mir das lang entbehrte glück verschafft der fürstin von eboli mich wiederum zu nähern pause worin er ihre antwort erwartet ob sich ein umstand endlich vorgefunden der für des königs wünsche spricht ob ich mit grund gehofft daß bessre überlegung mit einem anerbieten sie versöhnt das eigensinn das laune bloß verworfen ich komme voll erwartung prinzessin brachten sie dem könig meine letzte antwort domingo noch verschob ich's ihn so tödlich zu verwunden noch gnäd'ge fürstin ist es zeit es steht bei ihnen sie zu mildern prinzessin melden sie dem könig daß ich ihn erwarte domingo darf ich das für wahrheit nehmen schöne fürstin prinzessin für scherz doch nicht bei gott sie machen mir ganz bange wie was hab ich denn getan wenn sogar sie sie selber sich entfärben domingo prinzessin diese überraschung kaum kann ich es fassen prinzessin ja hochwürd'ger herr das sollen sie auch nicht um alle güter der welt möcht ich nicht haben daß sie's fasten genug für sie daß es so ist ersparen sie sich die mühe zu ergrübeln wessen beredsamkeit sie diese wendung danken zu ihrem trost setz ich hinzu sie haben nicht teil an dieser sünde auch wahrhaftig die kirche nicht ob schon sie mir bewiesen daß fälle möglich wären wo die kirche sogar die körper ihrer jungen töchter für höhere zwecke zu gebrauchen wüßte auch diese nicht dergleichen fromme gründe ehrwürd'ger herr sind mir zu hoch domingo sehr gerne prinzessin nehm ich sie zurück sobald sie überflüssig waren prinzessin bitten sie von meinetwegen den monarchen ja zu dieser handlung mich nicht zu verkennen was ich gewesen bin ich noch die lage der dinge nur hat seitdem sich verwandelt als ich sein anerbieten mit entrüstung zurück stieß da glaubt ich im besitze der schönsten königin ihn glücklich glaubte die treue gattin meines opfers wert das glaubt ich damals damals freilich jetzt jetzt weiß ich's besser domingo fürstin weiter weiter ich hör es wir verstehen uns prinzessin genug sie ist erhascht ich schone sie nicht länger die schlaue diebin ist erhascht den könig ganz spanien und mich hat sie betrogen sie liebt ich weiß es daß sie liebt ich bringe beweise die sie zittern machen sollen der könig ist betrogen doch bei gott er sei es ungerochen nicht die larve erhabner über menschlicher entsagung reiß ich ihr ab daß alle welt die stirne der sünderin erkennen soll es kostet mich einen ungeheuern preis doch das entzückt mich das ist mein triumph doch sie noch einen größern domingo nun ist alles reif erlauben sie daß ich den herzog rufe er geht hinaus erstaunt was wird das zwölfter auftritt die prinzessin herzog alba domingo der den herzog hereinführt unsre nachricht herzog alba kommt hier zu spät die fürstin eboli entdeckt uns ein geheimniß das sie eben von uns erfahren sollte alba mein besuch wird dann um so viel minder sie befremden ich traue meinen augen nicht dergleichen entdeckungen verlangen weiberblicke prinzessin sie sprechen von entdeckungen domingo wir wünschten zu wissen gnädge fürstin welchen ort und welche bessre stunde sie prinzessin auch das so will ich morgen mittag sie erwarten ich habe gründe dieses strafbare geheimniß länger nicht zu bergen es nicht länger mehr dem könig zu entziehn alba das war es was mich hergeführt sogleich muß der monarch es wissen und durch sie durch sie prinzessin muß er das wem sonst wem sollt er lieber glauben als der strengen der wachsamen gespielin seines weibes domingo wem mehr als ihnen die sobald sie will ihn unumschränkt beherrschen kann ich bin erklärter feind des prinzen domingo eben das ist man gewohnt von mir vorauszusetzen die fürstin eboli ist frei wo wir verstummen müssen zwingen pflichten sie zu reden pflichten ihres amts der könig entflieht uns nicht wenn ihre winke wirken und dann vollenden wir das werk alba doch bald gleich jetzt muß das geschehn die augenblicke sind kostbar jede nächste stunde kann mir den befehl zum abmarsch bringen domingo sich nach einigem überlegen zur fürstin kehrend ob sich briefe finden ließen briefe freilich von dem infanten aufgefangen müßten hier wirkung tun laß sehen nicht wahr ja sie schlafen doch so deucht mir in demselben gemache mit der königin prinzessin zunächst an diesem doch was soll mir das domingo wer sich auf schlösser gut verstünde haben sie bemerkt wo sie den schlüssel zur schatulle gewöhnlich zu bewahren pflegt prinzessin nachdenkend das könnte zu etwas führen ja der schlüssel wäre zu finden denk ich domingo briefe wollen boten der königin gefolg ist groß wer hier auf eine spur geraten könnte gold vermag zwar viel alba hat niemand wahrgenommen ob der infant vertraute hat domingo nicht einen in ganz madrid nicht einen alba das ist seltsam domingo das dürfen sie mir glauben er verachtet den ganzen hof ich habe meine proben alba doch wie hier eben fällt mir ein als ich von dem gemach der königin herauskam stand der infant bei einem ihrer pachen sie sprachen heimlich prinzessin rasch einfallend nicht doch nein das war das war von etwas anderm domingo können wir das wissen nein der umstand ist verdächtig zum herzog und kannten sie den pagen prinzessin kinderpossen was wird's auch sonst gewesen sein genug ich kenne das wir sehn uns also wieder eh ich den könig spreche unterdessen entdeckt sich viel domingo sie auf die seite führend und der monarch darf hoffen ich darf es ihm verkündigen gewiß und welche schöne stunde seinen wünschen erfüllung endlich bringen wird auch dies prinzessin in eingen tagen werd ich krank man trennt mich von der person der königin das ist an unserm hofe sitte wie sie wissen ich bleibe dann auf meinem zimmer domingo glücklich gewonnen ist das große spiel trotz sei geboten allen königinnen prinzessin horch man fragt nach mir die königin verlangt mich auf wiedersehen sie eilt ab ende von zweiter akt zwölfter auftritt don carlos in pfann von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller zweiter akt dreizehnter bis fünfzehnter auftritt dreizehnter auftritt alba domingo domingo nach einer pause worin er die prinzessin mit den augen begleitet hat herzog diese rosen und ihre schlachten alba und dein gott so will ich den blitz erwarten der uns stürzen soll sie gehen ab in einem kartäuser kloster vierzehnter auftritt don carlos der prior carlos zum prior in dem er hereintritt schon da gewesen also das beklag ich prior seit heute morgen schon das dritte mal vor einer stunde ging er weg carlos er will doch wiederkommen hinterließ er nicht prior vor mittag noch versprach er carlos an ein fenster und sich in der gegend umsehend euer kloster liegt weit ab von der straße dort hinzu sieht man noch türme von madrid ganz recht und hier fließt der mansanares die landschaft ist wie ich sie mir wünsche alles ist hier still wie ein geheimnis prior wie der eintritt ins andre leben carlos eurer redlichkeit hochwürdger herr hab ich mein kostbarstes mein heiligstes vertraut kein sterblicher darf wissen oder nur vermuten wen ich hier gesprochen und geheim ich habe sehr wichtige gründe vor der ganzen welt den mann den ich erwarte zu verleugnen drum wählt ich dieses kloster vor verrätern vor überfall sind wir doch sicher ihr besinnt euch noch was ihr mir zugeschworen prior vertrauen sie uns gnäd'ger herr der argwohn der könige wird gräber nicht durchsuchen das ohr der neugier liegt nur an den türen des glückes und der leidenschaft die welt hört auf in diesen mauern carlos denkt ihr etwa daß hinter diese vorsicht diese furcht ein schuldiges gewissen sich verkrieche prior ich denke nichts carlos ihr irrt euch frommer vater ihr irrt euch wahrlich mein geheimnis zittert vor menschen aber nicht vor gott prior mein sohn das kümmert uns sehr wenig diese freistadt steht dem verbrechen offen wie der unschuld ob was du vor hast gut ist oder übel recht schaffen oder lasterhaft das mache mit deinem eignen herzen aus carlos mit wärme was wir verheimlichen kann euern gott nicht schänden es ist sein eignes schönstes werk zwar euch euch kann ichs wohl entdecken prior zu was ende erlassen sie mirs lieber prinz die welt und ihr geräte liegt schon lange zeit versiegelt da auf jene große reise wozu die kurze frist vor meinem abschied noch einmal es erbrechen es ist wenig was man zur seligkeit bedarf die glocke zur hora lautet ich muß beten gehn der prior geht ab fünfzehnter auftritt don carlos der marquis von posa tritt herein carlos ach endlich einmal endlich marquis welche prüfung für eines freundes ungeduld die sonne ging zweimal auf und zweimal unter seit das schicksal meines carlos sich entschieden und jetzt erst jetzt werd ich es hören sprich ihr seid versöhnt carlos wer marquis du und könig philipp und auch mit flandern ist's entschieden carlos dass der herzog morgen dahin reist das ist entschieden ja marquis das kann nicht sein das ist nicht soll ganz madrid belogen sein du hattest geheime audienz sagt man der könig carlos blieb unbewegt wir sind getrennt auf immer und mehr als wirs schon waren marquis du gehst nicht nach flandern carlos nein 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 marquis o meine hoffnung carlos das nebenbei o roderich seitdem wir uns verließen was hab ich erlebt doch jetzt vor allem deinen rat ich muß sie sprechen marquis 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 deine mutter nein wozu carlos ich habe hoffnung du wirst blass sei ruhig ich soll und werde glücklich sein doch davon ein andermal jetzt schaffe rat wie ich sie sprechen kann marquis was soll das worauf gründet sich dieser neue fiebertraum carlos nicht traum beim wundervollen gott nicht wahrheit wahrheit den brief des königs an die fürstin eboli hervorziehend in diesem wichtigen papier enthalten die königin ist frei vor menschenaugen wie vor des himmels augen frei da ließ und höre auf dich zu verwundern marquis den brief eröffnend was was seh ich eigenhändig vom monarchen nachdem er es gelesen an wen ist dieser brief carlos an die prinzessin von eboli vorgestern bringt ein page der königin von unbekannten händen mir einen brief und einen schlüssel man bezeichnet mir im linken flügel des palastes den die königin bewohnt ein kabinett wo eine dame mich erwarte die ich längst geliebt ich folge sogleich dem winke marquis rasender du folgst carlos ich kenne ja die handschrift nicht ich kenne nur eine solche dame wer als sie wird sich von carlos angebetet wähnen voll süßen schwindels flieg ich nach dem platze ein göttlicher gesang der aus dem innern des zimmers mir entgegenschallt dient mir zum führer ich eröffne das gemach und wen entdeck ich fühle mein entsetzen marquis o ich errate alles carlos ohne rettung war ich verloren roderich wär ich in eines engels hände nicht gefallen welch unglückselger zufall hintergangen von meiner blicke unvorsichtiger sprache gab sie der süßen täuschung sich dahin sie selber sei der abgott dieser blicke gerührt von meiner seele stillen leiden beredet sich großmütig unbesonnen ihr weiches herz mir liebe zu erwidern die ehrfurcht schien mir schweigen zu gebieten sie hat die kühnheit es zu brechen offen liegt ihre schöne seele mir marquis so ruhig erzählst du das die fürstin eboli durchschaute dich kein zweifel mehr sie drang in deiner liebe innerstes geheimnis du hast sie schwer beleidigt sie beherrscht den könig carlos zuversichtlich sie ist tugendhaft marquis sie ist's aus eigennutz der liebe diese tugend ich fürchte sehr ich kenne sie wie wenig reicht sie empor zu jenem ideale das aus der seele mütterlichem boden in stolzer schöner grazie empfangen freiwillig sproßt und ohne gärtners hülfe verschwenderische blüten treibt es ist ein fremder zweig mit nachgeahmtem süd in einem rauern himmelsstrich getrieben erziehung grundsatz nenn es wie du willst erworbne unschuld dem erhitzten blut durch list und schwere kämpfe abgerungen dem himmel der sie fordert und bezahlt gewissenhaft sorgfältig angeschrieben erwäge selbst wird sie der königin es je vergeben können daß ein mann an ihrer eignen schwer erkämpften tugend vorüberging sich für don philips frau in hoffnungslosen flammen zu verzehren carlos kennst du die fürstin so genau marquis gewiß nicht kaum daß ich zweimal sie gesehn doch nur ein wort laß mich noch sagen mir kam vor daß sie geschickt des lasters blößen mied daß sie sehr gut um ihre tugend wußte dann sah ich auch die königin o karl wie anders alles was ich hier bemerkte in angeborner stiller glorie mit sorgenlosem leichtsinn mit des anstands schulmäßiger berechnung unbekannt gleich ferne von verwegenheit und furcht mit festem heldenschritte wandelt sie die schmale mittelbahn des schicklichen unwissend daß sie anbetung erzwungen wo sie von eignem beifall nie geträumt erkennt mein karl auch hier in diesem spiegel auch jetzt noch seine eboli die fürstin blieb standhaft weil sie liebte liebe war in ihre tugend wörtlich einbedungen du hast sie nicht belohnt sie fällt carlos mit einiger heftigkeit nein nein nachdem er heftig auf und nieder gegangen nein sag ich dir o wüste roderich wie trefflich es ihn kleidet seinem karl der seligkeiten göttlichste den glauben an menschliche vortrefflichkeit zu stehlen marquis verdien ich das nein liebling meiner seele das wollt ich nicht bei gott im himmel nicht o diese eboli sie wär ein engel und ehrerbietig wie du selbst stürzt ich vor ihrer glorie mich nieder hätte sie dein geheimnis nicht erfahren carlos sieh wie eitel deine furcht ist hat sie andre beweise wohl als die sie selbst beschämen wird sie der rache trauriges vergnügen mit ihrer ehre kaufen marquis ein erröten zurückzunehmen haben manche schon der schande sich geopfert carlos mit heftigkeit aufstehend nein das ist zu hart zu grausam sie ist stolz und edel ich kenne sie und fürchte nichts umsonst versuchst du meine hoffnungen zu schrecken ich spreche meine mutter marquis jetzt wozu carlos ich habe nun nichts mehr zu schonen muß mein schicksal wissen sorge nur wie ich sie sprechen kann marquis und diesen brief willst du ihr zeigen wirklich willst du das carlos befrage mich darum nicht das mittel jetzt das mittel dass ich sie spreche marquis mit bedeutung sagtest du mir nicht du liebtest deine mutter du bist willens ihr diesen brief zu zeigen carlos sieht zur erde und schweigt carlos ich lese in deinen minen etwas mir ganz neu ganz fremd bis diesen augenblick du wendest die augen von mir warum wendest du die augen von mir so ist's wahr ob ich denn wirklich recht gelesen lass doch sehen carlos gibt ihm den brief der marquis zerreißt ihn carlos was bist du rasend mit gemäßigter empfindlichkeit wirklich ich gesteh es an diesem briefe lag mir viel marquis so schien es darum zerriss ich ihn der marquis ruht mit einem durchdringenden blick auf dem prinzen der ihn zweifelhaft ansieht langes stillschweigen sprich doch was haben entweihungen des königlichen bettes mit deiner deiner liebe denn zu schaffen war philipp dir gefährlich welches band kann die verletzten pflichten des gemahls mit deinen kühnern hoffnungen verknüpfen hat er gesündigt wo du liebst nun freilich lern ich dich fassen o wie schlecht hab ich bis jetzt auf deine liebe mich verstanden carlos wie roderich was glaubst du marquis o ich fühle wovon ich mich entwöhnen muß ja einst einst war's ganz anders da warst du so reich so warm so reich ein ganzer weltkreis hatte in deinem weiten busen raum das alles ist nun dahin von einer leidenschaft von einem kleinen eigennutz verschlungen dein herz ist ausgestorben keine träne dem ungeheuern schicksal der provinzen nicht einmal eine träne mehr o karl wie arm bist du wie bettelarm geworden seitdem du niemand liebst als dich carlos wirft sich in einen sessel nach einer pause mit kaum unterdrücktem weinen ich weiß daß du mich nicht mehr achtest marquis nicht so karl ich kenne diese aufwallung sie war verirrung lobenswürdiger gefühle die königin gehörte dir war dir geraubt von dem monarchen doch bis jetzt mißtrautest du bescheiden deinen rechten vielleicht war philipp ihrer wert du wagtest nur leise noch das urteil ganz zu sprechen der brief entschied der würdige warst du mit stolzer freude sahst du nun das schicksal der tyrannei des raubes überwiesen du jauchztest der beleidigte zu sein denn unrecht leiden schmeichelt großen seelen doch hier verirrte deine phantasie dein stolz empfand genugtuung dein herz versprach sich hoffnung sieh ich wußt es wohl du hattest diesmal selbst dich mißverstanden carlos gerührt nein roderich du irrest sehr ich dachte so edel nicht bei weitem nicht als du mich gerne glauben machen möchtest marquis bin ich denn so wenig hier bekannt sieh karl wenn du verirrest such ich allemal die tugend unter hunderten zu raten die ich des fehlers zeihen kann doch nun wir besser uns verstehen sei's du sollst die königin jetzt sprechen mußt sie sprechen carlos ihm um den hals fallend o wie erröd ich neben dir marquis du hast mein wort nun überlaß mir alles andre ein wilder kühner glücklicher gedanke steigt auf in meiner phantasie du sollst ihn hören karl aus einem schönern munde ich dränge mich zur königin vielleicht das morgen schon der ausgang sich erwiesen bis dahin karl vergiß nicht das ein anschlag den höhere vernunft gebar das leiden der menschheit drängt zehntausendmal vereitelt nie aufgegeben werden darf hörst du erinnre dich an flandern carlos alles alles was du und hohe tugend mir gebieten marquis geht an ein fenster die zeit ist um ich höre dein gefolge sie umarmen sich jetzt wieder kronprinz und vasall carlos du fährst sogleich zur stadt marquis sogleich carlos halt noch ein wort wie leicht war das vergessen eine nachricht dir äußerst wichtig briefe nach brabant erbricht der könig sei auf deiner hut die post des reichs ich weiß es hat geheime befehle marquis wie erfuhrst du das carlos don raimond von taxis ist mein guter freund marquis nach einigem stillschweigen auch das so nehmen sie den umweg über deutschland sie gehen ab zu verschiedenen türen ende von zweiter akt don carlos in pfand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller dritter akt erster bis dritter auftritt diese ist in öffentlichem besitz das schlafzimmer des königs erster auftritt auf dem nachttische zwei brennende lichter im hintergrunde des zimmers einige pagen auf den knien eingeschlafen der könig von oben herab halb ausgekleidet steht vor dem tische einen arm über den sessel gebeugt in einer nachdenkenden stellung vor ihm liegt ein medaillon und papiere könig daß sie sonst schwärmerin gewesen wer kann's leugnen nie konnt ich ihr liebe geben und dennoch schien sie mangel je zu fühlen so ist's erwiesen sie ist falsch hier macht er eine bewegung die ihn zu sich selbst bringt er sieht mit befremdung auf wo war ich wacht denn hier niemand als der könig was die lichter schon herabgebrannt doch nicht schon tag ich bin um meinen schlummer nimm ihn für empfangen an natur ein könig hat nicht zeit verlorne nächte nachzuholen jetzt bin ich wach und tag soll sein er löscht die lichter aus und öffnet eine fenstergardine indem er auf und nieder geht bemerkt er die schlafenden knaben und bleibt eine zeitlang schweigend vor ihnen stehen darauf zieht er die glocke schläft's irgend vielleicht in meinem vorsaal auch zweiter auftritt der könig graf lerma lerma mit bestürzung da er den könig gewahr wird befinden sich ihre majestät nicht wohl könig im linken pavillon war feuer hörtet ihr den lärmen nicht lerma nein ihre majestät könig nein wie und also hätt ich nur geträumt das kann von ungefähr nicht kommen schläft auf jenem flügel nicht die königin lerma ja ihre majestät könig der traum erschreckt mich man soll die wachen künftig dort verdoppeln hört ihr sobald es abend wird doch ganz ganz insgeheim ich will nicht haben daß ihr prüft mich mit den augen lerma ich entdecke ein brennend auge das um schlummer bittet darf ich es wagen ihre majestät an ein kostbares leben zu erinnern an völker zu erinnern die die spur durch wachter nacht mit fürchtender befremdung in solchen minen lesen würden nur zwei kurze morgenstunden schlafes könig mit zerstörten blicken schlaf schlaf find ich in es kurial solange der könig schläft ist er um seine krone der mann um seines weibes herz nein nein es ist verleumdung war es nicht ein weib ein weib das mir es flüsterte der name des weibes heißt verleumdung das verbrechen ist nicht gewiß bis mir's ein mann bekräftigt zu den pagen welche sich unterdessen ermuntert haben ruft herzog alba pagen gehen tretet näher graf ist's wahr er bleibt forschend vor dem grafen stehen o eines pulses dauer nur allwissenheit schwört mir ist's wahr ich bin betrogen bin ich's ist es wahr mein großer mein bester könig könig zurückfahrend könig könig nur und wieder könig keine bessere antwort als leeren hohlen widerhall ich schlage an diesen felsen und will wasser wasser für meinen heißen fieberdurst er gibt mir glühend gold lerma was wäre wahr mein könig könig nichts nichts verlaßt mich geht der graf will sich entfernen er ruft ihn noch einmal zurück ihr seid vermählt seid vater ja lerma ja ihre majestät könig vermählt und könnt es wagen eine nacht bei eurem herrn zu wachen euer haar ist silbergrau und ihr errötet nicht an eures weibes redlichkeit zu glauben o geht nach hause eben trefft ihr sie in eures sohns blutschändrischer umarmung glaubt eurem könig geht ihr steht bestürzt ihr seht mich mit bedeutung an weil ich ich selber etwa graue haare trage unglücklicher besinnt euch königinnen beflecken ihre tugend nicht ihr seid des todes wenn ihr zweifelt lerma mit hitze wer kann das in allen staaten meines königs wer ist frech genug mit giftigem verdacht die engelreine tugend anzuhauchen die beste königin so tief könig die beste und eure beste also auch sie hat sehr warme freunde um mich her find ich das muß ihr viel gekostet haben mehr als mir bekannt ist das sie geben kann ihr seid entlassen laßt den herzog kommen lerma schon hör ich ihn im vorsaal im begriff zu gehen könig mit gemildertem tone graf was ihr vorhin bemerkt ist doch wohl wahr gewesen mein kopf glüht von durchwachter nacht vergeßt was ich im wachen traum gesprochen hört ihr vergeßt es ich bin euer gnäd'ger könig er reicht ihm die hand zum kusse lerma geht und öffnet dem herzog von alba die türe dritter auftritt der könig und herzog von alba alba nähert sich dem könige mit ungewisser miene ein mir so überraschender befehl zu dieser außerordentlichen stunde er stutzt wie er den könig genauer betrachtet und dieser anblick könig hat sich niedergesetzt und das medaillon auf dem tische ergriffen er sieht den herzog eine lange zeit stillschweigend an also wirklich wahr ich habe keinen treuen diener alba steht betreten still wie könig ich bin aufs tödlichste gekränkt man weiß es und niemand der mich warnte alba mit einem blick des erstaunens eine kränkung die meinem könig gilt und meinem aug entging könig zeigt ihm die briefe erkennt ihr diese hand alba es ist don carlos hand könig pause worin er den herzog scharf beobachtet vermutet ihr noch nichts ihr habt vor seinem ehrgeiz mich gewarnt was nur sein ehrgeiz dieser nur wovor ich zittern sollte alba ehrgeiz ist ein großes ein weites wort worin unendlich viel noch liegen kann könig und wißt ihr nichts besonders mir zu entdecken alba nach einigem stillschweigen mit verschlossener miene ihre majestät vertrauten meiner wachsamkeit das reich dem reiche bin ich mein geheimstes wissen und meine einsicht schuldig was ich sonst vermute denke oder weiß gehört mir eigen zu es sind geheiligte besitzungen die der verkaufte sklave wie der vasall den königen der erde zurückzuhalten vorrecht hat nicht alles was klar vor meiner seele steht ist reif genug für meinen könig will er doch befriedigt sein so muß ich bitten nicht als herr zu fragen könig gibt ihm die briefe lest alba liest und wendet sich erschrocken gegen den könig wer war der rasende dies unglückselge blatt in meines königs hand zu geben könig was so wißt ihr wen der inhalt meint der name ist wie ich weiß auf dem papier vermieden alba betroffen zurücktretend ich war zu schnell könig ihr wißt alba nach einigem bedenken es ist heraus mein herr befiehlt ich darf nicht mehr zurücke ich leugne es nicht ich kenne die person könig aufstehend in einer schrecklichen bewegung o einen neuen tod hilf mir erdenken der rache fürchterlicher gott so klar so weltbekannt so laut ist das verständnis das man des forschens mühe überhoben schon auf den ersten blick es rät das ist zuviel das hab ich nicht gewußt das nicht ich also bin der letzte der es findet der letzte durch mein ganzes reich alba wirft sich dem könig zu füßen ja ich bekenne mich schuldig gnädigster monarch ich schäme mich einer feigen klugheit die mir da zu schweigen riet wo meines königs ehre gerechtigkeit und wahrheit laut genug zu reden mich bestürmten weil doch alles verstummen will weil die bezauberung der schönheit aller männer zungen bindet so sei's gewagt ich rede weiß ich gleich daß eines sohns einschmeichelnde beteuerung daß die verführerischen reizungen die tränen der gemahlin könig rasch und heftig stehet auf ihr habt mein königliches wort steht auf sprecht unerschrocken alba aufstehend ihre majestät besinnen sich vielleicht noch jenes vorfalls im garten zu aranjuez sie fanden die königin von allen ihren damen verlassen mit zerstörtem blick allein in einer abgelegnen laube könig ha was werd ich hören weiter alba die marquisin von mondekar ward aus dem reich verbannt weil sie großmut genug besaß sich schnell für ihre königin zu opfern jetzt sind wir berichtet die marquisin hatte nicht mehr getan als ihr befohlen worden der prinz war dort gewesen könig schrecklich auffahrend dort gewesen doch also alba eines mannes spur im sande die von dem linken eingang dieser laube nach einer grotte sich verlor wo noch ein schnupftuch lag das der infant vermißte erweckte gleich verdacht ein gärtner hatte dem prinzen dort begegnet und das war beinah auf die minute ausgerechnet dieselbe zeit wo eure majestät sich in der laube zeigten könig aus einem finstern nachsinnen zurückkommend und sie weinte als ich befremdung blicken ließ sie machte vor meinem ganzen hofe mich erröten erröten vor mir selbst bei gott ich stand wie ein gerichteter vor ihrer tugend eine lange und tiefe stille er setzt sich nieder und verhüllt das gesicht ja herzog alba ihr habt recht das könnte zu etwas schrecklichem mich führen lasst mich einen augenblick allein alba mein könig selbst das entscheidet noch nicht ganz könig nach den papieren greifend auch das nicht und das und wieder das und dieser laute zusammenklang verdammender beweise o es ist klärer als das licht was ich schon lange zeit voraus gewußt der frevel begann schon da als ich von euren händen sie in madrid zuerst empfing noch seh ich mit diesem blick des schreckens geisterbleich auf meinen grauen haaren sie verweilen da fing es an das falsche spiel alba dem prinzen starb eine braut in seiner jungen mutter schon hatten sie mit wünschen sich gewiegt in feurigen empfindungen verstanden die ihr der neue stand verbot die furcht war schon besiegt die furcht die sonst das erste geständnis zu begleiten pflegt und kühner sprach die verführung in vertrauten bildern erlaubter rückerinnerung verschwistert durch harmonie der meinung und der jahre durch gleichen zwang erzürnt gehorchten sie den wallungen der leidenschaft so dreister die politik griff ihrer neigung vor ist es zu glauben mein monarch daß sie dem staatsrat diese vollmacht zuerkannte daß sie die lüsternheit bezwang die wahl des kabinetts aufmerksamer zu prüfen sie war gefasst auf liebe und empfing ein diadem könig beleidigt und mit bitterkeit ihr unterscheidet sehr sehr weise herzog ich bewundre eure beredsamkeit ich dank euch aufstehend kalt und stolz ihr habt recht die königin hat sehr gefehlt mir briefe von diesem inhalt zu verbergen mir die strafbare erscheinung des infanten im garten zu verheimlichen sie hat aus falscher großmut sehr gefehlt ich werde sie zu bestrafen wissen er zieht die glocke wer ist sonst im vorsaal euer herzog alba bedarf ich nicht mehr tretet ab alba sollt ich durch meinen eifer eurer majestät zum zweitenmal mißfallen haben könig zu einem pagen der hereintritt laßt domingo kommen der page geht ab ich vergeb es euch daß ihr beinahe zwei minuten lang mich ein verbrechen hättet fürchten lassen das gegen euch begangen werden kann dritter auftritt don carlos in pfann von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller dritter akt vierter bis neunter auftritt vierter auftritt der könig domingo der könig geht einige mal auf und ab sich zu sammeln domingo tritt einige minuten nach dem herzog herein nähert sich dem könige den er eine zeitlang mit feierlicher stille betrachtet wie froh erstaun ich eure majestät so ruhig so gefaßt zu sehn könig erstaunt ihr domingo der vorsicht seys gedankt daß meine furcht doch also nicht gegründet war nun darf ich um so eher hoffen könig eure furcht was war zu fürchten domingo ihre majestät ich darf nicht bergen daß ich all bereits um ein geheimnis weiß könig finster hab ich denn schon den wunsch geäußert es mit euch zu teilen wer kam so unberufen mir zuvor sehr kühn bei meiner ehre domingo mein monarch der ort der anlaß wo ich es erfahren das siegel unter dem ich es erfahren spricht wenigstens von dieser schuld mich frei am beichtstuhl ward es mir vertraut vertraut als missethat die das empfindliche gewissen der entdeckerin belastet und gnade bei dem himmel sucht zu spät beweint die fürstin eine that von der sie ursach hat die fürchterlichsten folgen für ihre königin zu ahnen könig wirklich das gute herz ihr habt ganz recht vermutet weswegen ich euch rufen ließ ihr sollt aus diesem dunkeln labyrinth mich führen worrein ein blinder eifer mich geworfen von euch erwart ich wahrheit redet offen mit mir was soll ich glauben was beschließen von eurem amte fordre ich wahrheit domingo sire wenn meines standes mildigkeit mir auch der schonung süße pflicht nicht auferlegte doch würd ich eure majestät beschwören um ihrer ruhe willen sie beschwören bei dem entdeckten stillzustehn das forschen in ein geheimnis ewig aufzugeben das niemals freudig sich entwickeln kann was jetzt bekannt ist kann vergeben werden ein wort des königs und die königin hat nie gefehlt der wille des monarchen verleiht die tugend wie das glück und nur die immer gleiche ruhe meines königs kann die gerüchte mächtig niederschlagen die sich die lästerung erlaubt könig gerüchte von mir und unter meinem volke domingo lügen verdammenswerte lügen ich beschwör es doch freilich gibt es fälle wo der glaube des volks und wär er noch so unerwiesen bedeutend wie die wahrheit wird könig bei gott und hier gerade wär es domingo guter name ist das kostbare um welches die königin mit einem bürgerweibe wetteifern muß könig für den doch will ich hoffen hier nicht gezittert werden soll er ruht mit ungewissem blick auf domingo nach einem stillschweigen kaplan ich soll noch etwas schlimmes von euch hören verschiebt es nicht schon lange lese ich es in diesem unglück bringenden gesichte heraus damit sei's was es wolle laßt nicht länger mich auf dieser folter beben was glaubt das volk domingo noch einmal sire das volk kann irren und es irrt gewiß was es behauptet darf den könig nicht erschüttern nur daß es so weit schon sich wagen durfte dergleichen zu behaupten könig was muß ich so lang um einen tropfen gift euch bitten domingo das volk denkt an den monat noch zurück der eure königliche majestät dem tode nahe brachte dreißig wochen nach diesem liest es von der glücklichen entbindung der könig steht auf und zieht die glocke herzog von alba tritt herein domingo betroffen ich erstaune sire könig dem herzog alba entgegengehend toledo ihr seid ein mann schützt mich vor diesem priester domingo er und herzog alba geben sich verlegne blicke nach einer pause wenn wir voraus es hätten wissen können daß diese nachricht an dem überbringer geahndet werden sollte könig bastard sagt ihr ich war sagt ihr vom tode kaum erstanden als sie sich mutter fühlte wie das war ja damals wenn ich anders mich nicht irre als ihr den heiligen dominikus in allen kirchen für das hohe wunder lobtet daß er an mir gewirkt was damals wunder gewesen ist es jetzt nicht mehr so habt ihr damals oder heute mir gelogen an was verlangt ihr daß ich glauben soll o ich durchschaue euch wäre das komplott schon damals reif gewesen ja dann war der heilige um seinen ruhm alba komplott könig ihr solltet mit dieser beispiellosen harmonie jetzt in derselben meinung euch begegnen und doch nicht einverstanden sein mich wollt ihr das bereden mich ich soll vielleicht nicht wahrgenommen haben wie erpicht und gierig ihr auf euren raub euch stürztet mit welcher wollust ihr an meinem schmerz an meines zornes wallung euch geweidet nicht merken soll ich wie voll eifer dort der herzog brennt der gunst zuvor zu eilen die meinem sohn beschieden war wie gerne der fromme mann hier seinen kleinen groll mit meines zornes riesenarm bewährte ich bin der bogen bildet ihr euch ein den man nur spannen dürfe nach gefallen noch hab ich meinen willen auch und wenn ich zweifeln soll so laßt mich wenigstens bei euch den anfang machen alba diese deutung hat unsere treue nicht erwartet könig treue die treue warnt vor drohenden verbrechen die rachgier spricht von den begangenen lasst hören was gewann ich denn durch eure dienstfertigkeit ist was ihr vorgebt wahr was bleibt mir übrig als der trennung wunde der rache trauriger triumph doch nein ihr fürchtet nur ihr gebt mir schwankende vermutungen am absturz einer hölle laßt ihr mich stehen und entflieht domingo sind andere beweise möglich wo das auge selbst nicht überwiesen werden kann könig nach einer großen pause ernst und feierlich zu domingo sich wendend ich will die großen meines königreichs versammeln und selber zu gerichte sitzen tretet heraus vor allen habt ihr mut und klaget als eine buhlerin sie an sie soll des todes sterben ohne rettung sie und der infant soll sterben aber merkt euch kann sie sich reinigen ihr selbst wollt ihr die wahrheit durch ein solches opfer ehren entschließet euch ihr wollt nicht ihr verstummt ihr wollt nicht das ist eines lügners eifer alba der still schweigend in der ferne gestanden kalt und ruhig ich will es könig dreht sich erstaunt um und sieht den herzog eine zeitlang starr an das ist kühn doch mir fällt ein daß ihr in scharfen schlachten euer leben an etwas weit geringeres gewagt mit eines würfelspielers leichtsinn für des ruhmes unding es gewagt und was ist euch das leben königliches blut geb ich dem rasenden nicht preis der nichts zu hoffen hat als ein geringes dasein erhaben aufzugeben euer opfer verwerf ich geht geht und im audienzsaal erwartet meine weiteren befehle beide gehen ab fünfter auftritt der könig allein jetzt gib mir einen menschen gute vorsicht du hast mir viel gegeben schenke mir jetzt einen menschen du du bist allein denn deine augen prüfen das verborgne ich bitte dich um einen freund denn ich bin nicht wie du allwissend die gehilfen die du mir zugeordnet hast was sie mir sind weißt du was sie verdienen haben sie mir gegolten ihre zahmen laster beherrscht vom zaume dienen meinen zwecken wie deine wetter reinigen die welt ich brauche wahrheit ihre stille quelle im dunkeln schutt des irrtums aufzugraben ist nicht das los der könige gib mir den seltenen mann mit reinem offnen herzen mit hellem geist und unbefangnen augen der mir sie finden helfen kann ich schütte die lose auf laß unter tausenden die um der hoheit sonnenscheibe flattern den einzigen mich finden er öffnet eine schatulle und nimmt eine schreibtafel heraus nachdem er eine zeit lang darin geblättert bloße namen nur namen stehen hier und nicht einmal erwähnung des verdienst dem sie den platz auf dieser tafel danken und was ist vergesslicher als dankbarkeit doch hier auf dieser andern tafel les ich jede vergehung pünktlich beigeschrieben wie das ist nicht gut braucht etwa das gedächtnis der rache dieser hilfe noch liest weiter graf egmont was will der hier der sieg bei st quentin war längst verwirkt ich werfe ihn zu den toten er löscht diesen namen aus und schreibt ihn auf die andere tafel nachdem er weiter gelesen marquis von posa 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 kann ich dieses menschen mich doch kaum besinnen und zweifach angestrichen ein beweis dass ich zu großen zwecken ihn bestimmte und war es möglich dieser mensch entzog sich meiner gegenwart bis jetzt vermied die augen seines königlichen schuldners bei gott im ganzen umkreis meiner staaten der einsge mensch der meiner nicht bedarf besäß er habsucht oder ehrbegierde er wäre längst vor meinem thron erschienen wag ichs mit diesem sonderling wer mich entbehren kann wird wahrheit für mich haben er geht ab der audienzsaal sechster auftritt don carlos im gespräch mit dem prinzen von parma die herzoge von alba feria und medina sidonia graf von lerma und noch andere granden mit schriften in der hand alle den könig erwartend medina sidonia von allen umstehenden sichtbar vermieden wendet sich zum herzog von alba der allein und in sich gekehrt auf und abgeht sie haben ja den herrn gesprochen herzog wie fanden sie ihn aufgelegt alba sehr übel für sie und ihre zeitungen medina sidonia im feuer des englischen geschützes war mirs leichter als hier auf diesem pflaster carlos der mit stiller teilnahme auf ihn geblickt hat nähert sich ihm jetzt und drückt ihm die hand warmen dank für diese großmutsvolle träne prinz sie sehen wie mich alles flieht nun ist mein untergang beschlossen carlos hoffen sie das beste freund von meines vaters gnade und ihrer unschuld medina sidonia ich verlor ihm eine flotte wie keine noch im meer erschien was ist ein kopf wie dieser gegen siebenzig versunkne gallionen aber prinz fünf söhne hoffnungsvoll wie sie das bricht mein herz auftritt der könig kommt angekleidet heraus die vorigen alle nehmen die hüte ab und weichen zu beiden seiten aus indem sie einen halben kreis um ihn bilden stillschweigen könig den ganzen kreis flüchtig durchschauend bedeckt euch don carlos und der prinz von parma nähern sich zuerst und küssen dem könig die hand er wendet sich mit einiger freundlichkeit zu dem letztern ohne seinen sohn bemerken zu wollen eure mutter neffe will wissen wie man in madrid mit euch zufrieden sei parma das frage sie nicht eher als nach dem ausgang meiner ersten schlacht könig gebt euch zufrieden auch an euch wird einst die reihe sein wenn diese stämme brechen zum herzog von feria was bringt ihr mir feria ein knie vor dem könig beugend der großkomptur des ordens von calatrava starb an diesem morgen hier folgt sein ritterkreuz zurück könig nimmt den orden und sieht im ganzen zirkel herum wer wird nach ihm am würdigsten es tragen er winkt alber zu sich welcher sich vor ihm auf ein knie niederlässt und hängt ihm den orden um herzog ihr seid mein erster feldherr seid nie mehr so wird euch meine gnade niemals fehlen er wird den herzog von medina sidonia gewahr sieh da mein admiral medina sidonia nähert sich wankend und kniet vor dem könige nieder mit gesenktem haupt das großer könig ist alles was ich von der spanischen jugend und der armada wiederbringe könig nach einem langen stillschweigen Gott ist über mir ich habe gegen menschen nicht gegen sturm und klippen sie gesendet seid mir willkommen in madrid er reicht ihm die hand zum kusse und dank dass ihr in euch mir einen würdgen diener erhalten habt für diesen meine granden erkenn ich ihn will ich erkannt ihn wissen er gibt ihm einen wink aufzustehen und sich zu bedecken dann wendet er sich gegen die andern was gibt es noch zu don carlos und dem prinzen von parma ich dank euch meine prinzen diese treten ab die noch übrigen granden nähern sich und überreichen dem könig kniend ihre papiere er durchsieht sie flüchtig und reicht sie dem herzog von alba legt das im kabinett mir vor bin ich zu ende niemand antwortet wie kommt es denn daß unter meinen granden sich nie ein marquis posa zeigt ich weiß recht gut daß dieser marquis posa mir mit ruhm gedient er lebt vielleicht nicht mehr warum erscheint er nicht der chevalier ist kürzlich erst von reisen angelangt die er durch ganz europa unternommen soeben ist er in madrid und wartet nur auf den öffentlichen tag sich zu den füßen seines oberherrn zu werfen alba marquis posa recht das ist der kühne malteser ihre majestät von dem der ruf die schwärmerische tat erzählte als auf des ordensmeisters aufgebot die ritter sich auf ihrer insel stellten die soliman belagern ließ verschwand auf einmal von alcalas hoher schule der achtzehnjährige jüngling ungerufen stand er vor lavalet man kaufte mir das kreuz sagt er ich will es jetzt verdienen von jenen vierzig rittern war er einer die gegen piali ulluk kiali und mustafa und hassem das kastell in drei wiederholten stürmen am hohen mittag hielten als es endlich erstiegen wird und um ihn alle ritter gefallen wirft er sich ins meer und kommt allein erhalten an bei lavalet zwei monate darauf verläßt der feind die insel und der ritter kommt zurück die angefangenen studien zu enden feria und dieser marquis posa war es auch der nachher die berüchtigte verschwörung in katalonien entdeckt und bloß durch seine fertigkeit allein der krone die wichtigste provinz erhielt könig ich bin erstaunt was ist das für ein mensch der das getan und unter dreien die ich frage nicht einen einzgen neider hat gewiss der mensch besitzt den ungewöhnlichsten charakter oder keinen wunderswegen muß ich ihn sprechen zum herzog von alba nach gehörter messe bringt ihn ins kabinett zu mir der herzog geht ab der könig ruft feria und ihr nehmt meine stelle im geheimen rate er geht ab feria der herr ist heut sehr gnädig medina sidonia sagen sie er ist ein gott er ist es mir gewesen feria wie sehr verdienen sie ihr glück ich nehme den wärmsten anteil admiral einer von den granden auch ich ein zweiter ich wahrlich auch ein dritter das herz hat mir geschlagen ein so verdienter general der könig war gegen sie nicht gnädig nur gerecht lerma im abgehen zu medina sidonia wie reich sind sie auf einmal durch zwei worte alle gehen ab das kabinett des königs achter auftritt marquis von posa und herzog von alba im hereintreten mich will er haben mich das kann nicht sein sie irren sich im namen und was will er denn von mir alba er will sie kennen lernen marquis der bloß neugier wegen o dann schade um den verlornen augenblick das leben ist so erstaunlich schnell dahin alba ich übergebe sie ihrem guten stern der könig ist in ihren händen nützen sie so gut sie können diesen augenblick und sich sich selber schreiben sie es zu geht er verloren er entfernt sich neunter auftritt der marquis allein wohlgesprochen herzog nützen muß man den augenblick der einmal nur sich bietet wahrlich dieser höfling gibt mir eine gute lehre wenn auch nicht in seinem sinne gut doch in dem meinen nach einigem auf und nieder gehen wie komm ich aber hieher eigensinn des launenhaften zufalls wär es nur was mir mein bild in diesen spiegeln zeigt aus einer million gerade mich den unwahrscheinlichsten ergriff und im gedächtnisse des königs auferweckte ein zufall nur vielleicht auch mehr und was ist zufall anders als der rohe stein der leben annimmt unter bildners hand den zufall gibt die vorsehung zum zwecke muß ihn der mensch gestalten was der könig mit mir auch wollen mag gleich viel ich weiß was ich ich mit dem könig soll und wär's auch eine feuerflocke wahrheit nur in des despoten seele kühn geworfen wie fruchtbar in der vorsicht hand so könnte was erst so grillenhaft mir schien sehr zweckvoll und sehr besonnen sein sein oder nicht gleich viel in diesem glauben will ich handeln er macht einige gänge durch das zimmer und bleibt endlich in ruhiger betrachtung vor einem gemälde stehen der könig erscheint in dem angrenzenden zimmer wo er einige befehle gibt alsdann tritt er herein steht an der türe still und sieht dem marquis eine zeitlang zu ohne von ihm bemerkt zu werden dritter akt neunter auftritt dritter akt zehnter auftritt der könig und marquis von posa dieser geht dem könig sobald er ihn gewahr wird entgegen und läßt sich vor ihm auf ein knie nieder steht auf und bleibt ohne zeichen der verwirrung vor ihm stehen könig betrachtet ihn mit einem blick der verwunderung mich schon gesprochen also marquis nein könig ihr machtet um meine krone euch verdient warum entzieht ihr euch meinem dank in meinem gedächtnis drängen sich der menschen viel allwissend ist nur einer euch kam's zu das auge eures königes zu suchen weswegen tatet ihr das nicht marquis es sind zween tage sire daß ich ins königreich zurückgekommen könig ich bin nicht gesonnen in meiner diener schuld zu stehen erbittet euch eine gnade marquis ich genieße die gesetze könig dies recht hat auch der mörder marquis wie viel mehr der gute bürger sire ich bin zufrieden könig vor sich viel selbstgefühl und kühner mut bei gott das war zu erwarten stolz will ich den spanier ich mag es gerne leiden wenn auch der becher überschäumt ihr trattet aus meinen diensten hör ich marquis einem bessern den platz zu räumen zog ich mich zurücke könig das tut mir leid wenn solche köpfe feiern wie viel verlust für meinen staat vielleicht befürchtet ihr die sphäre zu verfehlen die eures geistes würdig ist marquis o nein ich bin gewiß daß der erfahrne kenner in menschenseelen seinem stoff geübt beim ersten blicke wird gelesen haben was ich ihm taugen kann was nicht ich fühle mit demutsvoller dankbarkeit die gnade die eure königliche majestät durch diese stolze meinung auf mich häufen doch er hält inne könig ihr bedenket euch marquis ich bin ich muß gestehen sogleich nicht vorbereitet was ich als bürger dieser welt gedacht in worte ihres untertans zu kleiden denn damals sire als ich auf immer mit der krone aufgehoben glaubt ich mich auch der notwendigkeit entbunden ihr von diesem schritte gründe anzugeben könig so schwach sind diese gründe fürchtet ihr dabei zu wagen marquis wenn ich zeit gewinne sie zu erschöpfen sire mein leben höchstens die wahrheit aber setz ich aus wenn sie mir diese gunst verweigern zwischen ihrer ungnade und geringschätzung ist mir die wahl gelassen muß ich mich entscheiden so will ich ein verbrecher lieber als ein tor von ihren augen gehen könig mit erwartender miene nun marquis ich kann nicht fürstendiener sein der könig sieht ihn mit erstaunen an ich will den käufer nicht betrügen sire wenn sie mich anzustellen würdigen so wollen sie nur die vorgewogne tat sie wollen nur meinen arm und meinen mut im felde nur meinen kopf im rad nicht meine taten der beifall den sie finden an dem thron soll meiner taten endzweck sein mir aber mir hat die tugend eignen wert das glück das der monarch mit meinen händen pflanzte erschüf ich selbst und freude wäre mir und eigne wahl was mir nur pflicht sein sollte und ist das ihre meinung können sie in ihrer schöpfung fremde schöpfer dulden ich aber soll zum meißel mich erniedern wo ich der künstler könnte sein ich liebe die menschheit und in monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst könig dies feuer ist lobenswert ihr möchtet gutes stiften wie ihr es stiftet kann dem patrioten dem weisen gleich viel heißen suchet euch den posten aus in meinen königreichen der euch berechtigt diesem edeln triebe genug zu tun marquis ich finde keinen könig wie marquis was eure majestät durch meine hand verbreiten ist das menschenglück ist das dasselbe glück das meine reine liebe den menschen gönnt vor diesem glücke würde die majestät erzittern nein ein neues erschuf der krone politik ein glück das sie noch reich genug ist auszuteilen und in dem menschenherzen neue triebe die sich von diesem glücke stillen lassen in ihren münzen lässt sie wahrheit schlagen die wahrheit die sie dulden kann verworfen sind alle stempel die nicht diesem gleichen doch was der krone frommen kann ist das auch mir genug darf meine bruderliebe sich zur verkürzung meines bruders borgen weiß ich ihn glücklich eh er denken darf mich wählen sie nicht sire glückseligkeit die sie uns prägen auszustreuen ich muss mich weigern diese stempel auszugeben ich kann nicht fürstendiener sein könig etwas rasch ihr seid ein protestant marquis nach einigem bedenken ihr glaube sire ist auch der meinige nach einer pause ich werde mißverstanden das war es was ich fürchtete sie sehen von den geheimnissen der majestät durch meine hand den schleier weggezogen wer sichert sie dass mir noch heilig heiße was mich zu schrecken aufgehört ich bin gefährlich weil ich über mich gedacht ich bin es nicht mein könig meine wünsche verwesen hier die hand auf die brust gelegt die lächerliche wut der neuerung die nur der kettenlast die sie nicht ganz zerbrechen kann vergrößert wird mein blut nie erhitzen das jahrhundert ist meinem ideal nicht reif ich lebe ein bürger derer welche kommen werden kann ein gemälde ihre ruhe trüben ihr atem löscht es aus könig bin ich der erste der euch von dieser seite kennt marquis von dieser ja könig steht auf macht einige schritte und bleibt dem marquis gegenüber stehen vor sich neu zum wenigsten ist dieser ton die schmeichelei erschöpft sich nachzuahmen erniedrigt einen mann von kopf auch einmal die probe von dem gegenteil warum nicht das überraschende macht glück wenn ihr es so versteht gut so will ich mich auf eine neue kronbedienung richten den starken geist marquis ich höre sire wie klein wie niedrig sie von menschen würde denken selbst in des freien mannes sprache nur den kunstgriff eines schmeichlers sehen und mir deucht ich weiß wer sie dazu berechtigt die menschen zwangen sie dazu die haben freiwillig ihres adels sich begeben freiwillig sich auf diese niedre stufe herabgestellt erschrocken fliehen sie vor dem gespenste ihrer innern größe gefallen sich in ihrer armut schmücken mit feiger weisheit ihre ketten aus und tugend nennt man sie mit anstand tragen so überkamen sie die welt so ward sie ihrem großen vater überliefert wie könnten sie in dieser traurigen verstümmelung menschen ehren könig etwas wahres find ich in diesen worten marquis aber schade da sie den menschen aus des schöpfers hand in ihrer hände werk verwandelten und dieser neu gegossenen kreatur zum gott sich gaben da versahen sie's in etwas nur sie blieben selbst noch mensch mensch aus des schöpfers hand sie fuhren fort als sterblicher zu leiden zu begehren sie brauchen mitgefühl und einem gott kann man nur opfern zittern zu ihm beten bereuenswerter tausch unselige verdrehung der natur da sie den menschen zu ihrem seitenspiel herunterstürzten wer teilt mit ihnen harmonie könig bei gott ergreift in meine seele marquis aber ihnen bedeutet dieses opfer nichts dafür sind sie auch einzig ihre eigne gattung um diesen preis sind sie ein gott und schrecklich wenn das nicht wäre wenn für diesen preis für das zertretne glück von millionen sie nichts gewonnen hätten wenn die freiheit die sie vernichteten das einsge wäre das ihre wünsche reifen kann ich bitte mich zu entlassen sire mein gegenstand reißt mich dahin mein herz ist voll der reiz zu mächtig vor dem einzigen zu stehen dem ich es öffnen möchte der graf von lerma tritt herein und spricht einige worte leise mit dem könig dieser gibt ihm einen wink sich zu entfernen und bleibt in seiner vorigen stellung sitzen könig zum marquis nachdem lerma weggegangen redet aus marquis nach einigem stillschweigen ich fühle sire den ganzen wert könig vollendet ihr hattet mir noch mehr zu sagen marquis sire jüngst kam ich an von flandern und brabant so viele reiche blühende provinzen ein kräftiges ein großes volk und auch ein gutes volk und vater dieses volkes das dacht ich das muß göttlich sein da stieß ich auf verbrannte menschliche gebeine hier schweigt er still seine augen ruhen auf dem könig der es versucht diesen blick zu erwidern aber betroffen und verwirrt zur erde sieht sie haben recht sie müssen daß sie können was sie zu müssen eingesehen hat mich mit schauernder bewunderung durchdrungen o schade daß in seinem blut gewälzt das opfer wenig dazu taugt dem geist des opferers ein loblied anzustimmen daß menschen nur nicht wesen höherer art die weltgeschichte schreiben sanftere jahrhunderte verdrängen philipps zeiten die bringen mildere weisheit bürgerglück wird dann versöhnt mit fürstengröße wandeln der karge staat mit seinen kindern geizen und die notwendigkeit wird menschlich sein könig wann denkt ihr würden diese menschlichen jahrhunderte erscheinen hätt ich vor dem fluch des jetzigen gezittert seht in meinem spanien euch um hier blüht des bürgers glück in nie bewölktem frieden und diese ruhe gönn ich den flamendern marquis schnell die ruhe eines kirchhofs und sie hoffen zu endigen was sie begannen hoffen der christenheit gezeitigte verwandlung den allgemeinen frühling aufzuhalten der die gestalt der welt verjüngt sie wollen allein in ganz europa sich dem rade des weltverhängnisses das unaufhaltsam in vollem laufe rollt entgegenwerfen mit menschenarm in seine speichen fallen sie werden nicht schon flohen tausende aus ihren ländern froh und arm der bürger den sie verloren für den glauben war ihr edelster mit offnen mutterarmen empfängt die fliehenden elisabeth und furchtbar blüht durch künste unsres landes britannien verlassen von dem fleiß der neuen christen liegt grenada öde und jauchzend sieht europa seinen feind an selbstgeschlagnen wunden sich verbluten der könig ist bewegt der marquis bemerkt es und tritt einige schritte näher sie wollen pflanzen für die ewigkeit und säen tot ein so erzwungenes werk wird seines schöpfers geist nicht überdauern dem undank haben sie gebaut umsonst den harten kampf mit der natur gerungen umsonst ein großes königliches leben zerstörenden entwürfen hingeopfert der mensch ist mehr als sie von ihm gehalten des langen schlummers bande wird er brechen und wieder fordern sein geheiligt recht zu einem nero und busiris wirft er ihren namen und das schmerzt mich denn sie waren gut könig wer hat euch dessen so gewiß gemacht marquis mit feuer ja beim allmächtigen ja ja ich wiederhol es geben sie was sie uns nahmen wieder lassen sie großmütig wie der starke menschenglück aus ihrem füllhorn strömen geister reifen in ihrem weltgebäude geben sie was sie uns nahmen wieder werden sie von millionen königen ein könig er nähert sich ihm kühn indem er feste und feurige blicke auf ihn richtet o könnte die beredsamkeit von allen den tausenden die dieser großen stunde teilhaftig sind auf meinen lippen schweben den strahl den ich in diesen augen merke zur flamme zu erheben geben sie die unnatürliche vergöttrung auf die uns vernichtet werden sie uns muster des ewigen und wahren niemals 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 besaß ein sterblicher so viel so göttlich es zu gebrauchen alle könige europens huldigen dem spanischen namen gehen sie europens königen voran ein federzug von dieser hand und neu erschaffen wird die erde geben sie gedankenfreiheit sich ihm zu füßen werfend könig überrascht das gesicht weggewandt und dann wieder auf den marquis geheftet sonderbarer schwärmer doch stehet auf ich marquis sehen sie sich um in seiner herrlichen natur auf freiheit ist sie gegründet und wie reich ist sie durch freiheit er der große schöpfer wirft in einen tropfen tau den wurm und lässt noch in den toten räumen der verwesung die willkür sich ergetzen ihre schöpfung wie eng und arm das rauschen eines blattes erschreckt den herrn der christenheit sie müssen vor jeder tugend zittern er der freiheit entzückende erscheinung nicht zu stören er läßt des übels grauenvolles heer in seinem weltall lieber toben ihn den künstler wird man nicht gewahr bescheiden verhüllt er sich in ewige gesetze die sieht der freigeist doch nicht ihn wozu ein gott sagt er die welt ist sich genug und keines christen andacht hat ihn mehr als dieses freigeist's lästerung gepriesen könig und wollet ihr es unternehmen dies erhabne muster in der sterblichkeit in meinen staaten nachzubilden marquis sie sie können es wer anders weihen sie dem glück der völker die regentenkraft die ach so lang des thrones größe nur gewuchert hatte stellen sie der menschheit verlorenen adel wieder her der bürger sei wiederum was er zuvor gewesen der krone zweck ihn binde keine pflicht als seiner brüder gleich er wird gerechte wenn nun der mensch sich selbst zurückgegeben zu seines werts gefühl erwacht der freiheit erhabne stolze tugenden gedeihen dann sire wenn sie zum glücklichsten der welt ihr eignes königreich gemacht dann ist es ihre pflicht die welt zu unterwerfen könig nach einem großen stillschweigen ich ließ euch bis zu ende reden anders begreif ich wohl als sonst in menschenköpfen malt sich in diesem kopf die welt auch will ich fremdem maßstab euch nicht unterwerfen ich bin der erste dem ihr euer innerstes enthüllt ich glaub es weil ich's weiß um dieser enthaltung willen solche meinungen mit solchem feuer doch umfaßt verschwiegen zu haben bis auf diesen tag um dieser bescheidnen klugheit willen junger mann will ich vergessen daß ich sie erfahren und wie ich sie erfahren stehet auf ich will den jüngling der sich übereilte als greis und nicht als könig widerlegen ich will es weil ich's will gift also selbst find ich kann in gutartigen naturen zu etwas besserm sich veredeln aber flieht meine inquisition es sollte mir leid tun wirklich sollt es das könig in seinem anblick verloren ich habe solch einen menschen nie gesehen nein nein marki ihr tut mir zu viel ich will nicht nero sein ich will es nicht sein will es gegen euch nicht sein nicht alle glückseligkeit soll unter mir verdorren ihr selbst ihr sollet unter meinen augen fortfahren dürfen mensch zu sein marki rasch und meine mitbürger sire o nicht um mich war mir's zu tun nicht meine sache wollt ich führen und ihre untertanen sire könig und wenn ihr so gut wisset wie die folgezeit mich richten wird so lerne sie an euch wie ich mit menschen es gehalten als ich einen fand marki o der gerechteste der könige sei nicht mit einem male der ungerechteste in ihrem flandern sind tausend bessere als ich nur sie darf ich es frei gestehen großer könig sie sehn jetzt unter diesem sanftern bilde vielleicht zum erstenmal die freiheit könig mit gemildertem ernst nichts mehr von diesem inhalt junger mann ich weiß ihr werdet anders denken kennet ihr den menschen erst wie ich doch hätt ich euch nicht gern zum letztenmal gesehen wie fang ich es an euch zu verbinden marki lassen sie mich wie ich bin was wär ich ihnen sire wenn sie auch mich bestächen könig diesen stolz ertrag ich nicht ihr seid von heute an in meinen diensten keine einwendung ich will es haben nach einer pause nach einer pause aber wie was wollte ich denn war es nicht wahrheit was ich wollte und hier find ich noch etwas mehr ihr habt auf meinem thron mich ausgefunden marki nicht auch in meinem hause da sich der marki zu bedenken scheint ich versteh euch doch wär ich auch von allen vätern der unglücklichste kann ich nicht glücklich sein als gatte marki wenn ein hoffnungsvoller sohn wenn der besitz der liebenswürdigsten gemahlin einem sterblichen ein recht zu diesem namen geben sire so sind sie der glücklichste durch beides könig mit finstrer miene nein ich bin's nicht und daß ich's nicht bin hab ich tiefer nie gefühlt als eben jetzt mit einem blicke der wehmut auf dem marquis verweilend marquis der prinz denkt edel und gut ich hab ihn anders nie gefunden könig ich aber hab es was er mir genommen kann keine krone mir ersetzen eine so tugendhafte königin marquis wer kann es wagen sire könig die welt die lästerung ich selbst hier liegen zeugnisse die ganz unwidersprechlich sie verdammen andre sind noch vorhanden die das schrecklichste mich fürchten lassen aber marquis schwer schwer fällt es mir an eines nur zu glauben wer klagt sie an wenn sie sie fähig sollte gewesen sein so tief sich zu entehren o wieviel mehr ist mir zu glauben dann erlaubt daß eine eboli verleumdet haßt nicht der priester meinen sohn und sie und weiß ich nicht daß alba rache brütet mein weib ist mehr wert als sie alle marquis sire und etwas lebt noch in des weibes seele das über allen schein erhaben ist und über alle lästerung es heißt weibliche tugend könig ja das sag ich auch so tief als man die königin bezichtigt herabzusinken kostet viel so leicht als man mich überreden möchte reißen der ehre feine bande nicht ihr kennt den menschen marquis solch ein mann hat mir schon längst gemangelt ihr seid gut und fröhlich und kennet doch den menschen auch drum hab ich euch gewählt marquis überrascht und erschrocken mich sire könig ihr standet vor eurem herrn und habt nichts für euch selbst erbeten nichts das ist mir neu ihr werdet gerecht sein leidenschaft wird euren blick nicht irren dränget euch zu meinem sohn erforscht das herz der königin ich will euch vollmacht senden sie geheim zu sprechen und jetzt verlaßt mich er zieht eine glocke marquis kann ich es mit einer erfüllten hoffnung dann ist dieser tag der schönste meines lebens könig reicht ihm die hand zum kusse er ist kein verlorner in dem meinigen der marquis steht auf und geht graf lerma tritt herein der ritter wird künftig ungemeldet vorgelassen dritter akt don carlos in fand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt erster bis vierter auftritt diese saal bei der königin erster auftritt die königin die herzogin olivares die prinzessin von eboli die gräfin fuentes und noch andere damen königin zur oberhofmeisterin in dem sie aufsteht der schlüssel fand sich also nicht so wird man die schatulle mir erbrechen müssen und zwar sogleich da sie die prinzessin von eboli gewahr wird welche sich ihr nähert und ihr die hand küsst willkommen liebe fürstin mich freut sie wieder hergestellt zu finden zwar noch sehr blaß fuentes etwas tückisch die schuld des bösen fiebers das ganz erstaunlich an die nerven greift nicht wahr prinzessin königin sehr hab ich gewünscht sie zu besuchen meine liebe doch ich darf ja nicht olivares die fürstin eboli litt wenigstens nicht mangel an gesellschaft königin das glaub ich gern was haben sie sie zittern eboli nichts gar nichts meine königin ich bitte um die erlaubnis wegzugehen königin sie verhehlen uns sind kränker gar als sie uns glauben machen wollen auch das stehen wird ihnen sauer helfen sie ihr gräfin auf dieses taburet sich niedersetzen eboli im freien wird mir besser sie geht ab königin folgen sie ihr gräfin welche anwandlung ein page tritt herein und spricht mit der herzogin welche sich alsdann zur königin wendet olivares der marquis von posa er kommt von seiner majestät dem könig königin ich erwacht ihn der page geht ab und öffnet dem marquis die türe zweiter auftritt marquis von posa die vorigen der marquis läßt sich auf ein knie vor der königin nieder welche ihm einen wink gibt aufzustehen königin was ist meines herrn befehl darf ich ihn öffentlich marquis mein auftrag lautet an ihre königliche majestät allein die damen entfernen sich auf einen wink der königin dritter auftritt die königin marquis von posa königin voll verwunderung wie darf ich meinen augen trauen marquis sie an mich abgeschickt vom könig marquis dünkt das ihre majestät so sonderbar mir ganz und gar nicht königin nun so ist die welt aus ihrer bahn gewichen sie und er ich muß gestehen marquis das es seltsam klingt das mag wohl sein die gegenwärtge zeit ist noch an mehrern wunderdingen fruchtbar königin an größern kaum marquis gesetzt ich hätte mich bekehren lassen endlich wär es müde an philippshof den sonderling zu spielen den sonderling was heißt auch das wer sich den menschen nützlich machen will muß doch zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen wozu der sekte prahlerische tracht gesetzt wer ist von eitelkeit so frei um nicht für seinen glauben gern zu werben gesetzt ich ginge damit um den meinen auf einen thron zu setzen königin nein nein marquis auch nicht einmal im scherze möcht ich dieser unreifen einbildung sie zein sie sind der träumer nicht der etwas unternehme was nicht geendigt werden kann marquis das eben wär noch die frage denk ich königin was ich höchstens sie zeihen könnte marquis was von ihnen mich fast befremden könnte wäre wäre marquis zwei deutelei kann sein königin unredlichkeit zum wenigsten der könig wollte mir wahrscheinlich nicht durch sie entbieten lassen was sie mir sagen werden marquis nein königin und kann die gute sache schlimme mittel adeln kann sich verzeihen sie mir diesen zweifel ihr edler stolz zu diesem amte borgen kaum glaub ich es marquis auch ich nicht wenn es hier nur gelten soll den könig zu betrügen doch das ist meine meinung nicht ihm selbst gedenk ich diesmal redlicher zu dienen als er mir aufgetragen hat königin daran erkenn ich sie und nun genug was macht er marquis der könig wie es scheint bin ich sehr bald an meiner strengen richterin gerecht was ich so sehr nicht zu erzählen eile eilt ihre majestät wie mir geschienen noch weit weit weniger zu hören doch gehört muß es doch werden der monarch lässt ihre majestät ersuchen dem ambassadeur von frankreich kein gehör für heute zu bewilligen das war mein auftrag er ist abgetan königin und das ist alles marquis was sie mir von ihm zu sagen haben marquis alles ungefähr was mich berechtigt hier zu sein königin ich will mich gern bescheiden marquis nicht zu wissen was mir vielleicht geheimnis bleiben muß marquis das muß es meine königin zwar wären sie nicht sie selbst ich würde eilen sie von einigen dingen zu belehren vor gewissen menschen sie zu warnen doch das braucht es nicht bei ihnen die gefahr mag auf und unter gehen um sie her sie sollen's nie erfahren alles dies ist ja nicht so viel wert den goldnen schlaf von eines engels stirne zu verjagen auch war es das nicht was mich hergeführt prinz carlos königin wie verließen sie ihn marquis wie den einzigen weisen seiner zeit dem es verbrechen ist die wahrheit anzubeten und ebenso beherzt für seine liebe wie jener für die seinige zu sterben ich bringe wenig worte aber hier hier ist er selbst er gibt der königin einen brief königin nachdem sie ihn gelesen er muss mich sprechen sagt er marquis das sag ich auch königin wird es ihn glücklich machen wenn er mit seinen augen sieht dass ich es auch nicht bin marquis nein aber tätiger soll es ihn machen und entschlossner königin wie marquis der herzog alba ist ernannt nach flandern königin ernannt so hör ich marquis marquis widerrufen kann der könig nie wir kennen ja den könig doch wahr ist's auch hier darf der prinz nicht bleiben hier nicht jetzt vollends nicht und flandern darf nicht aufgeopfert werden königin königin wissen sie es zu verhindern marquis ja vielleicht das mittel ist fast so schlimm als die gefahr es ist verwegen wie verzweiflung doch ich weiß von keinem andern königin nennen sie mir's marquis ihnen nur ihnen meine königin wag ich es zu entdecken nur von ihnen kann es carlos hören ohne abscheu hören der name freilich den es führen wird klingt etwas rauh königin rebellion marquis er soll dem könig ungehorsam werden soll nach brüssel heimlich sich begeben wo mit offenen armen die flamender ihn erwarten alle niederlande stehen auf seine losung auf die gute sache wird stark durch einen königssohn er mache den spanischen thron durch seine waffen zittern was in madrid der vater ihm verweigert wird er in brüssel ihm bewilligen königin sie sprachen ihn heute und behaupten das marquis weil ich ihn heute sprach königin nach einer pause der plan den sie mir zeigen erschreckt und reizt mich auch zugleich ich glaube daß sie nicht unrecht haben die idee ist kühn und eben darum glaub ich gefällt sie mir ich will sie reifen lassen weiß sie der prinz marquis er sollte war mein plan aus ihrem mund zum erstenmal sie hören königin unstreitig die idee ist groß wenn anders des prinzen jugend marquis schadet nichts er findet dort einen egmont und oranien die braven krieger kaiser karls so klug im kabinett als fürchterlich im felde königin mit lebhaftigkeit nein die idee ist groß und schön der prinz muß handeln lebhaft fühl ich das die rolle die man hier in madrid ihn spielen sieht drückt mich an seiner stadt zu boden frankreich frankreich verspreche ich ihm savoyen auch ich bin ganz ihrer meinung marquis er muß handeln doch dieser anschlag fordert geld marquis auch das liegt schon bereit königin und dazu weiß ich rat marquis so darf ich so darf ich zu der zusammenkunft ihm hoffnung geben königin ich will mirs überlegen marquis carlos carlos dringt auf antwort so oft so oft ich es befehle marquis wie muß ich diese freiheit mir erklären marquis so arglos so arglos als sie immer können wir genießen sie das ist genug das ist für meine königin genug königin abbrechend abbrechend wie sollt es mich freuen marquis wenn der freiheit endlich noch diese zuflucht in europa bliebe wenn sie durch ihn es bliebe rechnen sie auf meinen stillen anteil marquis mit feuer o ich wußt es ich mußte hier verstanden werden herzogin olivarez erscheint an der türe königin fremd zum marquis was von meinem herrn dem könig kommt werd ich als ein gesetz verehren gehen sie ihm meine unterwerfung zu versichern sie gibt ihm einen wink der marquis geht ab galerie vierter auftritt don carlos und graf lerma carlos hier sind wir ungestört was haben sie mir zu entdecken lerma eure hoheit hatten an diesem hofe einen freund carlos den ich nicht wüsste wie was wollen sie damit lerma so muß ich um vergebung bitten daß ich mehr erfuhr als ich erfahren durfte doch eure hoheit zur beruhigung ich hab es wenigstens von treuer hand denn kurz ich hab es von mir selbst carlos von wem ist denn die rede lerma marquis posa carlos nun lerma wenn etwa mehr als jemand wissen darf von eurer hoheit ihm bewußt sein sollte wie ich beinahe fürchte carlos carlos wie sie fürchten lerma er war beim könig carlos so lerma zwo volle stunden und in sehr heimlichem gespräch carlos lerma 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 das erste war ich ihnen das zweite bin ich dem monarchen schuldig carlos sie haben recht lerma den marquis hab ich zwar als mann von ehre stets gekannt carlos dann haben sie ihn sehr gut gekannt lerma jedwede tugend ist flecken frei bis auf den augenblick der probe carlos auch wohl hier und da noch drüber lerma und eines großen königs gunst dünkt mir der frage wert an diesem goldnen angel hat manche starke tugend sich verblutet carlos o ja lerma oft sogar ist es weise zu entdecken was nicht verschwiegen bleiben kann carlos ja weise doch wie sie sagen haben sie den marquis als mann von ehre nur gekannt lerma lerma ist er es noch so macht mein zweifel ihn nicht schlechter und sie mein prinz gewinnen doppelt er will gehen carlos folgt ihm gerührt und drückt ihm die hand dreifach gewinn ich edler würdger mann ich sehe um einen freund mich reicher und es kostet mir den nicht den ich schon besaß lerma geht ab vierter auftritt don carlos in fan von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt fünfter bis neunter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz fünfter auftritt marquis von posa kommt durch die galerie carlos marquis karl karl carlos wer ruft ah du bist's eben recht ich eile voraus ins kloster komm bald nach er will fort marquis nur zwei minuten bleib carlos wenn man uns überfiele marquis man wird doch nicht es ist sogleich geschehen die königin carlos du warst bei meinem vater marquis er ließ mich rufen ja carlos voll erwartung nun marquis es ist richtig du wirst sie sprechen carlos und der könig was will denn der könig marquis der nicht viel neugierde zu wissen wer ich bin dienstfertigkeit von unbestellten guten freunden was weiß ich er bot mir dienste an carlos die du doch abgelehnt marquis versteht sich carlos und wie kamt ihr auseinander marquis ziemlich gut carlos von mir war also wohl die rede nicht marquis von dir doch ja im allgemeinen er zieht sein souvenir heraus und gibt es dem prinzen hier vorläufig zwei worte von der königin und morgen werd ich erfahren wo und wie carlos liest sehr zerstreut steckt die schreibtafel ein und will gehen beim prior triffst du mich also marquis warte doch was eilst du es kommt ja niemand carlos mit erkünsteltem lächeln haben wir denn wirklich die rollen umgetauscht du bist ja heute erstaunlich sicher marquis heute warum heute carlos und was schreibt mir die königin marquis hast du denn nicht im augenblick gelesen carlos ich ja so marquis was hast du denn was ist dir carlos liest das geschriebene noch einmal entzückt und feurig engel des himmels ja ich will es sein ich will will deiner wert sein große seelen macht die liebe größer sei's auch was es sei wenn du es mir gebietest ich gehorche sie schreibt daß ich auf eine wichtige entschließung mich bereiten soll was kann sie damit meinen weißt du nicht marquis wenn ich's auch wüsste carl bist du auch jetzt gestimmt es anzuhören carlos hab ich dich beleidigt ich war zerstreut vergib mir roderich marquis zerstreut wodurch carlos durch ich weiß selber nicht dies souvenir ist also mein marquis nicht ganz vielmehr bin ich gekommen mir sogar deins auszubitten carlos meins wozu marquis und was du etwa sonst an kleinigkeiten die in keines dritten hände fallen dürfen an briefen oder abgerissenen konzepten bei dir führst kurz deine ganze brieftasche carlos wozu aber marquis nur auf alle fälle wer kann für überraschung stehn bei mir sucht sie doch niemand gib carlos sehr unruhig das ist doch seltsam woher auf einmal diese marquis sei ganz ruhig ich will nichts damit angedeutet haben gewißlich nicht es ist behutsamkeit vor der gefahr so hab ich's nicht gemeint so wahrlich nicht daß du erschrecken solltest carlos gibt ihm die brieftasche verwar sie gut marquis das werd ich carlos sieht ihn bedeutend an roderich ich gab dir viel marquis noch immer nicht so viel als ich von dir schon habe dort also das übrige und jetzt leb wohl leb wohl er will gehen carlos kämpft zweifelhaft mit sich selbst endlich ruft er ihn zurück gib mir die briefe doch noch einmal einer von ihr ist auch darunter den sie damals als ich so tödlich krank gelegen nach alkala mir geschrieben stets hab ich auf meinem herzen ihn getragen mich von diesem brief zu trennen fällt mir schwer laß mir den brief nur den das übrige nimm alles er nimmt ihn heraus und gibt die brieftasche zurück marquis carl ich tu es ungern just um diesen brief war mirs zu tun carlos leb wohl er geht langsam und still weg an der türe bleibt er einen augenblick stehen kehrt wieder um und bringt ihm den brief da hast du ihn seine hand zittert tränen stürzen aus seinen augen er fällt dem marquis um den hals und drückt sein gesicht wieder dessen brust das kann mein vater nicht nicht wahr mein roderich das kann er doch nicht er geht schnell fort sechster auftritt marquis sieht ihm erstaunt nach wärs möglich wär es also hätt ich ihn doch nicht gekannt nicht ganz in seinem herzen wäre diese falte wirklich mir entgangen mißtrauen gegen seinen freund nein es ist lästerung was tat er mir daß ich der schwächen schwächster ihn verklage was ich ihn zeie werd ich selbst befremden das mag es ihn das glaub ich gern wann hätte er dieser seltsamen verschlossenheit zu seinem freunde sich versehn auch schmerzen ich kann dirs nicht ersparen karl und länger muß ich noch deine gute seele quälen der könig glaubte dem gefäß dem er sein heiliges geheimnis übergeben und glauben fordert dankbarkeit was wäre geschwätzigkeit wenn mein verstummen dir nicht leiden bringt vielleicht erspart warum dem schlafenden die wetterwolke zeigen die über seinem scheitel hängt genug daß ich sie still an dir vorüberführe und wenn du aufwachst heller himmel ist er geht ab kabinett des königs siebter auftritt der könig in einem sessel neben ihm die infantin clara eugenia könig nach einem tiefen stillschweigen nein es ist dennoch meine tochter wie kann die natur mit solcher wahrheit lügen dies blaue auge ist ja mein find ich in jedem dieser züge mich nicht wieder kind meiner liebe ja du bist's ich drücke dich an mein herz du bist mein blut er stutzt und hält inne mein blut was kann ich schlimmres fürchten meine züge sind sie die seinigen nicht auch er hat das medaillon in die hand genommen und sieht wechselsweise auf das bild und in einen gegenüberstehenden spiegel endlich wirft er es zur erde steht schnell auf und drückt die infantin von sich weg weg in diesem abgrund geh ich unter achter auftritt graf larma der könig larma eben sind ihrer majestät die königin im vorgemach erschienen könig jetzt larma und bitten um gnädigstes gehör könig jetzt aber jetzt in dieser ungewohnten stunde nein jetzt kann ich sie nicht sprechen jetzt nicht larma hier sind ihre majestät schon selbst er geht ab neunter auftritt der könig die königin tritt herein die infantin die letztere fliegt ihr entgegen und schmiegt sich an sie an die königin fällt vor dem könig nieder welcher stumm und verwirrt steht königin mein herr und mein gemahl ich muss ich bin gezwungen vor ihrem thron gerechtigkeit zu suchen könig gerechtigkeit königin unwürdig seh ich mir an diesem hof begegnet meine schatulle ist erbrochen könig was königin und sachen von großem wert für mich daraus verschwunden könig von großem wert für sie königin durch die bedeutung die eines unbelehrten dreistigkeit vermögend wäre könig dreistigkeit bedeutung doch stehn sie auf königin nicht eher mein gemahl bis sie durch ein versprechen sich gebunden kraft ihres königlichen arms zu meiner genugtuung den täter mir zu stellen wo nicht von einem hofstaat mich zu trennen königin der meinen dieb verbirgt könig stehn sie doch auf in dieser stellung stehen sie auf königin steht auf daß er von range sein muß weiß ich denn in der schatulle lag an perlen und demanten weit über eine million und er begnügte sich mit briefen königin königin recht gerne mein gemahl es waren briefe und ein medaillon von dem infanten könig von königin dem infanten ihrem sohn könig an sie königin an mich könig von dem infanten und das sagen sie mir königin warum nicht ihnen mein gemahl königin mit dieser stirne königin was fällt ihnen auf ich denke sie erinnern sich der briefe die mit bewilligung von beiden kronen don carlos mir nach saint germain geschrieben ob auch das bild womit er sie begleitet in diese freiheit einbedungen worden ob seine rasche hoffnung eigenmächtig sich diesen kühnen schritt erlaubt das will ich zu entscheiden mich nicht unterfangen wenn's übereilung war so war es die verzeihlichste da bin ich für ihn bürge denn damals fiel ihm wohl nicht bei daß es für seine mutter wäre sieht die bewegung des königs was ist das was haben sie infantin welche unterdessen das medaillon auf dem boden gefunden und damit gespielt hat bringt es der königin ah sieh da meine mutter das schöne bild königin was denn mein sie erkennt das medaillon und bleibt in sprachloser erstarrung stehen beide sehen einander mit unverwandten augen an nach einem langen stillschweigen wahrlich sire dies mittel seiner gattin herz zu prüfen dünkt mir sehr königlich und edel doch noch eine frage möchte ich mir erlauben königin durch meinen argwohn soll doch die unschuld wenigstens nicht leiden wenn also dieser diebstahl ihr befehl gewesen könig ja königin dann hab ich niemand anzuklagen und niemand weiter zu bedauern niemand als sie dem die gemahlin nicht geworden bei welcher solche mittel sich verlohnen könig die sprache kenn ich doch madame zum zweiten male soll sie mich nicht täuschen wie in aranjuez sie mich getäuscht die engelreine königin die damals mit so viel würde sich verteidigt jetzt kenn ich sie besser königin was ist das königin kurz also und ohne hinterhalt madame ist's wahr noch wahr daß sie mit niemand dort gesprochen mit niemand ist das wirklich wahr königin mit dem infanten hab ich gesprochen ja könig ja nun so ist's am tage es ist offenbar so frech so wenig schonung meiner ehre königin ehre sire wenn ehre zu verletzen war so fürcht ich stand eine größere auf dem spiel als mir kastilien zur morgengabe brachte könig warum verleugneten sie mir königin königin weil ich es nicht gewohnt bin sire in gegenwart der höflinge auf delinquenten weise verhören mich zu lassen wahrheit werde ich nie verleugnen wenn mit ehrerbietung und güte sie gefordert wird und war das wohl der ton den eure majestät mir in aranjuez zu hören gaben ist etwa die versammelte grandessa der richterstuhl vor welchen königinnen zu ihrer stillen taten rechenschaft gezogen werden ich gestattete dem prinzen die zusammenkunft um die er dringend bat ich tat es mein gemahl weil ich es wollte weil ich den gebrauch nicht über dinge will zum richter setzen die ich für tadellos erkannt und ihnen verbarg ich es weil ich nicht lüstern war mit eurer majestät um diese freiheit vor meinem hofgesinde mich zu streiten könig sie sprechen kühn madame sehr königin und auch darum setz ich hinzu weil der infant doch schwerlich der billigkeit die er verdient sich zu erfreuen hat in seines vaters herzen könig die er verdient königin denn warum soll ich es verbergen sire ich schätz ihn sehr und lieb ihn als meinen teuersten verwandten der einst wert befunden worden einen namen zu führen der mich mehr anging ich habe noch nicht recht einsehn lernen daß er mir gerade darum fremder sollte sein als jeder andre weil er erdem vor jedem andern teuer mir gewesen wenn ihre staatsmaxime bande knüpft wie sie für gut es findet soll es ihr doch etwas schwerer werden sie zu lösen ich will nicht hassen wen ich soll und weil man endlich doch zu reden mich gezwungen ich will es nicht will meine wahl nicht länger gebunden sehen könig elisabeth sie haben in schwachen stunden mich gesehen diese erinnerung macht sie so kühn sie trauen auf eine allmacht die sie oft genug an meiner festigkeit geprüft doch fürchten sie desto mehr was bis zu schwächen mich gebracht kann auch zu raserei mich führen königin was hab ich denn begangen könig nimmt ihre hand wenn es ist doch ist und ist es denn nicht schon wenn ihrer verschuldung volles aufgehäuftes maß auch nur um eines atems schwere steigt wenn ich der hintergangne bin er lässt ihre hand los ich kann auch über diese letzte schwäche siegen ich kann's und will's dann wehe mir und ihnen elisabeth königin was hab ich denn begangen könig dann meinetwegen fließe blut königin königin so weit ist es gekommen gott königin ich kenne mich selbst nicht mehr ich ehre keine sitte und keine stimme der natur und keinen vertrag der nationen mehr königin wie sehr beklag ich eure majestät könig außer fassung beklagen das mitleid einer buhlerin infantin hängt sich erschrocken an ihre mutter königin 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 mit sanftmut und würde aber mit zitternder stimme dies kind muss ich doch sicher stellen vor mißhandlung komm mit mir meine tochter sie nimmt sie auf den arm wenn der könig dich nicht mehr kennen will so muss ich jenseits der pyrenäen bürgen kommen lassen die unsre sache führen sie will gehen könig betreten königin königin ich kann nicht mehr das ist zu viel sie will die türe erreichen und fällt mit dem kinde an der schwelle zu boden könig hinzueilend voll bestürzung gott was ist das infantin ruft voll schrecken ach meine mutter blutet sie eilt hinaus könig ängstlich um sie beschäftigt welch fürchterlicher zufall blut verdien ich daß sie so hart mich strafen stehn sie auf erholen sie sich stehn sie auf man kommt man überrascht uns stehn sie auf soll sich mein ganzer hof an diesem schauspiel weiden muß ich sie bitten aufzustehn sie richtet sich auf von dem könig unterstützt vierter akt neunter auftritt don carlos in fan von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt zehnter bis dreizehnter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz zehnter auftritt die vorigen alba domingo treten erschrocken herein damen folgen könig man bringe die königin zu hause ihr ist übel die königin geht ab begleitet von den damen alba und domingo treten näher alba die königinnen tränen und auf ihrem gesichte blut könig das nimmt die teufel wunder die mich verleitet haben alba domingo wir könig die mir genug gesagt zum rasen mich zu bringen zu meiner überzeugung nichts alba wir gaben was wir gehabt könig die hölle dank es euch ich habe was mich reut getan war das die sprache eines schuldigen gewissens marquis von posa noch außerhalb der szene ist der monarch zu sprechen bei dieser stimme lebhaft auffahrend und dem marquis einige schritte entgegengehend ach das ist er seid mir willkommen marquis eurer herzog bedarf ich jetzt nicht mehr verlaßt uns alba und domingo sehen einander mit stummer verwunderung an und gehen zwölfter auftritt der könig und marquis von posa marquis sire dem alten manne der in zwanzig schlachten dem tod für sie entgegen ging fällt es doch hart sich so entfernt zu sehen könig euch ziemt es so zu denken so zu handeln mir was ihr in wenig stunden mir gewesen war er in einem menschenalter nicht ich will nicht heimlich tun mit meinem wohlgefallen das siegel meiner königlichen gunst soll hell und weit auf eurer stirne leuchten ich will den mann den ich zum freund gewählt beneidet sehn marquis und dann auch wenn die hülle der dunkelheit allein ihn fähig machte des namens wert zu sein könig was bringt ihr mir marquis als ich das vorgemach durchgehe hör ich von einem schrecklichen gerüchte das mir unglaublich deucht ein heftiger wortwechsel blut die königin könig ihr kommt von dort marquis entsetzen sollt es mich wenn das gerücht nicht unrecht hätte wenn von eurer majestät indes vielleicht etwas geschehen wäre wichtige entdeckungen die ich gemacht verändern der sache ganze lage könig nun marquis ich fand gelegenheit des prinzenportfolie mit einigen papieren wegzunehmen die wie ich hoffe eingeslicht er gibt carlos brieftasche dem könig könig durchsucht sie begierig ein schreiben vom kaiser meinem vater wie von dem ich nie gehört zu haben mich entsinne er liest es durch legt es beiseite und eilt zu den andern papieren der plan zu einer festung abgerissene gedanken aus dem tacitus und was denn hier die hand sollt ich doch kennen es ist von einer dame er liest aufmerksam bald laut bald leise dieser schlüssel die hintern zimmer im pavillon der königin ha was wird das hier darf die liebe frei erhörung schöner lohn satanische verräterei jetzt kenn ichs sie ist es es ist ihre hand marquis die hand der königin unmöglich könig der prinzessin von eboli marquis so wär es war was mir unlängst der page henares gestanden der brief und schlüssel überbrachte könig des marquis hand fassend in heftiger bewegung marquis ich sehe mich in fürchterlichen händen dies weib ich will es nur gestehen marquis dies weib erbrach der königin die erste warnung kam von ihr wer weiß wieviel der mönch drum wissen mag ich bin durch ein verruchtes bubenstück betrogen marquis dann wär es ja noch glücklich könig marquis 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 ich fange an zu fürchten daß ich meiner gemahlin doch zu viel getan marquis wenn zwischen dem prinzen und der königin geheime verständnisse gewesen sind so waren sie sicherlich von weit weit anderm inhalt als dessen man sie angeklagt ich habe gewisse nachricht daß des prinzen wunsch nach flandern abzureisen in dem kopfe der königin entsprang könig ich glaubt es immer marquis die königin hat ehrgeiz darf ich mehr noch sagen mit empfindlichkeit sieht sie in ihrer stolzen hoffnung sich getäuscht und von des thrones anteil ausgeschlossen des prinzen rasche jugend bot sich ihren weitblickenden entwürfen dar ihr herz ich zweifle ob sie lieben kann könig vor ihren staatsklugen planen zittre ich nicht marquis ob sie geliebt wird ob von dem infanten nichts schlimmeres zu fürchten diese frage scheint mir der untersuchung wert hier glaub ich ist eine strengere wachsamkeit von nöten könig ihr haftet mir für ihn marquis nach einigem bedenken wenn eure majestät mich fähig halten dieses amt zu führen so muss ich bitten es uneingeschränkt und ganz in meine hand zu übergeben könig das soll geschehen wenigstens durch keinen gehilfen welchen namen er auch habe in unternehmungen die ich etwa für nötig finden könnte mich zu stören könig durch keinen ich versprech es euch ihr wart mein guter engel wie viel dank bin ich für diesen wink euch schuldig zu lerma der bei den letzten worten hereintritt wie verließt ihr die königin lerma noch sehr erschöpft von ihrer ohnmacht er sieht den marquis mit zweideutigen blicken an und geht nach einer pause zum könig noch eine vorsicht scheint mir nötig der prinz fürcht ich kann warnungen erhalten er hat der guten freunde viel vielleicht verbindungen in gent mit den rebellen die furcht kann zu verzweifelten entschlüssen ihn führen darum ried ich an gleich jetzt vorkehrungen zu treffen diesem fall durch ein geschwindes mittel zu begegnen könig ihr habt ganz recht wie aber marquis ein geheimer verhaftsbefehl den eure majestät in meine hände niederlegen mich im augenblicke der gefahr sogleich desselben zu bedienen und wie sich der könig zu bedenken scheint es bliebe vors erste staatsgeheimnis bis könig zum schreibpult gehend und den verhaftsbefehl niederschreibend das reich ist auf dem spiele außerordentliche mittel erlaubt die dringende gefahr hier marquis euch brauch ich keine schonung zu empfehlen empfängt den verhaftsbefehl es ist aufs äußerste mein könig könig legt die hand auf seine schulter geht geht lieber marquis ruhe meinem herzen und meinen nächten schlaf zurückzubringen beide gehen ab zu verschiedenen seiten galerie dreizehnter auftritt carlos kommt in der größten beängstigung graf lerma ihm entgegen carlos sie such ich eben lerma und ich sie carlos ist's wahr um gottes willen ist es wahr lerma was denn carlos daß er den dolch nach ihr gezückt daß man aus seinem zimmer blutig sie getragen bei allen heiligen antworten sie was muß ich glauben was ist wahr lerma sie fiel ohnmächtig hin und ritzte sich im fallen sonst war es nichts carlos sonst hat es nicht gefahr sonst nicht bei ihrer ehre graf lerma nicht für die königin doch desto mehr für sie carlos für meine mutter nicht nun gott sei dank mir kam ein schreckliches gerücht zu ohren der könig rase gegen kind und mutter und ein geheimnis sei entdeckt lerma das letzte kann auch wohl wahr sein carlos wahr sein wie lerma prinz eine warnung gab ich ihnen heute die sie verachtet haben nützen sie die zweite besser carlos wie lerma wenn ich mich anders nicht irre prinz sah ich vor wenigen tagen ein portfölje von himmelblauem samt mit gold durchwirkt in ihrer hand carlos etwas bestürzt so eins besitz ich ja nun lerma auf der decke glaub ich ein schattenriss mit perlen eingefasst carlos ganz recht lerma als ich vorhin ganz unvermutet ins kabinett des königs trat glaubt ich das nämliche in seiner hand zu sehen und marquis posa stand bei ihm carlos nach einem kurzen erstarrenden stillschweigen heftig das ist nicht wahr lerma empfindlich dann freilich bin ich ein betrüger carlos sieht ihn lange an der sind sie ja lerma ach ich verzeih es ihnen carlos geht in schrecklicher bewegung auf und nieder und bleibt endlich vor ihm stehen was hat er dir zu leid getan was haben die unschuldsvollen bande dir getan die du mit höllischer geschäftigkeit zu reißen dich beeiferst lerma prinz ich ehre den schmerz der sie unbillig macht carlos o gott 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 bewahre mich vor argwohn lerma auch erinner ich mich des königs eigner worte wie vielen dank sagt er als ich hereintrat bin ich für diese neuigkeit euch schuldig carlos o stille stille lerma herzog alba soll gefallen sein dem prinzen ruig gomez das große siegel abgenommen und dem marquis übergeben sein carlos in tiefes grübeln verloren und mir verschwieg er warum verschwieg er mir lerma der ganze hof staunt ihn schon als allmächtigen minister als unumschränkten günstling an carlos er hat mich lieb gehabt sehr lieb ich war ihm teuer wie seine eigene seele o das weiß ich das haben tausend proben mir erwiesen doch sollen millionen ihm soll ihm das vaterland nicht teurer sein als einer sein busen war für einen freund zu groß und carlos glück zu klein für seine liebe er opferte mich seiner tugend kann ich ihn drum schelten ja es ist gewiss jetzt ist's gewiss jetzt hab ich ihn verloren er geht seitwärts und verhüllt das gesicht lerma nach einigem stillschweigen mein bester prinz was kann ich für sie tun carlos ohne ihn anzusehen zum könig gehen und mich auch verraten ich habe nichts zu schenken lerma wollen sie erwarten was er folgen mag carlos stützt sich auf das geländer und sieht starr vor sich hinaus ich hab ihn verloren o jetzt bin ich ganz verlassen lerma nähert sich ihm mit teilnehmender rührung sie wollen nicht auf ihre rettung denken carlos auf meine rettung guter mensch lerma und sonst sonst haben sie für niemand mehr zu zittern carlos fährt auf gott woran mahnen sie mich meine mutter der brief den ich ihm wiedergab ihm erst nicht lassen wollte und doch ließ er geht heftig und die hände ringend auf und nieder womit hat sie es denn verdient um ihn sie hätt er doch schonen sollen lerma hätt er nicht rasch entschlossen ich muß zu ihr ich muß sie warnen muß sie vorbereiten lerma lieber lerma wen schick ich denn hab ich denn niemand mehr gott sei gelobt noch einen freund und hier ist nichts mehr zu verschlimmern schnell ab lerma folgt ihm und ruft ihm nach prinz wohin geht ab vierter akt dreizehnter auftritt don carlos in pfann von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt vierzehnter bis zwanzigster auftritt ein zimmer der königin vierzehnter auftritt die königin alba domingo wenn uns vergönnt ist große königin königin was steht zu ihren diensten domingo redliche besorgnis für ihrer königlichen majestät erhabene person erlaubt uns nicht bei einem vorfall müßig still zu schweigen der ihre sicherheit bedroht alba wir eilen durch unsre zeitgewarnung ein komplott das wider sie gespielt wird zu entkräften domingo und unsern eifer unsere dienste zu den füßen ihrer majestät zu legen königin sieht sie verwundert an hochwürdiger herr und sie mein edler herzog sie überraschen mich wahrhaftig solcher ergebenheit war ich mir von domingo und herzog alba wirklich nicht vermutend ich weiß wie ich sie schätzen muß sie nennen mir ein komplott das mich bedrohen soll darf ich erfahren wer alba wir bitten sie vor einem marquis posa sich zu hüten der für des königs majestät geheime geschäfte führt königin ich höre mit vergnügen dass der monarch so gut gewählt den marquis hat man mir längst als einen guten menschen als einen großen mann gerühmt nie ward die höchste gunst gerechter ausgeteilt domingo gerechter ausgeteilt wir wissen's besser alba es ist längst kein geheimnis mehr wozu sich dieser mensch gebrauchen lassen königin wie was wär denn das sie spannen meine ganze erwartung domingo ist es schon von lange daß ihre majestät zum letztenmal in ihrer schatulle nachgesehen königin wie domingo und haben sie nichts darin vermißt von kostbarkeiten königin wieso warum was ich vermisse weiß mein ganzer hof doch marquis posa wie kommt marquis posa damit in verbindung alba sehr nahe ihre majestät denn auch dem prinzen fehlen wichtige papiere die in des königs händen diesen morgen gesehen worden als der chevalier geheimer audienz gehabt königin nach einigem nachdenken seltsam bei gott und äußerst sonderbar ich finde hier einen feind von dem mir nie geträumt und wiederum zwei freunde die ich nie besessen zu haben mich entsinnen kann denn wirklich indem sie einen durchdringenden blick auf beide heftet muß ich gestehn ich war schon in gefahr den schlimmen dienst der mir bei meinem herrn geleistet worden ihnen zu vergeben alba uns königin ihnen domingo herzog alba uns königin noch immer die augen fest auf sie gerichtet wie lieb ist es mir also meiner übereilung so bald gewahr zu werden ohnehin hatt ich beschlossen seine majestät noch heut zu bitten meinen kläger mir zu stellen um so besser nun so kann ich auf herzog albas zeugnis mich berufen alba auf mich das wollten sie im ernst königin warum nicht domingo um alle dienste zu entkräften die wir ihnen im verborgenen königin im verborgenen mit stolz und ernst ich wünschte doch zu wissen herzog alba was ihres königs frau mit ihnen oder mit ihnen priester abzureden hätte das ihr gemahl nicht wissen darf bin ich unschuldig oder schuldig domingo welche frage alba doch wenn der könig so gerecht nicht wäre es jetzt zum mindesten nicht wäre königin dann muß ich erwarten bis er's wird wohl dem der zu gewinnen hat wenn er's geworden sie macht ihnen eine verbeugung und geht ab jene entfernen sich nach einer andern seite zimmer der prinzessin von eboli fünfzehnter auftritt prinzessin von eboli gleich darauf carlos eboli so ist sie wahr die außerordentliche zeitung die schon den ganzen hof erfüllt carlos tritt herein erschrecken sie nicht fürstin ich will sanft sein wie ein kind eboli prinz diese überraschung carlos sind sie noch beleidigt ich bitte sagen sie es mir eboli was soll das sie scheinen zu vergessen prinz was suchen sie bei mir carlos ihre hand mit heftigkeit fassend mädchen kannst du ewig hassen verzeiht gekränkte liebe nie eboli will sich losmachen woran erinnern sie mich prinz carlos an deine güte und meinen undank ach ich weiß es wohl schwer hab ich dich beleidigt mädchen habe dein sanftes herz zerrissen habe tränen gepresst aus diesen engelblicken ach und bin auch jetzt nicht hier es zu bereuen eboli prinz lassen sie mich ich carlos ich bin gekommen weil du ein sanftes mädchen bist weil ich auf deine gute schöne seele baue sieh mädchen sieh ich habe keinen freund mehr auf dieser welt als dich allein einst warst du mir so gut du wirst nicht ewig hassen und wirst nicht unversöhnlich sein eboli wendet das gesicht ab o stille nichts mehr um gottes willen prinz carlos lass mich an jene goldne zeiten dich erinnern an deine liebe lass mich dich erinnern an deine liebe mädchen gegen die ich so unwürdig mich verging laß mich jetzt gelten machen was ich dir gewesen was deines herzens träume mir gegeben noch einmal nur noch einmal stelle mich so wie ich damals war vor deine seele und diesem schatten opfre was du mir mir ewig nie mehr opfern kannst eboli o karl wie grausam spielen sie mit mir carlos sei größer als dein geschlecht vergiß beleidigungen tu was vor dir kein weib getan nach dir kein weib mehr tun wird etwas unerhörtes fordre ich von dir laß mich auf meinen knien beschwör ich dich laß mich zwei worte laß mich mit meiner mutter sprechen er wirft sich vor ihr nieder sechzehnter auftritt die vorigen marquis von posa stürzt herein hinter ihm zwei offiziere der königlichen leibwache marquis atemlos außer sich dazwischentretend was hat er gestanden glauben sie ihm nicht carlos noch auf den knien mit erhobner stimme bei allem was heilig marquis unterbricht ihn mit heftigkeit er ist rasend hören sie den rasenden nicht an carlos lauter dringender es gilt um tod und leben führen sie mich zu ihr marquis zieht die prinzessin mit gewalt von ihm ich ermorde sie wenn sie ihn hören zu einem von den offizieren graf von cordua im namen des monarchen er zeigt den verhaftsbefehl der prinz ist ihr gefangener carlos steht erstarrt wie vom donner gerührt die prinzessin stößt einen laut des schreckens aus und will fliehen die offiziere erstaunen eine lange und tiefe pause man sieht den marquis sehr heftig zittern und mit mühe seine fassung behalten zum prinzen ich bitte um ihren degen fürstin eboli sie bleiben und zu dem offizier sie haften mir dafür daß seine hoheit niemand spreche niemand sie selbst nicht bei gefahr des kopfs er spricht noch einiges leise mit dem offizier darauf wendet er sich zum andern ich werfe sogleich mich selbst zu des monarchen füßen ihm rechenschaft zu geben zu carlos und auch ihnen erwarten sie mich prinz in einer stunde carlos läßt sich ohne zeichen des bewußtseins hinwegführen nur im vorübergehen läßt er einen matten sterbenden blick auf den marquis fallen der sein gesicht verhüllt die prinzessin versucht es noch einmal zu entfliehen der marquis führt sie beim arme zurück siebzehnter auftritt prinzessin von eboli marquis von eboli um aller himmel willen lassen sie mich diesen ort marquis führt sie ganz vor mit fürchterlichem ernst was hat er dir gesagt unglückliche eboli nichts lassen sie mich nichts marquis hält sie mit gewalt zurück ernster wie viel hast du erfahren hier ist kein entrinnen mehr du wirst auf dieser welt es niemand mehr erzählen eboli sieht ihm erschrocken ins gesicht großer gott was meinen sie damit sie wollen mich doch nicht ermorden marquis zieht einen dolch in der tat das bin ich sehr gesonnen mach es kurz eboli mich mich o ewige barmherzigkeit was hab ich denn begangen zum himmel sehend den dolch auf ihre brust gesetzt noch ist's zeit noch trat das gift nicht über diese lippen ich zerschmettre das gefäß und alles bleibt wie es gewesen spaniens verhängnis und eines weibes leben er bleibt in dieser stellung zweifelhaft ruhen eboli ist an ihm niedergesunken und sieht ihm fest ins gesicht nun was zaudern sie ich bitte nicht um schonung nein ich habe verdient zu sterben und ich will's marquis läßt die hand langsam sinken nach einem kurzen besinnen das wäre so feig als es barbarisch ist nein nein gott sei gelobt noch gibt's ein andres mittel er läßt den dolch fallen und eilt hinaus die prinzessin stürzt fort durch eine andere türe ein zimmer der königin achtzehnter auftritt die königin zur gräfin fuentes was für ein auflauf im palaste jedes getöse gräfin macht mir heute schrecken o sehen sie doch nach und sagen mir was es bedeutet die gräfin fuentes geht ab und hereinstürzt die prinzessin von eboli neunzehnter auftritt königin prinzessin von eboli eboli atemlos bleich und entstellt vor der königin niedergesunken königin zu hilfe er ist gefangen königin wer eboli der marquis posa nahm auf befehl des königs ihn gefangen königin wen aber wen eboli den prinzen königin rassest du eboli soeben führen sie ihn fort königin und wer nahm ihn gefangen eboli marquis posa königin nun gott sei gelobt daß es der marquis war der ihn gefangen nahm eboli das sagen sie so ruhig königin so kalt o gott sie ahnen nicht sie wissen nicht königin warum er gefangen worden eines fehltritts wegen vermuth ich der dem heftigen charakter des jünglings sehr natürlich war eboli nein nein ich weiß es besser nein o königin verruchte teufelische tat für ihn ist keine rettung mehr er stirbt königin er stirbt eboli und seine mörderin bin ich königin er stirbt wahnsinnige bedenkst du eboli und warum warum er stirbt o hätt ich wissen können daß es bis dahin kommen würde königin nimmt sie gütig bey der hand fürstin noch sind sie außer fassung sammeln sie erst ihre geister daß sie ruhiger nicht in so grauenvollen bildern die mein innerstes durchschauern mir erzählen was wissen sie was ist geschehen eboli o nicht diese himmlische herablassung nicht diese güte königin wie flammen der hölle schlägt sie brennend mein gewissen ich bin nicht würdig den entweiten blick zu ihrer glorie empor zu richten zertreten sie die elende die sich zerknirscht von reue scham und selbstverachtung zu ihren füßen krümmt königin unglückliche was haben sie mir zu gestehen eboli engel des lichtes große heilige noch kennen noch ahnen sie den teufel nicht dem sie so liebevoll gelächelt lernen sie ihn heute kennen ich ich war der dieb der sie bestohlen königin sie eboli und jene briefe dem könig ausgeliefert königin sie eboli der sich erdreistet hat sie anzuklagen königin sie sie konnten eboli rache liebe raserei ich haßte sie und liebte den infanten königin weil sie ihn liebten eboli weil ichs ihm gestanden und keine gegenliebe fand königin nach einem stillschweigen o jetzt enträtselt sich mir alles stehn sie auf sie liebten ihn ich habe schon vergeben es ist nun schon vergessen stehn sie auf sie reicht ihr den arm eboli nein nein ein schreckliches geständnis ist noch übrig nicht eher große königin königin aufmerksam was werd ich noch hören müssen reden sie eboli der könig verführung o sie blicken weg ich lese in ihrem angesicht verwerfung das verbrechen dessen ich sie zeite ich beging es selbst sie drückt ihr glühendes gesicht auf den boden die königin geht ab große pause die herzogin von olivarez kommt nach einigen minuten aus dem kabinett in welches die königin gegangen war und findet die fürstin noch in der vorigen stellung liegen sie nähert sich ihr stillschweigend auf das geräusch richtet sich die letztere auf und fährt wie eine rasende in die höhe da sie die königin nicht mehr gewahr wird zwanzigster auftritt prinzessin von eboli herzogin von olivares eboli gott sie hat mich verlassen jetzt ist es aus olivares tritt ihr näher prinzessin eboli ich weiß warum sie kommen herzogin die königin schickt sie heraus mein urteil mir anzukündigen geschwind olivares ich habe befehl von ihrer majestät ihr kreuz und ihre schlüssel in empfang zu nehmen eboli nimmt ein goldnes ordenskreuz vom busen und gibt es in die hände der herzogin doch einmal noch ist mir vergönnt die hand der besten königin zu küssen olivares im marienkloster wird man ihnen sagen was über sie beschlossen ist eboli unter hervorstürzenden tränen ich sehe die königin nicht wieder olivares umarmt sie mit abgewandtem gesicht leben sie glücklich sie geht schnell fort die prinzessin folgt ihr bis an die türe des kabinetts welche sogleich hinter der herzogin verschlossen wird einige minuten bleibt sie stumm und unbeweglich auf den knien davor liegen dann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhülltem gesicht ende von vierter akt zwanzigster auftritt don carlos in fand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter akt einundzwanzigster bis vierundzwanzigster auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz einundzwanzigster auftritt königin marquis von posa königin ach endlich marquis glücklich daß sie kommen marquis bleich mit zerstörtem gesicht bebender stimme und durch diesen ganzen auftritt in feierlicher tiefer bewegung sind ihre majestät allein kann niemand in diesen nächsten zimmern uns behörschen königin kein mensch warum was bringen sie indem sie ihn genauer ansieht und erschrocken zurücktritt und wie so ganz verändert was ist das sie machen mich zittern marquis alle ihre züge wie eines sterbenden entstellt marquis sie wissen vermutlich schon königin das karl gefangen worden und zwar durch sie setzt man hinzu so ist es dennoch wahr ich wollt es keinem menschen als ihnen glauben marquis es ist wahr königin durch sie marquis durch mich königin sieht ihn einige augenblicke zweifelhaft an ich ehre ihre handlungen auch wenn ich sie nicht fasse diesmal aber verzeihen sie dem bangen weib ich fürchte sie spielen ein gewagtes spiel marquis ich hab es verloren königin gott im himmel marquis seien sie ganz ruhig meine königin für ihn ist schon gesorgt ich hab es mir verloren königin was werd ich hören gott marquis denn wer wer hieß auf einen zweifelhaften wurf mich alles setzen alles so verwegen so zuversichtlich mit dem himmel spielen wer ist der mensch der sich vermessen will des zufalls schweres steuer zu regieren und doch nicht der allwissende zu sein o es ist billig doch warum denn jetzt von mir der augenblick ist kostbar wie das leben eines menschen und wer weiß ob aus des richters karger hand nicht schon die letzten tropfen für mich fallen königin aus des richters hand welch feierlicher ton ich fasse nicht was diese reden meinen doch sie entsetzen mich marquis er ist gerettet um welchen preis ers ist gleich viel doch nur für heute wenige augenblicke sind noch sein er spare sie noch diese nacht muß er madrid verlassen königin diese nacht noch marquis anstalten sind getroffen in demselben kartäuserkloster das schon lange zeit die zuflucht unserer freundschaft war gewesen erwartet ihn die post hier ist in wechseln was mir das glück auf dieser welt gegeben was mangelt legen sie noch bei zwar hätt ich an meinen karl noch manches auf dem herzen noch manches das er wissen muß doch leicht könnt es an muße mir gebrechen alles persönlich mit ihm abzutun sie sprechen ihn diesen abend darum wend ich mich an sie königin um meiner ruhe willen erklären sie sich deutlicher nicht in so fürchterlichen rätseln reden sie mit mir was ist geschehn ich habe noch ein wichtiges bekenntnis abzulegen in ihre hände leg ich's ab mir ward ein glück wie es nur wenigen geworden ich liebte einen fürstensohn mein herz nur einem einzigen geweiht umschloss die ganze welt in meines carlos seele schuf ich ein paradies für millionen o meine träume waren schön doch es gefiel der vorsehung mich vor der zeit von meiner schönen pflanzung abzurufen bald hat er seinen roderich nicht mehr der freund hört auf in der geliebten hier 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 auf diesem heiligen altare im herzen seiner königin leg ich mein letztes kostbares vermächtnis nieder hier find er's wenn ich nicht mehr bin er wendet sich ab tränen ersticken seine stimme königin das ist die sprache eines sterbenden noch hoff ich es ist nur wirkung ihres blutes oder liegt sinn in diesen reden marquis hat sich zu sammeln gesucht und fährt mit festerem tone fort sagen sie dem prinzen daß er denken soll des eides den wir in jenen schwärmerischen tagen auf die geteilte hostie geschworen den meinigen hab ich gehalten bin ihm treu geblieben bis zum tod jetzt ist's an ihm den seinigen königin zum tod marquis er mache o sagen sie es ihm das traumbild war das kühne traumbild eines neuen staates der freundschaft göttliche geburt er lege die erste hand an diesen rohen stein ob er vollende oder unterliege ihm einerlei er lege hand an wenn jahrhunderte dahin geflossen wird die vorsicht einen fürstensohn wie er auf einem thron wie seiner wiederholen und ihren neuen liebling mit derselben begeisterung entzünden sagen sie ihm daß er für die träume seiner jugend soll achtung tragen wenn er mann sein wird nicht öffnen soll dem tötenden insekte gerühmter besserer vernunft das herz der zarten götterblume daß er nicht soll irre werden wenn des staubes weisheit begeisterung die himmelstochter lästert ich hab es ihm zuvor gesagt königin wie marquis und wozu führt marquis und sagen sie ihm daß ich menschenglück auf seine seele lege daß ich es sterbend von ihm fordre fordre und sehr dazu berechtigt war es hätte bei mir gestanden einen neuen morgen heranzuführen über diese reiche der könig schenkte mir sein herz er nannte mich seinen sohn ich führe seine siegel und seine alba sind nicht mehr er hält inne und sieht einige augenblicke stillschweigend auf die königin sie weinen o diese tränen kenn ich schöne seele die freude macht sie fließen doch vorbei es ist vorbei Karl oder ich die wahl war schnell und schrecklich einer war verloren und ich will dieser eine sein ich lieber verlangen sie nicht mehr zu wissen königin jetzt endlich fang ich an sie zu begreifen unglücklicher was haben sie getan marquis zwo kurze abendstunden hingegeben um einen hellen sommertag zu retten den könig geb ich auf was kann ich auch dem könig sein in diesem starren boden blüht keine meiner rosen mehr europas verhängnis reift in meinem großen freunde auf ihn verweis ich spanien es blute bis dahin unter philipps hand doch weh weh mir und ihm wenn ich bereuen sollte vielleicht das schlimmere gewählt nein nein ich kenne meinen carlos das wird nie geschehn und meine bürginkönigin sind sie nach einigem stillschweigen ich sah sie keimen diese liebe sah der leidenschaften unglückseligste in seinem herzen wurzel fassen damals stand es in meiner macht sie zu bekämpfen ich tat es nicht ich nährte diese liebe die mir nicht unglückselig war die welt kann anders richten ich bereue nicht mein herz klagt mich nicht an ich sahe leben wo sie nur tot in dieser hoffnungslosen flamme erkannt ich früh der hoffnung goldnen strahl ich wollt ihn führen zum vortrefflichen zur höchsten schönheit wollt ich ihn erheben die sterblichkeit versagte mir ein bild die sprache worte da verwies ich ihn auf dieses meine ganze leitung war ihm seine liebe zu erklären königin marquis ihr freund erfüllte sie so ganz daß sie mich über ihm vergaßen glaubten sie im ernst mich aller weiblichkeit entbunden da sie zu seinem engel mich gemacht zu seinen waffen tugend ihm gegeben das überlegten sie wohl nicht wie viel für unser herz zu wagen ist wenn wir mit solchen namen leidenschaft veredeln für alle weiber nur für eines nicht auf eines schwör ich oder sollten sie sie der begierden edelster sich schämen der heldentugend schöpferin zu sein was geht es könig philipp an wenn seine verklärung in eskurial den maler der vor ihr steht mit ewigkeit entzündet gehört die süße harmonie die in dem seitenspiele schlummert seinem käufer der es mit taubem ohr bewacht er hat das recht erkauft in trümmern es zu schlagen doch nicht die kunst dem silberton zu rufen und in des liedes wonne zu zerschmelzen die wahrheit ist vorhanden für den weisen die schönheit für ein fühlend herz sie beide gehören für einander diesen glauben soll mir kein feiges vorurteil zerstören versprechen sie mir ewig ihn zu lieben von menschenfurcht von falschem heldenmut zu nichtiger verleugnung nie versucht unwandelbar und ewig ihn zu lieben versprechen sie mir dieses königin versprechen sie's in meine hand königin mein herz versprech ich ihnen soll allein und ewig der richter meiner liebe sein marquis zieht seine hand zurück jetzt sterb ich beruhigt meine arbeit ist getan er neigt sich gegen die königin und will gehen königin begleitet ihn schweigend mit den augen sie gehen marquis ohne mir zu sagen wenn wir wie bald uns wiedersehen marquis kommt noch einmal zurück das gesicht abgewendet gewiss wir sehn uns wieder königin ich verstand sie posa verstand sie recht gut warum haben sie mir das getan marquis er oder ich königin nein nein sie stürzten sich in diese tat die sie erhaben nennen leugnen sie nur nicht ich kenne sie sie haben längst danach gedürstet mögen tausend herzen brechen was kümmert sie's wenn sich ihr stolz nur weidet o jetzt jetzt lern ich sie verstehn sie haben nur um bewunderung gebuhlt marquis betroffen vor sich nein darauf war ich nicht vorbereitet königin nach einem stillschweigen marquis ist keine rettung möglich marquis keine königin keine besinnen sie sich wohl ist keine möglich auch nicht durch mich marquis auch nicht durch sie königin sie kennen mich zur hälfte nur ich habe mut marquis ich weiß es königin und keine rettung marquis keine königin verlässt ihn und verhüllt das gesicht gehen sie ich schätze keinen mann mehr marquis in der heftigsten bewegung vor ihr niedergeworfen königin o gott das leben ist doch schön er springt auf und geht schnell fort die königin in ihr kabinett vorzimmer des königs zweiundzwanzigster auftritt herzog von alba und domingo gehen still schweigend und abgesondert auf und nieder graf lerma kommt aus dem kabinett des königs als dann don raimond von taxis der oberpostmeister lerma ob sich der marquis noch nicht blicken lassen alba noch nicht lerma will wieder hineingehen taxis tritt auf graf lerma melden sie mich an lerma der könig ist für niemand taxis sagen sie ich muß ihn sprechen seiner majestät ist äußerst drangelegen eilen sie es leidet keinen aufschub lerma geht ins kabinett alba tritt zum oberpostmeister lieber taxis gewöhnen sie sich zur geduld sie sprechen den könig nicht taxis nicht und warum alba sie hätten die vorsicht denn gebraucht sich die erlaubnis beim chevalier von posa auszuwirken der sohn und vater zu gefangenen macht taxis von posa wie ganz recht das ist derselbe aus dessen hand ich diesen brief empfangen alba brief welchen brief taxis den ich nach brüssel habe befördern sollen alba aufmerksam brüssel taxis den ich eben dem könig bringe alba brüssel haben sie gehört kaplan nach brüssel domingo tritt dazu das ist sehr verdächtig taxis und wie ängstlich wie verlegen er mir empfohlen worden domingo ängstlich ängstlich alba an wen ist denn die aufschrift taxis an den prinzen von nassau und oranien alba an wilhelm kaplan das ist verräterei domingo was könnt es anders sein ja freilich diesen brief muß man sogleich dem könig überliefern welch ein verdienst von ihnen würdger mann so streng zu sein in ihres königs dienst taxis hochwürdger herr ich tat nur meine pflicht alba sie taten wohl lerma kommt aus dem kabinett zum oberpostmeister der könig will sie sprechen taxis geht hinein der marquis immer noch nicht da domingo man sucht ihn aller orten alba sonderbar und seltsam der prinz ein staatsgefangner und der könig noch selber ungewiß warum domingo er war nicht einmal hier ihm rechenschaft zu geben alba wie nahm es denn der könig auf lerma der könig sprach noch kein wort geräusch im kabinett alba was war das still taxis aus dem kabinett graf lerma beide hinein alba zu domingo was geht hier vor domingo mit diesem ton des schreckens wenn dieser aufgefangne brief mir ahndet nichts gutes herzog alba lerma läßt er rufen lerma läßt er rufen und wissen muß er doch daß sie und ich im vorsaal domingo unsre zeiten sind vorbei alba bin ich derselbe denn nicht mehr dem hier sonst alle türen sprangen wie ist alles verwandelt um mich her wie fremd domingo hat sich leise der kabinettstüre genähert und bleibt lauschend davor stehen horch alba nach einer pause alles ist totenstill man hört sie atem holen domingo die doppelte tapete dämpft den schall alba hinweg man kommt domingo verläßt die türe mir ist so feierlich so bang als sollte dieser augenblick ein großes los entscheiden dreiundzwanzigster auftritt der prinz von parma die herzoge von feria und medina sidonia mit noch einigen andern granden treten auf die vorigen parma ist der könig zu sprechen alba nein parma nein wer ist bei ihm feria marquis von posa ohne zweifel alba den erwartet man soeben parma diesen augenblick sind wir von saragossa eingetroffen der schrecken geht durch ganz madrid ist es denn wahr domingo ja leider feria es ist wahr er ist durch den malteser in verhaft genommen alba so ist's parma warum was ist geschehn alba warum das weiß kein mensch als seine majestät und marquis posa parma ohne zuziehung der cortes seines königreichs feria weh dem der teilgehabt an dieser staatsverletzung alba weh ihm so ruf ich auch medina sidonia ich auch die übrigen granden wir alle alba wer folgt mir in das kabinett ich werfe mich zu des königs füßen lerma stürzt aus dem kabinett herzog alba domingo endlich gelobt sei gott alba eilt hinein lerma atemlos in großer bewegung wenn der malteser kommt der herr ist jetzo nicht allein er wird ihn rot rufen lassen medina sidonia was macht der könig domingo zugleich teufelig was denn lerma der könig hat geweint domingo geweint alle zugleich mit betretnem erstaunen der könig hat geweint man hört eine glocke im kabinett graf lerma eilt hinein domingo ihm nach will ihn zurückhalten graf noch ein wort verzeihen sie weg ist er da stehen wir angefesselt von entsetzen vierundzwanzigster auftritt prinzessin von eboli feria medina sidonia parma domingo und übrige granden eboli eilig außer sich wo ist der könig wo ich muss ihn sprechen zu feria sie herzog führen mich zu ihm feria der könig hat wichtige verhinderung kein mensch wird vorgelassen eboli unterzeichnet er das fürchterliche urteil schon er ist belogen ich beweis es ihm dass er belogen ist domingo gibt ihr von ferne einen bedeutenden wink prinzessin eboli eboli geht auf ihn zu sie auch da priester recht sie brauch ich eben sie sollen mirs bekräftigen sie ergreift seine hand und will ihn ins kabinett mit fortreißen domingo ich sind sie bei sich fürstin feria bleiben sie zurück der könig hört sie jetzt nicht an eboli er muß mich hören wahrheit muß er hören wahrheit und wär er zehnmal ein gott domingo weg weg sie wagen alles bleiben sie zurück eboli mensch zittre du vor deines götzen zorn ich habe nichts zu wagen wie sie ins kabinett will stürzt heraus herzog alba seine augen funkeln triumph ist in seinem gang er eilt auf domingo zu und umarmt ihn lassen sie in allen kirchen ein tedeum tönen der sieg ist unser domingo alba zu domingo und den übrigen granden jetzt hinein zum herrn sie sollen weiter von mir hören ende von vierter akt don carlos in van von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller fünfter akt erster bis dritter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz ein zimmer im königlichen palast durch eine eiserne gittertüre von einem großen vorhofe abgesondert in welchem wachen auf und nieder gehen erster auftritt carlos an einem tische sitzend den kopf vorwärts auf die arme gelegt als wenn er schlummerte im hintergrunde des zimmers einige offiziere die mit ihm eingeschlossen sind marquis von posa tritt herein ohne von ihm bemerkt zu werden und spricht leise mit den offizieren welche sich sogleich entfernen er selbst tritt ganz nahe vor carlos und betrachtet ihn einige augenblicke schweigend und traurig endlich macht er eine bewegung welche diesen aus seiner betäubung erweckt carlos steht auf wird den marquis gewahr und fährt erschrocken zusammen dann sieht er ihn eine weile mit großen starren augen an und streicht mit der hand über die stirne als ob er sich auf etwas besinnen wollte marquis ich bin es carl carlos gibt ihm die hand du kommst sogar noch zu mir das ist doch schön von dir marquis ich bildete mir ein du könntest deinen freund hier brauchen carlos wahrhaftig meintest du das wirklich sieh das freut mich freut mich unbeschreiblich ach ich wußt es wohl dass du mir gut geblieben marquis ich hab es auch um dich verdient carlos nicht wahr o wir verstehen uns noch ganz so hab ich's gerne diese schonung diese milde steht großen seelen an wie du und ich lass sein dass meiner forderungen eine unbillig und vermessen war musst du mir darum auch die billigen versagen hart kann die tugend sein doch grausam nie unmenschlich nie es hat dir viel gekostet o ja mir deucht ich weiß recht gut wie sehr geblutet hat dein sanftes herz als du dein opfer schmücktest zum altare marquis marquis carlos wie meinst du das carlos du selbst wirst jetzt vollenden was ich gesollt und nicht gekonnt du wirst den spaniern die goldnen tage schenken die sie von mir umsonst gehofft mit mir ist es ja aus auf immer aus das hast du eingesehn o diese fürchterliche liebe hat alle frühe blüten meines geistes unwiederbringlich hingerafft ich bin für deine großen hoffnungen gestorben vorsehung oder zufall führen dir den könig zu es kostet mein geheimnis und er ist dein du kannst sein engel werden für mich ist keine rettung mehr vielleicht für spanien ach hier ist nichts verdammlich nichts nichts als meine rasende verblendung bis diesen tag nicht eingesehen zu haben dass du so groß als zärtlich bist marquis nein das das hab ich nicht vorhergesehen nicht vorhergesehen das eines freundes großmut erfinderischer könnte sein als meine weltkluge sorgfalt mein gebäude stürzt zusammen ich vergaß dein herz carlos zwar wenn dir's möglich wär gewesen ihr dies schicksal zu ersparen sieh das hätte ich unaussprechlich dir gedankt konnt ich denn nicht allein es tragen mußte sie das zweite opfer sein doch still davon ich will mit keinem vorwurf dich beladen was geht die königin dich an liebst du die königin soll deine strenge tugend die kleinen sorgen meiner liebe fragen verzeih mir ich war ungerecht marquis du bist's doch dieses vorwurfs wegen nicht verdient ich einen dann verdient ich alle und dann wird ich so nicht vor dir stehen er nimmt sein portfolio heraus hier sind von den briefen eingewieder die du in verwahrung mir gegeben nimm sie zu dir carlos sieht mit verwunderung bald die briefe bald den marquis an ich gebe sie dir wieder weil sie in deinen händen sicherer jetzt sein dürften als in meinen carlos was ist das der könig las sie also nicht bekam sie gar nicht zu gesichte marquis diese briefe carlos du zeigtest ihm nicht alle marquis wer sagt dir dass ich ihm einen zeigte carlos äußerst erstaunt ist es möglich graf lerma marquis der hat dir gesagt ja nun wird alles alles offenbar wer konnte das auch voraussehn lerma also nein der mann hat lügen nie gelernt ganz recht die anderen briefe liegen bei dem könig carlos sieht ihn lange mit sprachlosem erstaunen an weswegen bin ich aber hier marquis zur vorsicht wenn du vielleicht zum zweiten mal versucht sein möchtest eine eboli zu deiner vertrauten zu erwählen carlos wie aus einem traume erwacht ha nun endlich jetzt seh ich jetzt wird alles licht marquis geht nach der türe wer kommt zweiter auftritt herzog alba die vorigen alba nähert sich ehrerbietig dem prinzen dem marquis durch diesen ganzen auftritt den rücken zuwendend prinz sie sind frei der könig schickt mich ab es ihnen anzukündigen carlos sieht den marquis verwundert an alle schweigen still zugleich schätz ich mich glücklich prinz der erste sein zu dürfen der die gnade hat carlos bemerkt beide mit äußerster verwunderung nach einer pause zum herzog ich werde gefangen eingesetzt und frei erklärt und ohne mir bewusst zu sein warum ich beides werde alba aus versehen prinz so viel ich weiß zu welchem irgendein betrüger den monarchen hingerissen carlos doch aber ist es auf befehl des königs dass ich mich hier befinde alba ja durch ein versehen seiner majestät carlos das tut mir wirklich leid doch wenn der könig sich versieht kommt es dem könig zu in eigener person den fehler wieder zu verbessern er sucht die augen des marquis und beobachtet eine stolze herabsetzung gegen den herzog man nennt mich hier don philipps sohn die augen der lästerung und neugier ruhen auf mir was seine majestät aus pflicht getan will ich nicht scheinen ihrer huld zu danken sonst bin ich auch bereit vor dem gerichte der cortes mich zu stellen meinen degen nehm ich aus solcher hand nicht an alba der könig wird keinen anstand nehmen eurer hoheit dies billige verlangen zu gewähren wenn sie vergönnen wollen dass ich sie zu ihm begleiten darf carlos ich bleibe hier bis mich der könig oder sein madrid aus diesem kerker führen bringen sie ihm diese antwort alba entfernt sich man sieht ihn noch eine zeitlang im vorhofe verweilen und befehle austeilen dritter auftritt carlos und marquis von posa carlos nachdem der herzog hinaus ist voll erwartung und erstaunen zum marquis was ist aber das erkläre mirs bist du denn nicht minister marquis ich bin's gewesen wie du siehst auf ihn zugehend mit großer bewegung o karl es hat gewirkt es hat es ist gelungen jetzt ist's getan gepriesen sei die allmacht die es gelingen ließ carlos gelingen was ich fasse deine worte nicht marquis er greift seine hand du bist gerettet carl bist frei und ich er hält inne carlos und du marquis und ich ich drücke dich an meine brust zum ersten mal mit vollem ganzem rechte ich hab es ja mit allem allem was mir teuer ist erkauft o karl wie süß wie groß ist dieser augenblick ich bin mit mir zufrieden carlos welche plötzliche veränderung in deinen zügen so hab ich dich nie gesehen stolzer hebt sich deine brust und deine blicke leuchten marquis wir müssen abschied nehmen carl erschrick nicht o sei ein mann was du auch hören wirst versprich mir carl nicht durch unbändgen schmerz unwürdig großer seelen diese trennung mir zu erschweren du verlierst mich carl auf viele jahre thoren nennen es auf ewig carlos zieht seine hand zurück sieht ihn starr an und antwortet nichts sei ein mann ich habe sehr auf dich gerechnet hab es nicht vermieden die bange stunde mit dir auszuhalten die man die letzte schrecklich nennt ja soll ich dirs gestehen carl ich habe mich darauf gefreut komm lass uns niedersitzen ich fühle mich erschöpft und matt er rückt nahe an carlos der noch immer in einer toten erstarrung ist und sich unwillkürlich von ihm niederziehen läßt wo bist du du gibst mir keine antwort ich will kurz sein den tag nachher als wir zum letzten mal bei den cartäusern uns gesehn ließ mich der könig zu sich fordern den erfolg weißt du weiß ganz madrid das weißt du nicht dass dein geheimnis ihm verraten worden das briefe in der königin schatulle gefunden wieder dich gezeugt daß ich aus seinem eignen munde dies erfahren und daß ich sein vertrauter war er hält inne carlos antwort zu erfahren dieser verharrt in seinem stillschweigen ja karl mit meinen lippen brach ich meine treue ich selbst regierte das komplott das dir den untergang bereitete zu laut sprach schon die tat dich frei zu sprechen war zu spät mich seiner rache zu versichern war alles was mir übrig blieb und so ward ich dein feind dir kräftiger zu dienen du hörst mich nicht carlos ich höre weiter weiter marquis bis hieher bin ich ohne schuld doch bald verraten mich die ungewohnten strahlen der neuen königlichen gunst der ruf dringt bis zu dir wie ich vorher gesehn doch ich von falscher zärtlichkeit bestochen von stolzem wahn geblendet ohne dich das wagestück zu enden unterschlage der freundschaft mein gefährliches geheimnis das war die große übereilung schwer hab ich gefehlt ich weiß es raserei war meine zuversicht verzeih sie war auf deiner freundschaft ewigkeit gegründet hier schweigt er carlos geht aus seiner versteinerung in lebhafte bewegungen über was ich befürchtete geschieht man läßt dich zittern vor erdichteten gefahren die königin in ihrem blut das schrecken des wiederhallenden palastes lermas unglückliche dienstfertigkeit zuletzt mein unbegreifliches verstummen alles bestürmt dein überraschtes herz du wangst gibst mich verloren doch zu edel selbst an deines freundes redlichkeit zu zweifeln schmückst du mit größe seinen abfall aus nun erst wagst du ihn treulos zu behaupten weil du noch treulos ihn verehren darfst verlassen von dem einzigen wirfst du der fürstin eboli dich in die arme unglücklicher in eines teufels arme denn diese war's die dich verriet carlos steht auf ich sehe dich dahin eilen eine schlimme ahnung fliegt durch mein herz ich folge dir zu spät du liegst zu ihren füßen das geständnis floh über deine lippen schon für dich ist keine rettung mehr carlos nein nein sie war gerührt du irrest dich gewiß war sie gerührt da wird es nacht vor meinen sinnen nichts nichts kein ausweg keine hilfe keine im ganzen umkreis der natur verzweiflung macht mich zur furie zum tier ich setze den dolch auf eines weibes brust doch jetzt jetzt fällt ein sonnenstrahl in meine seele wenn ich den könig irrte wenn es mir gelänge selbst der schuldige zu scheinen wahrscheinlich oder nicht für ihn genug scheinbar genug für könig philipp weil es übel ist es sei ich will es wagen vielleicht ein donner der so unverhofft ihn trifft macht den tyrannen stutzen und was will ich mehr er überlegt und karl hat zeit gewonnen nach brabant zu flüchten carlos und das das hättest du getan marquis ich schreibe an wilhelm von oranien daß ich die königin geliebt daß mirs gelungen in dem verdacht der fälschlich dich gedrückt des königs argwohn zu entgehn daß ich durch den monarchen selbst den weg gefunden der königin mich frei zu nahn ich setze hinzu daß ich entdeckt zu sein besorge daß du von meiner leidenschaft belehrt zur fürstin eboli geeilt vielleicht durch ihre hand die königin zu warnen daß ich dich hier gefangen nahm und nun weil alles doch verloren willens sei nach brüssel mich zu werfen diesen brief carlos fällt ihm erschrocken ins wort hast du der post doch nicht vertraut du weißt daß alle briefe nach brabant und flandern marquis dem könig ausgeliefert werden wie die sachen stehn hat taxis seine pflicht bereits getan carlos gott so bin ich verloren marquis du warum du carlos unglücklicher und du bist mit verloren diesen ungeheuern betrug kann dir mein vater nicht vergeben nein den vergibt er nimmermehr marquis betrug du bist zerstreut besinne dich wer sagt ihm daß es betrug gewesen carlos sieht ihm starr ins gesicht wer fragst du ich selbst er will fort marquis du rasest bleib zurück carlos weg weg um gottes willen halte mich nicht auf indem ich hier verweile dingt er schon die mörder marquis desto edler ist die zeit wir haben uns noch viel zu sagen carlos was eh er noch alles er will wieder fort der marquis nimmt ihn beim arme und sieht ihn bedeutend an marquis höre carlos war ich auch so eilig so gewissenhaft da du für mich geblutet hast ein knabe carlos bleibt gerührt und voll bewunderung vor ihm stehen o gute vorsicht marquis rette dich für flandern das königreich ist dein beruf für dich zu sterben war der meinige carlos geht auf ihn zu und nimmt ihn bei der hand voll der innigsten empfindung nein nein er wird er kann nicht widerstehn so vieler erhabenheit nicht widerstehn ich will dich zu ihm führen arm in arme wollen wir zu ihm gehen vater will ich sagen das hat ein freund für seinen freund getan es wird ihn rühren glaube mir er ist nicht ohne menschlichkeit mein vater ja gewiß es wird ihn rühren seine augen werden von warmen tränen übergehn und dir und mir wird er verzeihn es geschieht ein schuss durch die gittertüre carlos springt auf ha wem galt das marquis ich glaube mir er sinkt nieder carlos fällt mit einem schrei des schmerzens neben ihm zu boden o himmlische barmherzigkeit marquis mit brechender stimme er ist geschwind der könig ich hoffte länger denk auf deine rettung hörst du auf deine rettung deine mutter weiß alles ich kann nicht mehr carlos bleibt wie tot bei dem leichnam liegen nach einiger zeit tritt der könig herein von vielen granden begleitet und fährt bei diesem anblick betreten zurück eine allgemeine und tiefe pause die granden stellen sich in einen halben kreis um diese beiden und sehen wechselsweise auf den könig und seinen sohn dieser liegt noch ohne alle zeichen des lebens der könig betrachtet ihn mit nachdenkender stille fünfter akt dritter auftritt don carlos in pfand von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller vierter auftritt der könig carlos die herzoge von alba feria und medina sidonia der prinz von parma graf lerma domingo und viele granden könig mit gütigem ton deine bitte hat stattgefunden mein infant hier bin ich ich selbst mit allen großen meines reichs dir freiheit anzukündigen carlos blickt auf und sieht um sich her wie einer der aus dem traume erwacht seine augen heften sich bald auf den könig bald auf den toten er antwortet nicht empfange dein schwert zurück man hat zu rasch verfahren er nähert sich ihm reicht ihm die hand und hilft ihm sich aufzurichten mein sohn ist nicht an seinem platz steh auf komm in die arme deines vaters carlos empfängt ohne bewußtsein die arme des königs besinnt sich aber plötzlich hält inne und sieht ihn genauer an dein geruch ist mord ich kann dich nicht umarmen er stößt ihn zurück alle granden kommen in bewegung nein steht nicht so betroffen da was hab ich ungeheures denn getan des himmels gesalbten angetastet fürchtet nichts ich lege keine hand an ihn seht ihr das brandmal nicht an seiner stirne gott hat ihn gezeichnet könig bricht schnell auf folgt mir meine granden carlos wohin nicht von der stelle sire er hält ihn gewaltsam mit beiden händen und bekommt mit der einen das schwert zu fassen das der könig mitgebracht hat es fährt aus der scheide könig das schwert gezückt auf deinen vater alle anwesende granden ziehen die ihrigen königsmord carlos den könig fest an der einen hand das bloße schwert in der andern steckt eure schwerter ein was wollt ihr glaubt ihr ich sei rasend nein ich bin nicht rasend wär ich's so tatet ihr nicht gut mich zu erinnern das auf meines schwertes spitze sein leben schwebt ich bitte haltet euch entfernt verfassungen wie meine wollen geschmeichelt sein drum bleibt zurück was ich mit diesem könig abzumachen habe geht euren leheneid nichts an seht nur wie seine finger bluten seht ihn recht an seht ihr o seht auch hieher das hat er getan der große künstler könig zu den granden welche sich besorgt um ihn herumdrängen wollen tretet alle zurück wovor erzittert ihr sind wir nicht sohn und vater ich will doch erwarten zu welcher schandtat die natur carlos natur ich weiß von keiner mord ist jetzt die losung der menschheit bande sind entzwei du selbst hast sie zerrissen sire in deinen reichen soll ich verehren was du höhnst o seht seht hieher es ist noch kein mord geschehen als heute gibt es keinen gott was dürfen in seiner schöpfung könige so hausen ich frage gibt es keinen gott solange mütter geboren haben ist nur einer einer so unverdient gestorben weißt du auch was du getan hast nein er weiß es nicht weiß nicht dass er ein leben hat gestohlen aus dieser welt das wichtiger und edler und teurer war als er mit seinem ganzen jahrhundert könig mit gelindem ton wenn ich allzu rasch gewesen geziemt es dir für den ich es gewesen mich zur verantwortung zu ziehen carlos wie ist's möglich sie erraten nicht wer mir der tote war o sagt es ihm helft seiner allwissenheit das schwere rätsel lösen der tote war mein freund und wollt ihr wissen warum er starb für mich ist er gestorben könig ha meine ahnung carlos blutender vergib daß ich vor solchen ohren es entweihe doch dieser große menschenkenner sinke für scham dahin das seine graue weisheit der scharfsinn eines jünglings überlistet ja sire wir waren brüder brüder durch ein edler band als die natur es schmiedet sein schöner lebenslauf war liebe liebe für mich sein großer schöner tod mein war er als sie mit seiner achtung groß getan als seine scherzende beredsamkeit mit ihrem stolzen riesengeiste spielte ihn zu beherrschen wähnten sie und waren ein volksam werkzeug seiner höhern plane daß ich gefangen bin war seiner freundschaft durchdachtes werk mich zu erretten schrieb er an oranien den brief o gott es war die erste lüge seines lebens mich zu erretten warf er sich dem tod den er erlitt entgegen sie beschenkten ihn mit ihrer gunst er starb für mich ihr herz und ihre freundschaft drangen sie ihm auf ihr zepter war das spielwerk seiner hände er warf es hin und starb für mich der könig steht ohne bewegung den blick starr auf den boden geheftet alle granden sehen betreten und furchtsam auf ihn und war es möglich dieser groben lüge konnten sie glauben schenken wie gering mußt er sie schätzen da er's unternahm bei ihnen mit diesem plumpen gaukelspiel zu reichen um seine freundschaft wagten sie zu buhlen und unterlagen dieser leichten probe o nein nein das war nichts für sie das war kein mensch für sie das wußt er selbst recht gut als er mit allen kronen sie verstoßen dies feine seitenspiel zerbrach in ihrer metallenen hand sie konnten nichts als ihn ermorden alba hat den könig bis jetzt nicht aus den augen gelassen und mit sichtbarer unruhe die bewegungen beobachtet welche in seinem gesichte arbeiten jetzt nähert er sich ihm furchtsam sire nicht diese totenstille sehen sie um sich reden sie mit uns carlos sie waren ihm nicht gleichgültig seinen anteil hatten sie längst vielleicht er hätte sie noch glücklich gemacht sein herz war reich genug sie selbst von seinem überfluss zu vergnügen die splitter seines geistes hätten sie zum gott gemacht sich selber haben sie bestohlen was werden sie bieten eine seele zu erstatten wie diese war ein tiefes schweigen viele von den granden sehen weg oder verhüllen das gesicht in ihren mänteln o die ihr hier versammelt steht und vor entsetzen und vor bewunderung verstummt verdammet den jüngling nicht der diese sprache gegen den vater und den könig führt seht hieher für mich ist er gestorben habt ihr tränen fließt blut nicht glühend erz in euren adern seht hieher und verdammt mich nicht er wendet sich zum könig mit mehr fassung und gelassenheit vielleicht erwarten sie wie diese unnatürliche geschichte sich enden wird hier ist mein schwert sie sind mein könig wieder denken sie daß ich vor ihrer rache zittre morden sie mich auch wie sie den edelsten gemordet mein leben ist verwirkt ich weiß was ist mir jetzt das leben hier entsag ich allem was mich auf dieser welt erwartet suchen sie unter fremdlingen sich einen sohn da liegen meine reiche er sinkt an dem leichnam nieder und nimmt an dem folgenden keinen anteil mehr man hört unterdessen von ferne ein verworrenes getöse von stimmen und ein gedräng vieler menschen um den könig herum ist eine tiefe stille seine augen durchlaufen den ganzen kreis aber niemand begegnet seinen blicken könig nun will niemand antworten jeder blick am boden jedes gesicht verhüllt mein urteil ist gesprochen in diesen stummen mienen les ich es verkündigt meine untertanen haben mich gerichtet das vorige stillschweigen der tumult kommt näher und wird lauter durch die umstehenden granden läuft ein gemurmel sie geben sich untereinander verlegene winke graf lerma stößt endlich leise den herzog von alba an lerma wahrlich das ist sturm alba leise so fürcht ich lerma man dringt herauf man kommt fünfter auftritt ein offizier von der leibwache die vorigen offizier dringend rebellion wo ist der könig er arbeitet sich durch die menge und dringt bis zum könig ganz madrid in waffen zu tausenden umringt der wütende soldat der pöbel den palast prinz carlos verbreitet man sei in verhaft genommen sein leben in gefahr das volk will ihn lebendig sehen oder ganz madrid in flammen aufgehen lassen alle granden in bewegung rettet rettet den könig alba zum könig der ruhig und unbeweglich steht flüchten sie sich sire es hat gefahr noch wissen wir nicht wer den pöbel waffnet könig erwacht aus seiner betäubung richtet sich auf und tritt mit majestät unter sie steht mein thron noch bin ich noch könig dieses landes nein ich bin es nicht mehr diese memmen weinen von einem knaben weich gemacht man wartet nur auf die losung von mir abzufallen ich bin verraten von rebellen alba sire welch fürchterliche fantasie könig dorthin dort werft euch nieder vor dem blühenden dem jungen könig werft euch nieder ich bin nichts mehr ein ohnmächtiger greis alba dahin ist es gekommen spanier alle drängen sich um den könig herum und knien mit gezogenen schwertern vor ihm nieder carlos bleibt allein und von allen verlassen bei dem leichnam könig reißt seinen mantel ab und wirft ihn von sich bekleidet ihn mit dem königlichen schmuck auf meiner zertretnen leiche tragt ihn er bleibt ohnmächtig in albas und lermas armen lerma hilfe gott feria gott welcher zufall lerma er ist von sich alba läßt den könig in lermas und ferias händen bringen sie ihn zu bette unterdessen geb ich madrid den frieden er geht ab der könig wird weggetragen und alle granden begleiten ihn sechster auftritt carlos bleibt allein bei dem leichnam zurück nach einigen augenblicken erscheint ludwig mercado sieht sich schüchtern um und steht eine zeitlang stillschweigend hinter dem prinzen der ihn nicht bemerkt mercado ich komme von ihrer majestät der königin carlos sieht wieder weg und gibt ihm keine antwort mein name ist mercado ich bin leibarzt bei ihrer majestät und hier ist meine beglaubigung er zeigt dem prinzen einen siegelring dieser verharrt in seinem stillschweigen die königin wünscht sehr sie heute noch zu sprechen wichtige geschäfte carlos wichtig ist mir nichts mehr auf dieser welt mercado ein auftrag sagte sie den marquis posa hinterlassen carlos steht schnell auf was sogleich er will mit ihm gehen mercado nein jetzt nicht gnädger prinz sie müssen die nacht erwarten jeder zugang ist besetzt und alle wachen dort verdoppelt unmöglich ist es diesen flügel des palastes ungesehen zu betreten sie würden alles wagen carlos aber mercado nur ein mittelprinz ist höchstens noch vorhanden die königin hat es erdacht sie legt es ihnen vor doch es ist kühn und seltsam und abenteuerlich carlos das ist mercado schon längst geht eine sage wie sie wissen daß um mitternacht in den gewölbten gängen der königlichen burg in mönchsgestalt der abgeschiedene geist des kaisers wandle der pöbel glaubt an dies gerücht die wachen beziehen nur mit schauer diesen posten wenn sie entschlossen sind sich dieser verkleidung zu bedienen können sie durch alle wachen frei und unversehrt bis zum gemach der königin gelangen dass dieser schlüssel öffnen wird vor jedem angriff schützt sie die heilige gestalt doch auf der stelle prinz muß ihr entschluß gefaßt sein das nöt'ge kleid die maske finden sie in ihrem zimmer ich muß eilen ihrer majestät antwort zu bringen carlos und die zeit mercado die zeit ist zwölf uhr carlos sagen sie ihr daß sie mich erwarten könne mercado geht ab siebter auftritt carlos graf lerma lerma retten sie sich prinz der könig wütet gegen sie ein anschlag auf ihre freiheit wo nicht auf ihr leben befragen sie mich weiter nicht ich habe mich weggestohlen sie zu warnen fliehen sie ohne aufschub carlos ich bin in den händen der allmacht lerma wie die königin mich eben hat merken lassen sollen sie noch heute madrid verlassen und nach brüssel flüchten verschieben sie es nicht ja nicht der aufruhr begünstigt ihre flucht in dieser absicht hat ihn die königin veranlaßt jetzt wird man sich nicht erkühnen gegen sie gewalt zu brauchen im kartäuser kloster erwartet sie die post und hier sind waffen wenn sie gezwungen sollten sein er gibt ihm einen dolch und terzerolen carlos dank 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 graf lerma ihre heutige geschichte hat mich im innersten gerührt so liebt kein freund mehr alle patrioten weinen um sie mehr darf ich jetzt nicht sagen carlos graf lerma dieser abgeschiedne nannte sie einen edlen mann noch einmal prinz reisen sie glücklich schönre zeiten werden kommen dann aber werd ich nicht mehr sein empfangen sie meine huldigung schon hier er läßt sich auf ein knie vor ihm nieder carlos will ihn zurückhalten sehr bewegt nicht also nicht also graf sie rühren mich ich möchte nicht gerne weich sein lerma küsst seine hand mit empfindung könig meiner kinder o meine kinder werden sterben dürfen für sie ich darf es nicht erinnern sie sich meiner in meinen kindern kehren sie in frieden nach spanien zurücke seien sie ein mensch auf könig philipps thron sie haben auch leiden kennenlernen unternehmen sie nichts blutiges gegen ihren vater ja nichts blutiges mein prinz philipp der zweite zwang ihren ältervater von dem thron zu steigen dieser philipp zittert heute vor seinem eignen sohn daran gedenken sie prinz und so geleite sie der himmel er geht schnell weg carlos ist im begriff auf einem andern wege fortzueilen kehrt aber plötzlich um und wirft sich vor dem leichnam des marquis nieder den er noch einmal in seine arme schließt dann verläßt er schnell das zimmer vorzimmer des königs achter auftritt ein gedränge vieler granden es ist abend und lichter werden angezündet herzog von alba und herzog von feria kommen im gespräch alba die stadt ist ruhig wie verließen sie den könig feria in der fürchterlichsten laune er hat sich eingeschlossen was sich auch ereignen würde keinen menschen will er vor sich lassen die verräterei des marquis hat auf einmal seine ganze natur verändert wir erkennen ihn nicht mehr alba ich muß zu ihm ich kann ihn diesmal nicht schonen eine wichtige entdeckung die eben jetzt gemacht wird feria eine neue entdeckung alba ein kartäusermönch der in des prinzenzimmer heimlich sich gestohlen und mit verdächtger den tod des marquis posa sich erzählen lassen fällt meinen wachen auf man hält ihn an man untersucht die angst des todes presst ihm ein geständnis aus daß er papiere von großem werte bei sich trage die ihm der verstorbne anbefohlen in des prinzenhand zu übergeben wenn er sich vor sonnenuntergang nicht mehr ihm zeigen würde feria nun alba die briefe lauten daß carlos binnen mitternacht und morgen madrid verlassen soll feria was alba daß ein schiff in kadigs segelfertig liege ihn nach wlissingen zu bringen daß die staaten der niederlande seiner nur erwarten die spansche ketten abzuwerfen feria ha was ist das alba andere briefe melden daß eine flotte solimans bereits von rodus ausgelaufen den monarchen von spanien laut des geschlossenen bundes im mittelländischen meere anzugreifen feria ist's möglich alba eben diese briefe lehren die reisen mich verstehen die der malteser durch ganz europa jüngst getan es galt nichts kleineres als alle nord'schen mächte für der flamänder freiheit zu bewaffnen feria das war er alba diesen briefen endlich folgt ein ausgeführter plan des ganzen krieges der von der spanischen monarchie auf immer die niederlande trennen soll nichts nichts ist übersehen kraft und widerstand berechnet alle quellen alle kräfte des landes pünktlich angegeben alle maximen welche zu befolgen alle bündnisse die zu schließen der entwurf ist teuflisch aber wahrlich göttlich feria welch undurchdringlicher verräter alba noch beruft man sich in diesem brief auf eine geheime unterredung die der prinz am abend seiner flucht mit seiner mutter zustande bringen sollte feria wie das wäre ja heute alba diese mitternacht auch hab ich für diesen fall befehle schon gegeben sie sehen dass es dringt kein augenblick ist zu verlieren öffnen sie das zimmer des königs feria nein der eintritt ist verboten alba so öffne ich selbst die wachsende gefahr rechtfertigt diese kühnheit wie er gegen die türe geht wird sie geöffnet und der könig tritt heraus feria ha er selbst ende von fünfter akt achter auftritt don carlos in fan von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller fünfter akt neunter bis ilfter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz neunter auftritt könig zu den vorigen alle erschrecken über seinen anblick weichen zurück und lassen ihn ehrerbietig mitten durch er kommt in einem wachen traume wie eines nachtwandlers sein anzug und seine gestalt zeigen noch die unordnung worein ihn die gehabte ohnmacht versetzt hat mit langsamen schritten geht er an den anwesenden granden vorbei sieht jeden starr an ohne einen einzigen wahrzunehmen endlich bleibt er gedanken voll stehen die augen zur erde gesenkt bis seine gemütsbewegung nach und nach laut wird könig gib diesen toten mir heraus ich muss ihn wiederhaben domingo leise zum herzog von alba reden sie ihn an könig wie oben er dachte klein von mir und starb ich muss ihn wiederhaben er muss anders von mir denken alba nähert sich mit furcht sire könig wer redet hier er sieht lange im ganzen kreis herum hat man vergessen wer ich bin warum nicht auf den knieen vor mir kreatur noch bin ich könig unterwerfung will ich sehen setzt alles mich hintan weil einer mich verachtet hat alba nichts mehr von ihm mein könig ein neuer feind bedeutender als dieser steht auf im herzen ihres reichs feria prinz carlos könig er hatte einen freund der in den tod gegangen ist für ihn für ihn mit mir hätt er ein königreich geteilt wie er auf mich heruntersah so stolz sieht man von thronen nicht herunter war's nicht sichtbar wie viel er sich mit der eroberung wußte was er verlor gestand sein schmerz so wird um nichts vergängliches geweint daß er noch lebte ich gäb ein indien dafür trostloser allmacht die nicht einmal in gräber ihren arm verlängern eine kleine übereilung mit menschenleben nicht verbessern kann die toten stehen nicht mehr auf wer darf mir sagen daß ich glücklich bin im grabe wohnt einer der mir achtung vorenthalten was gehn die lebenden mich an ein geist ein freier mann stand auf in diesem ganzen jahrhundert einer er verachtet mich und stirbt alba so lebten wir umsonst laßt uns zu grabe gehen spanier auch noch im tode raubt uns dieser mensch das herz des königs könig er setzt sich nieder den kopf auf den arm gestützt wär er mir also gestorben ich hab ihn lieb gehabt sehr lieb er war mir teuer wie ein sohn in diesem jüngling ging mir ein neuer schönerer morgen auf wer weiß was ich ihm aufbehalten er war meine erste liebe ganz europa verfluche mich europa mag mir fluchen von diesem hab ich dank verdient domingo durch welche bezauberung könig und wem bracht er dies opfer dem knaben meinem sohne nimmermehr ich glaub es nicht für einen knaben stirbt ein posa nicht der freundschaftarme flamme füllt eines posa herz nicht aus das schlug der ganzen menschheit seine neigung war die welt mit allen kommenden geschlechtern sie zu vergnügen fand er einen thron und geht vorüber diesen hochverrat an seiner menschheit sollte posa sich vergeben nein ich kenn ihn besser nicht den philipp opfert er dem carlos nur den alten mann dem jüngling seinem schüler des vaters untergehende sonne lohnt das neue tagwerk nicht mehr das verspart man dem nahen aufgang seines sohns es ist klar auf meinen hintritt wird gewartet alba lesen sie in diesen briefen die bekräftigung könig steht auf er könnte sich verrechnet haben noch noch bin ich habe dank natur ich fühle in meinen sehnen jünglingskraft ich will ihn zum gelächter machen seine tugend sei eines träumers hirngespinst gewesen er sei gestorben als ein tor sein sturz erdrücke seinen freund und sein jahrhundert laß sehen wie man mich entbehrt die welt ist noch auf einen abend mein ich will ihn nützen diesen abend daß nach mir kein pflanzer mehr in zähen menschenaltern auf dieser brandstadt ernten soll er brachte der menschheit seinem götzen mich zum opfer die menschheit büße mir für ihn und jetzt mit seiner puppe fang ich an zum herzog von alba was wars mit dem infanten wiederholt es mir was lehren mich diese briefe alba diese briefe sire enthalten die verlassenschaft des marquis von posa an prinz karl könig durchläuft die papiere wobei er von allen umstehenden scharf beobachtet wird nachdem er eine zeitlang gelesen legt er sie weg und geht stillschweigend durch das zimmer man rufe mir den inquisitor kardinal ich laß ihn bitten eine stunde mir zu schenken einer von den granten geht hinaus der könig nimmt die papiere wieder liest fort und legt sie abermals weg in dieser nacht also taxis schlag zwei uhr soll die post vor dem kartäuserkloster halten alba und leute die ich ausgesendet sahen verschiednes reißgeräte an dem wappen der krone kenntlich nach dem kloster tragen feria auch sollen große summen auf den namen der königin bei maurischen agenten betrieben worden sein in brüssel zu erheben könig wo verließ man den infanten alba beim leichnam des maltesers könig ist noch licht im zimmer der königin alba dort ist alles still auch hat sie ihre kammerfrauen zeitiger als sonst zu geschehen pflegt entlassen die herzogin von arkos die zuletzt aus ihrem zimmer ging verließ sie schon in tiefem schlafe ein offizier von der leibwache tritt herein zieht den herzog von feria auf die seite und spricht leise mit ihm dieser wendet sich betretend zum herzog von alba andere drängen sich hinzu und es entsteht ein gemurmel feria taxis domingo zugleich sonderbar könig was gibt es feria eine nachricht sire die kaum zu glauben ist domingo zween schweizer die soeben von ihrem posten kommen melden es ist lächerlich es nachzusagen könig nun alba daß in dem linken flügel des palasts der geist des kaisers sich erblicken lassen und mit beherztem feierlichen schritt an ihnen vorbeigegangen eben diese nachricht bekräftigen alle wachen die durch diesen pavillon verbreitet stehn und setzen hinzu daß die erscheinung in den zimmern der königin verschwunden könig und in welcher gestalt erschien er offizier in dem nämlichen gewand das er zum letztenmal in justi als hironimiter mönch getragen könig als mönch und also haben ihn die wachen im leben noch gekannt denn woher wußten sie sonst daß es der kaiser war offizier daß es der kaiser müsse sein bewies das zepter das er in händen trug domingo auch will man ihn schon öfters wie die sage geht in dieser gestalt gesehen haben könig angeredet hat ihn niemand offizier niemand unterstand sich die wachen sprachen ihr gebet und ließen ihn ehrerbietig mitten durch könig und in den zimmern der königin verlor sich die erscheinung offizier im vorgemach der königin allgemeines stillschweigen könig wendet sich schnell um wie sagt ihr alba sire wir sind stumm könig nach einigem besinnen zu dem offizier laßt meine garten unter die waffen treten und jedweden zugang zu diesem flügel sperren ich bin lüstern ein wort mit diesem geist zu reden der offizier geht ab gleich darauf ein page page sire der inquisitor kardinal könig zu den anwesenden verlaßt uns der kardinal großinquisitor ein greis von neunzig jahren und blind auf einen stab gestützt und von zwei dominikanern geführt wie er durch ihre reihen geht werfen sich alle granden vor ihm nieder und berühren den saum seines kleides er erteilt ihnen den segen alle entfernen sich zehnter auftritt der könig und der großinquisitor ein langes stillschweigen großinquisitor steh ich vor dem könig könig ja großinquisitor ich war mirs nicht mehr vermutend könig ich erneuere einen auftritt vergangener jahre philipp der infant holt rat bei seinem lehrer großinquisitor rat bedurfte mein zögling karl ihr großer vater niemals könig um so viel glücklicher war er ich habe gemordet kardinal und keine ruhe großinquisitor weswegen haben sie gemordet könig ein betrug der ohne beispiel ist großinquisitor ich weiß ihn könig was wisset ihr durch wen seit wann großinquisitor seit jahren was sie seit sonnenuntergang könig mit befremdung ihr habt von diesem menschen schon gewußt großinquisitor sein leben liegt angefangen und beschlossen in der santa casa heiligen registern könig und er ging frei herum großinquisitor das seil an dem er flatterte war lang doch unzerreißbar könig er war schon außer meines reiches grenzen großinquisitor wo er sein mochte war ich auch könig geht unwillig auf und nieder man wußte in wessen hand ich war warum versäumte man mich zu erinnern großinquisitor diese frage geb ich zurücke warum fragten sie nicht an da sie in dieses menschenarm sich warfen sie kannten ihn ein blick entlarvte ihnen den ketzer was vermochte sie dies opfer dem heilgen amt zu unterschlagen spielt man so mit uns wenn sich die majestät zur hehlerin erniedrigt hinter unserm rücken mit unsern schlimmsten feinden sich versteht was wird mit uns darf einer gnade finden mit welchem rechte wurden hunderttausend geopfert könig er ist auch geopfert großinquisitor nein er ist ermordet ruhmlos freventlich das blut das unsrer ehre glorreich fließen sollte hat eines meuchelmörders hand verspritzt der mensch war unser was befugte sie des ordens heilge güter anzutasten durch uns zu sterben war er da ihn schenkte der notdurft dieses zeitenlaufes gott in seines geistes feierlicher schändung die prahlende vernunft zur schau zu führen das war mein überlegter plan nun liegt sie hingestreckt die arbeit vieler jahre wir sind bestohlen und sie haben nichts als blutge hände könig leidenschaft riß mich dahin vergib mir großinquisitor leidenschaft antwortet mir philipp der infant bin ich allein zum alten mann geworden leidenschaft mit unwilligem kopfschütteln gib die gewissen frei in deinen reichen wenn du in deinen ketten gehst könig ich bin in diesen dingen noch ein neuling habe geduld mit mir großinquisitor nein ich bin nicht mit ihnen zufrieden ihren ganzen vorigen regentenlauf zu lästern wo war damals der philipp dessen feste seele wie der angelstern am himmel unverändert und ewig um sich selber treibt war eine ganze vergangenheit versunken hinter ihnen war in dem augenblick die welt nicht mehr die nämliche da sie die hand ihm boten gift nicht mehr gift war zwischen gut und übel und wahr und falsch die scheidewand gefallen was ist ein vorsatz was beständigkeit was männertreue wenn in einer lauen minute eine sechzigjährige regel wie eines weibes laune schmilzt könig ich sah in seine augen halte mir den rückfall in die sterblichkeit zugut die welt hat einen zugang weniger zu deinem herzen deine augen sind erloschen großinquisitor was sollte ihnen dieser mensch was konnte er neues ihnen vorzuzeigen haben worauf sie nicht bereitet waren kennen sie schwärmer sinn und neuerung so wenig der weltverbesser prahlerische sprache klang ihrem ohr so ungewohnt wenn das gebäude ihrer überzeugung schon von worten fällt mit welcher stirne muss ich fragen schrieben sie das bluturteil der hunderttausend schwachen seelen die den holzstoß für nichts schlimmeres bestiegen könig mich lüstete nach einem menschen diese domingo großinquisitor wozu menschen menschen sind für sie nur zahlen weiter nichts muß ich die elemente der monarchenkunst mit meinem grauen schüler überhören der erde gott verlerne zu bedürfen was ihm verweigert werden kann wenn sie um mitgefühle wimmern haben sie der welt nicht ihresgleichen zugestanden und welche rechte möchte ich wissen haben sie aufzuweisen über ihresgleichen könig wirft sich in den sessel ich bin ein kleiner mensch ich fühl's du forderst von dem geschöpf was nur der schöpfer leistet großinquisitor nein sire mich hintergeht man nicht sie sind durchschaut uns wollten sie entfliehen des ordens schwere ketten drückten sie sie wollten frei und einzig sein er hält inne der könig schweigt wir sind gerochen danken sie der kirche die sich begnügt als mutter sie zu strafen die wahl die man sie blindlings treffen lassen war ihre züchtigung sie sind belehrt jetzt kehren sie zu uns zurück stünd ich nicht jetzt vor ihnen beim lebendgen gott sie wären morgen so vor mir gestanden könig nicht diese sprache mäßige dich priester ich duld es nicht ich kann in diesem ton nicht mit mir sprechen hören großinquisitor warum rufen sie den schatten samuels herauf ich gab zwei könige dem spanischen thron und hoffte ein festgegründet werk zu hinterlassen verloren seh ich meines lebens frucht don philipp selbst erschüttert mein gebäude und jetzt sire wozu bin ich gerufen was soll ich hier ich bin nicht willens diesen besuch zu wiederholen könig eine arbeit noch die letzte dann magst du in frieden scheiden vorbei sei das vergangne friede sei geschlossen zwischen uns wir sind versöhnt großinquisitor wenn philipp sich in demut beugt könig nach einer pause mein sohn sind auf empörung großinquisitor was beschließen sie könig nichts oder alles großinquisitor und was heißt hier alles könig ich lass ihn fliehen wenn ich ihn nicht sterben lassen kann großinquisitor nun sire könig kannst du mir einen neuen glauben gründen der eines kindes blutgen mord verteidigt großinquisitor die ewige gerechtigkeit zu sühnen starb an dem holze gottes sohn könig du willst durch ganz europa diese meinung pflanzen großinquisitor so weit als man das kreuz verehrt könig ich frefle an der natur auch diese mächtge stimme willst du zum schweigen bringen großinquisitor vor dem glauben gilt keine stimme der natur könig ich lege mein richteramt in deine hände kann ich ganz zur rücke treten großinquisitor geben sie ihn mir könig es ist mein einzger sohn wem hab ich gesammelt großinquisitor der verwesung lieber als der freiheit könig steht auf wir sind einig kommt großinquisitor wohin könig aus meiner hand das opfer zu empfangen er führt ihn hinweg zimmer der königin letzter auftritt carlos die königin zuletzt der könig mit gefolge carlos in einem mönchsgewand eine maske vor dem gesichte die er eben jetzt abnimmt unter dem arme ein bloßes schwert es ist ganz finster er nähert sich einer türe welche geöffnet wird die königin tritt heraus im nachtkleide mit einem brennenden licht carlos läßt sich vor ihr auf ein knie nieder elisabeth königin mit stiller wehmut auf seinem anblick verweilend so sehen wir uns wieder carlos so sehen wir uns wieder stillschweigen königin sucht sich zu fassen stehn sie auf wir wollen einander nicht erweichen karl nicht durch ohnmächtge tränen will der große tote gefeiert werden tränen mögen fließen für kleinre leiden er hat sich geopfert für sie mit seinem teuren leben hat er das ihrige erkauft und dieses blut wär einem hirngespinst geflossen carlos ich selber habe gut gesagt für sie auf meine bürgschaft schied er freudiger von hinnen werden sie zur lügnerin mich machen carlos mit begeisterung einen leichenstein will ich ihm setzen wie noch keinem könige geworden über seiner asche blühe ein paradies königin so hab ich sie gewollt das war die große meinung seines todes mich wählte er zu seines letzten willens vollstreckerin ich mahne sie ich werde auf die erfüllung dieses eides halten und noch ein anderes vermächtnis legte der sterbende in meine hand ich gab ihm mein wort und warum soll ich es verschweigen er übergab mir seinen karl ich trötze dem schein ich will vor menschen nicht mehr zittern will einmal kühn sein wie ein freund mein herz soll reden tugend nannt er unsre liebe ich glaub es ihm und will mein herz nicht mehr carlos vollenden sie nicht königin ich habe in einem langen schweren traum gelegen ich liebte jetzt bin ich erwacht vergessen sei das vergangne hier sind ihre briefe zurück vernichten sie die meinen fürchten sie keine wallung mehr von mir es ist vorbei ein reiner feuer hat mein wesen geläutert meine leidenschaft wohnt in den gräbern der toten keine sterbliche begierde teilt diesen busen mehr nach einem stillschweigen ihre hand fassend ich kam um abschied zu nehmen mutter endlich seh ich ein es gibt ein höher wünschenswerter gut als dich besitzen eine kurze nacht hat meiner jahre trägen lauf beflügelt frühzeitig mich zum mann gereift ich habe für dieses leben keine arbeit mehr als die erinnerung an ihn vorbei sind alle meine ernten er nähert sich der königin welche das gesicht verhüllt sagen sie mir gar nichts mutter königin kehren sie sich nicht an meine tränen karl ich kann nicht anders doch glauben sie mir ich bewundre sie sie waren unsers bundes einzige vertraute unter diesem namen werden sie auf der ganzen welt das teuerste mir bleiben meine freundschaft kann ich ihnen so wenig als noch gestern meine liebe verschenken an ein andres weib doch heilig sei mir die königliche witwe führt die vorsicht mich auf diesen thron der könig begleitet vom großinquisitor und seinen granden erscheint im hintergrunde ohne bemerkt zu werden jetzt geh ich aus spanien und sehe meinen vater nicht wieder nie in diesem leben wieder ich schätz ihn nicht mehr ausgestorben ist in meinem busen die natur sein sie ihm wieder gattin er hat einen sohn verloren treten sie in ihre pflichten zurück ich eile mein bedrängtes volk zu retten von tyrannenhand madrid sieht nur als könig oder nie mich wieder und jetzt zum letzten lebewohl er küsst sie königin o karl was machen sie aus mir ich darf mich nicht empor zu dieser männergröße wagen doch fassen und bewundern kann ich sie carlos bin ich nicht stark elisabeth ich halte in meinen armen sie und wanke nicht von dieser stelle hätten mich noch gestern des nahen todes schrecken nicht gerissen er verläßt sie das ist vorbei jetzt trotz ich jedem schicksal der sterblichkeit ich hielt sie in den armen und wankte nicht still hörten sie nicht etwas eine uhr schlägt königin nichts hör ich als die fürchterliche glocke die uns zur trennung lautet carlos gute nacht denn mutter aus gent empfangen sie den ersten brief von mir der das geheimnis unsers umgangs laut machen soll ich gehe mit don philipp jetzt einen öffentlichen gang zu tun von nun an will ich sei nichts heimliches mehr unter uns sie brauchen nicht das auge der welt zu scheuen dies hier sei mein letzter betrug er will nach der maske greifen der könig steht zwischen ihnen könig es ist dein letzter die königin fällt ohnmächtig nieder carlos eilt auf sie zu und empfängt sie mit den armen ist sie tot o himmel und erde könig kalt und stille zum großinquisitor kardinal ich habe das meinige getan tun sie das ihre er geht ab briefe über don carlos friedrich von schiller erster brief und zweiter brief sie sagen mir lieber freund daß ihnen die bisherigen beurteilungen des don carlos noch wenig befriedigung gegeben und halten dafür daß der größte teil derselben den eigentlichen gesichtspunkt des verfassers fehlgegangen sei es deucht ihnen noch wohl möglich gewisse gewagte stellen zu retten welche die kritik für unhaltbar erklärte manche zweifel die dagegen rege gemacht worden finden sie in dem zusammenhange des stücks wo nicht völlig beantwortet doch vorhergesehen und in anschlag gebracht bei den meisten einwürfen sagen sie fänden sie weit weniger die sagazität der beurtheiler als die selbstzufriedenheit zu bewundern mit der sie solche als hohe entdeckungen vortragen ohne sich durch den natürlichsten gedanken stören zu lassen daß übertretungen die dem blödsichtigsten sogleich ins auge fallen auch wohl dem verfasser der unter seinen lesern selten der am wenigsten unterrichtete ist dürften sichtbar gewesen sein und daß sie es also weniger mit der sache selbst als mit den gründen zu tun haben die ihn dabei bestimmten diese gründe können allerdings unzulänglich sein können auf einer einseitigen vorstellungsart beruhen aber die sache des beurteilers wäre es gewesen diese unzulänglichkeit diese einseitigkeit zu zeigen wenn er anders in den augen desjenigen dem er sich zum richter aufdringt oder zum ratgeber anbietet einen wert erlangen will aber lieber freund was geht es am ende den autor an ob sein beurtheiler beruf gehabt hat oder nicht wie viel oder wenig scharfsinn er bewiesen hat mag er das mit sich selbst ausmachen schlimm für den autor und sein werk wenn er die wirkung desselben auf die divinationsgabe und billigkeit seiner kritiker ankommen ließ wenn er den eindruck desselben von eigenschaften abhängig machte die sich nur in sehr wenigen köpfen vereinigen es ist einer der fehlerhaftesten zustände in welchen sich ein kunstwerk befinden kann wenn es in die willkür des betrachters gestellt worden welche auslegung er davon machen will und wenn es einer nachhilfe bedarf ihn in den rechten standpunkt zu rücken wollten sie mir andeuten daß das meinige sich in diesem falle befände so haben sie etwas sehr schlimmes davon gesagt und sie veranlassen mich es aus diesem gesichtspunkt noch einmal genauer zu prüfen es käme also deucht mir vorzüglich darauf an zu untersuchen ob in dem stücke alles enthalten ist was zum verständnis desselben dienet und ob es in so klaren ausdrücken angegeben ist daß es dem leser leicht war es zu erkennen lassen sie sich's also gefallen lieber freund daß ich sie eine zeitlang von diesem gegenstand unterhalte das stück ist mir fremder geworden ich finde mich jetzt gleichsam in der mitte zwischen dem künstler und seinem betrachter wodurch es mir vielleicht möglich wird des erstern vertraute bekanntschaft mit seinem gegenstand mit der unbefangenheit des letztern zu verbinden es kann mir überhaupt und ich finde nötig dieses voraus zu schicken es kann mir begegnet sein daß ich in den ersten akten andere erwartungen erregt habe als ich in den letzten erfüllte sansrials novelle vielleicht auch meine eigene äußerungen darüber im ersten stück der thalia mögen dem leser einen standpunkt angewiesen haben aus dem es jetzt nicht mehr betrachtet werden kann während der zeit nämlich dass ich es ausarbeitete welches mancher unterbrechung wegen eine ziemlich lange zeit war hat sich in mir selbst vieles verändert an den verschiedenen schicksalen die während dieser zeit über meine art zu denken und zu empfinden ergangen sind musste notwendig auch dieses werk teilnehmen was mich zu anfang vorzüglich in demselben gefesselt hatte tat diese wirkung in der folge schon schwächer und am ende nur kaum noch neue ideen die indes bei mir aufkamen verdrängten die frühern carlos selbst war in meiner gunst gefallen vielleicht aus keinem andern grunde als weil ich ihm in jahren zu weit vorausgesprungen war und aus der entgegengesetzten ursache hatte marquis posa seinen platz eingenommen so kam es denn daß ich zu dem vierten und fünften akte ein ganz anderes herz mitbrachte aber die ersten drei akte waren in den händen des publikums die anlage des ganzen war nicht mehr umzustoßen ich hätte also das stück entweder ganz unterdrücken müssen und das hätte mir doch wohl der kleinste teil meiner leser gedankt oder ich musste die zweite hälfte der ersten so gut anpassen als ich konnte wenn dies nicht überall auf die glücklichste art geschehen ist so dient mir zu einiger beruhigung daß es einer geschicktern hand als der meinigen nicht viel besser würde gelungen sein der hauptfehler war ich hatte mich zu lang mit dem stücke getragen ein dramatisches werk aber kann und soll nur die blüte eines einzigen sommers sein auch der plan war für die grenzen und regeln eines dramatischen werks zu weitläuftig angelegt dieser plan zum beispiel forderte daß marquis posa das uneingeschränkteste vertrauen philips davontrug aber zu dieser außerordentlichen wirkung erlaubte mir die ökonomie des stücks nur eine einzige szene bei meinem freunde werden mich diese aufschlüsse vielleicht rechtfertigen aber nicht bei der kunst möchten sie indessen doch nur die vielen deklamationen beschließen womit von dieser seite her von den kritikern gegen mich ist sturm gelaufen worden zweiter brief der charakter des marquis posa ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden inwiefern diese behauptung grund hat wird sich dann am besten ergeben wenn man die eigentümliche handlungsart dieses menschen auf ihren wahren gehalt zurückgeführt hat ich habe es hier wie sie sehen mit zwei entgegengesetzten parteien zu tun denen welche ihn aus der klasse natürlicher wesen schlechterdings verwiesen haben wollen müsste also dargetan werden inwiefern er mit der menschennatur zusammenhängt inwiefern seine gesinnungen wie seine handlungen aus sehr menschlichen trieben fließen und in der verkettung äußerlicher umstände gegründet sind diejenigen welche ihm den namen eines göttlichen menschen geben brauche ich nur auf einige blößen an ihm aufmerksam zu machen die gar sehr menschlich sind die gesinnungen die der marquis äußert die philosophie die ihn leitet die lieblingsgefühle die ihn beseelen so sehr sie sich auch über das tägliche leben erheben können als bloße vorstellungen betrachtet es nicht wohl sein was ihn mit recht aus der klasse natürlicher wesen verbannte denn was kann in einem menschlichen kopf nicht da sein empfangen und welche geburt des gehirnes kann in einem glühenden herzen nicht zur leidenschaft reifen auch seine handlungen können es nicht sein die so selten dies auch geschehen mag in der geschichte selbst ihresgleichen gefunden haben denn die aufopferung des marquis für seinen freund hat wenig oder nichts vor dem heldentode eines curtius regulus und anderer voraus das unrichtige und unmögliche müsste also entweder in dem widerspruch dieser gesinnungen mit dem damaligen zeitalter oder in ihrer ohnmacht und ihrem mangel an lebendigkeit liegen zu solchen handlungen wirklich zu entzünden ich kann also die einwendungen welche gegen die natürlichkeit dieses charakters gemacht werden nicht anders verstehen als das in philipps des zweiten jahrhundert kein mensch so wie marquis posa gedacht haben konnte das gedanken dieser art nicht so leicht wie hier geschieht in den willen und in die tat übergehen und dass eine idealische schwärmerei nicht mit solcher konsequenz realisiert nicht von solcher energie im handeln begleitet zu werden pflege was man gegen diesen charakter aus dem zeitalter einwendet in welchem ich ihn auftreten lasse dünkt mir vielmehr für als wieder ihn zu sprechen nach dem beispiel aller großen köpfe entsteht er zwischen finsternis und licht eine hervorragende isolierte erscheinung der zeitpunkt wo er sich bildet ist allgemeine gärung der köpfe kampf der vorurteile mit der vernunft anarchie der meinungen morgendämmerung der wahrheit von jeher die geburtsstunde außerordentlicher menschen die ideen von freiheit und menschenadel die ein glücklicher zufall vielleicht eine günstige erziehung in diese rein organisierte empfängliche seele warf machen sie durch ihre neuheit erstaunen und wirken mit aller kraft des ungewohnten und überraschenden auf sie selbst das geheimnis unter welchem sie ihr wahrscheinlich mitgeteilt wurden mußte die stärke ihres eindrucks erhöhen sie haben durch einen langen abnutzenden gebrauch das triviale noch nicht das heutzutage ihren eindruck so stumpf macht ihren großen stempel hat weder das geschwätz der schulen noch der witz der weltleute abgerieben seine seele fühlt sich in diesen ideen gleichsam wie in einer neuen und schönen region die mit allem ihrem blendenden licht auf sie wirkt und sie in den lieblichsten traum entzückt das entgegengesetzte elend der sklaverei und des aberglaubens zieht sie immer fester und fester an diese lieblingswelt die schönsten träume von freiheit werden ja im kerker geträumt sagen sie selbst mein freund das kühnste ideal einer menschenrepublik allgemeiner duldung und gewissensfreiheit wo konnte es besser und wo natürlicher zur welt geboren werden als in der nähe philipps des zweiten und seiner inquisition alle grundsätze und lieblingsgefühle des marquis drehen sich um republikanische tugend selbst seine aufopferung für seinen freund beweist dieses denn aufopferungsfähigkeit ist der inbegriff aller republikanischen tugend der zeitpunkt worin er auftrat war gerade derjenige worin stärker als je von menschenrechten und gewissensfreiheit die rede war die vorhergehende reformation hatte diese ideen zuerst in umlauf gebracht und die flandrischen unruhen erhielten sie in übung seine unabhängigkeit von außen sein stand als malteser ritter selbst schenkten ihm die glückliche muße diese spekulative schwärmerei zur reife zu brüten in dem zeitalter und in dem staat worin der marquis auftritt und in den außendingen die ihn umgeben liegt also der grund nicht warum er dieser philosophie nicht hätte fähig sein nicht mit schwärmerischer anhänglichkeit ihr hätte ergeben sein können wenn die geschichte reich an beispielen ist dass man für meinungen alles irdische hint ansetzen kann wenn man dem grundlosesten wahn die kraft beilegt die gemüter der menschen auf einen solchen grad einzunehmen daß sie aller aufopferungen fähig gemacht werden so wäre es sonderbar der wahrheit diese kraft abzustreiten in einem zeitpunkt vollends der so reich wie jener an beispielen ist daß menschen gut und leben um lehrsätze wagen die an sich so wenig begeisterndes haben sollte deucht mich ein charakter nicht auffallen der für die erhabenste aller ideen etwas ähnliches wagt man müsste denn annehmen dass wahrheit minder fähig sei das menschenherz zu rühren als der wahn der marquis ist außerdem als held angekündigt schon in früher jugend hat er mit seinem schwerte proben eines muts abgelegt den er nachher für eine ernsthaftere angelegenheit äußern soll begeisternde wahrheiten und eine seelen erhebende philosophie müßten deucht mir in einer heldenseele zu etwas ganz anderem werden als in dem gehirn eines schulgelehrten oder in dem abgenützten herzen eines weichlichen weltmanns zwei handlungen des marquis sind es vorzüglich an denen man wie sie mir sagen anstoß genommen hat sein verhalten gegen den könig in der zehnten szene des dritten aufzugs und die aufopferung für seinen freund aber es könnte sein daß die freimütigkeit mit der er dem könige seine gesinnungen vorträgt weniger auf rechnung seines muts als seiner genauen kenntnis von jenes charakters käme und mit aufgehobener gefahr würde so nach auch der haupteinwurf gegen diese szene gehoben darüber ein andermal wenn ich sie von philipp dem zweiten unterhalte jetzt hätt ich es bloß mit posas aufopferung für den prinzen zu tun worüber ich ihnen im nächsten briefe einige gedanken mitteilen will briefe über don carlos von friedrich von schiller dritter brief sie wollten neulich im don carlos den beweis gefunden haben daß leidenschaftliche freundschaft ein ebenso rührender gegenstand für die tragödie sein könne als leidenschaftliche liebe und meine antwort daß ich mir das gemälde einer solchen freundschaft für die zukunft zurückgelegt hätte befremdete sie also auch sie nehmen es wie die meisten meiner leser als ausgemacht an daß es schwärmerische freundschaft gewesen was ich mir in dem verhältnis zwischen carlos und marquis posa zum ziel gesetzt habe und aus diesem standpunkt haben sie folglich diese beiden charaktere und vielleicht das ganze drama bisher betrachtet wie aber lieber freund wenn sie mir mit dieser freundschaft wirklich zu viel getan hätten wenn es aus dem ganzen zusammenhang deutlich erhellte daß sie dieses ziel nicht gewesen und auch schlechterdings nicht sein konnte wenn sich der charakter des marquis sowie er aus dem total seiner handlungen hervorgeht mit einer solchen freundschaft durchaus nicht vertrüge und wenn sich gerade aus seinen schönsten handlungen die man auf ihre rechnung schreibt der beste beweis für das gegenteil führen ließe die erste ankündigung des verhältnisses zwischen diesen beiden könnte irre geführt haben aber dies auch nur scheinbar und eine geringe aufmerksamkeit auf das abstechende benehmen beider hätte hingereicht den irrtum zu heben dadurch daß der dichter von ihrer jugendfreundschaft ausgeht hat er sich nichts von seinem höhern plane vergeben im gegenteil konnte dieser aus keinem bessern faden gesponnen werden das verhältnis in welchem beide zusammen auftreten war reminiscenz ihrer früheren akademischen jahre harmonie der gefühle eine gleiche liebhaberei für das große und schöne ein gleicher enthusiasmus für wahrheit freiheit und tugend hatte sie damals aneinander geknüpft ein charakter wie posas der sich nachher so wie es in dem stücke geschieht entfaltet mußte früher angefangen haben diese lebhafte empfindungskraft an einem fruchtbaren gegenstande zu üben ein wohlwollen das sich in der folge über die ganze menschheit erstrecken sollte mußte von einem engern bande ausgegangen sein dieser schöpferische und feurige geist musste bald einen stoff haben auf den er wirkte konnte sich ihm ein schönerer anbieten als ein zart und lebendig fühlender seiner ergießungen empfänglicher ihm freiwillig entgegeneilender fürstensohn aber auch schon in diesen früheren zeiten ist der ernst dieses charakters in einigen zügen sichtbar schon hier ist posa der kältere der spätere freund und sein herz jetzt schon zu weit umfassend um sich für ein einziges wesen zusammenzuziehen muß durch ein schweres opfer errungen werden da fing ich an mit zärtlichkeiten und inniger bruderliebe dich zu quälen du stolzes herz gabst sie mir kalt zurück verschmähen konntest du mein herz doch nie von dir entfernen dreimal wiesest du den fürsten von dir dreimal stand er wieder als bettler da um liebe dich zu flehn und sofort mein königliches blut floß schändlich unter unbarmherzigen streichen so hoch kam mir der eigensinn zu stehn von rodrigo geliebt zu sein hier schon sind einige winke gegeben wie wenig die anhänglichkeit des marquis an den prinzen auf persönliche übereinstimmung sich gründet frühe denkt er sich ihn als königssohn frühe drängt sich diese idee zwischen sein herz und seinen bittenden freund carlos öffnet ihm seine arme der junge weltbürger kniet vor ihm nieder gefühle für freiheit und menschenadel waren früher in seiner seele reif als freundschaft für carlos dieser zweig wurde erst nachher auf diesen stärkern stamm selbst in dem augenblick wo sein stolz durch das große opfer seines freundes bezwungen ist verliert er den fürstensohn nicht aus den augen ich will bezahlen sagt er wenn du könig bist ist es möglich daß sich in einem so jungen herzen bei diesem lebendigen und immer gegenwärtigen gefühl der ungleichheit ihres standes freundschaft erzeugen konnte deren wesentliche bedingung doch gleichheit ist also auch damals schon war es weniger liebe als dankbarkeit weniger freundschaft als mitleid was den marquis dem prinzen gewann die gefühle ahnungen träume entschlüsse die sich dunkel und verworren in dieser knabenseele drängten mussten mitgeteilt in einer andern seele angeschaut werden und carlos war der einzige der sie mitahnen mit träumen konnte und der sie erwiderte ein geist wie posas musste seine überlegenheit frühzeitig zu genießen streben und der liebevolle karl schmiegte sich so unterwürfig so gelehrig an ihn an posa sah in diesem schönen spiegel sich selbst und freute sich seines bildes so entstand diese akademische freundschaft aber jetzt werden sie voneinander getrennt und alles wird anders carlos kommt an den hof seines vaters und posa wirft sich in die welt jener durch seine frühe anhänglichkeit an den edelsten und feurigsten jüngling verwöhnt findet in dem ganzen umkreis eines despotenhofes nichts was sein herz befriedigte alles um ihn her ist leer und unfruchtbar mitten im gewühl so vieler höflinge einsam von der gegenwart gedrückt labt er sich an süßen rückerinnerungen der vergangenheit bei ihm also dauern diese frühen eindrücke warm und lebendig fort und sein zum wohlwollen gebildetes herz dem ein würdiger gegenstand mangelt verzehrt sich in nie befriedigten träumen so versinkt er allmählich in einen zustand müßiger schwärmerei untätiger betrachtung in dem fortwährenden kampf mit seiner lage nützen sich seine kräfte ab die unfreundlichen begegnungen eines ihm so ungleichen vaters verbreiten eine düstre schwermut über sein wesen den zehrenden wurm jeder geistesblüte den tod der begeisterung zusammengedrückt ohne energie geschäftlos hinbrütend in sich selbst von schweren fruchtlosen kämpfen ermattet zwischen schreckhaften extremen herumgescheucht keines eigenen aufschwungs mehr fähig so findet ihn die erste liebe in diesem zustand kann er ihr keine kraft mehr entgegensetzen alle jene früheren ideen die ihr allein das gleichgewicht hätten halten können sind seiner seele fremder geworden sie beherrscht ihn mit despotischer gewalt so versinkt er in einen schmerzhaft wollüstigen zustand des leidens auf einen einzigen gegenstand sind jetzt alle seine kräfte zusammengezogen ein nie gestilltes verlangen hält seine seele innerhalb ihrer selbst gefesselt wie sollte sie ins universum ausströmen unfähig diesen wunsch zu befriedigen unfähiger noch ihn durch innere kraft zu besiegen schwindet er halb lebend halb sterbend in sichtbarer zehrung hin keine zerstreuung für den brennenden schmerz seines busens kein mitfühlendes sich ihm öffnendes herz in das er ihn ausströmen könnte ich habe niemand niemand auf dieser großen weiten erde niemand soweit das zepter meines vaters reicht soweit die schifffahrt unsere flaggen sendet ist keine stelle keine keine wo ich meiner tränen mich entlasten kann hilflosigkeit und armut des herzens führen ihn jetzt auf eben den punkt zurück wo fülle des herzens ihn hatte ausgehen lassen heftiger fühlt er das bedürfnis der sympathie weil er allein ist und unglücklich so findet ihn sein zurückkommender freund ganz anders ist es indessen diesem ergangen mit offenen sinnen mit allen kräften der jugend allem drange des genies aller wärme des herzens in das weite universum geworfen sieht er den menschen im großen wie im kleinen handeln er findet gelegenheit sein mitgebrachtes ideal an den wirkenden kräften der ganzen gattung zu prüfen alles was er hört was er sieht wird mit lebendigem enthusiasmus von ihm verschlungen alles in beziehung auf jenes ideal empfunden gedacht und verarbeitet der mensch zeigt sich ihm in mehreren varietäten in mehreren himmelsstrichen verfassungen graden der bildung und stufen des glückes lernt er ihn kennen so erzeugt sich in ihm allmählich eine zusammengesetzte und erhabene vorstellung des menschen im großen und ganzen gegen welche jedes einengende kleinere verhältnis verschwindet aus sich selbst tritt er jetzt heraus im großen weltraum dehnt sich seine seele ins weite merkwürdige menschen die sich in seine bahn werfen zerstreuen seine aufmerksamkeit teilen sich in seine achtung und liebe an die stelle eines individuums tritt bei ihm jetzt das ganze geschlecht ein vorübergehender jugendlicher affekt erweitert sich in eine allumfassende unendliche philanthropie aus einem müßigen enthusiasten ist ein tätiger handelnder mensch geworden jene ehemaligen träume und ahnungen die noch dunkel und unentwickelt in seiner seele lagen haben sich zu klaren begriffen geläutert müßige entwürfe in handlung gesetzt ein allgemeiner unbestimmter drang zu wirken ist in zweckmäßige tätigkeit übergegangen der geist der völker wird von ihm studiert ihre kräfte ihre hilfsmittel abgewogen ihre verfassungen geprüft im umgange mit verwandten geistern gewinnen seine ideen vielseitigkeit und form geprüfte weltleute wie ein wilhelm von oranien coligny und andere nehmen ihnen das romantische und stimmen sie allmählich zu pragmatischer brauchbarkeit herunter bereichert mit tausend neuen fruchtbaren begriffen vollstrebender kräfte schöpferischer triebe kühner und weitumfassender entwürfe mit geschäftigem kopf glühendem herzen von den großen begeisternden ideen allgemeiner menschlicher kraft und menschlichen adels durchdrungen und feuriger für die glückseligkeit dieses großen ganzen entzündet das ihm in so vielen individuen vergegenwärtigt ward so kommt er jetzt von der großen ernte zurück brennend von sehnsucht einen schauplatz zu finden auf welchem er diese ideale realisieren diese gesammelten schätze in anwendung bringen könnte flanderns zustand bietet sich ihm da alles findet er hier zu einer revolution zubereitet mit dem geiste den kräften und hilfsquellen dieses volkes bekannt die er gegen die macht seines unterdrückers berechnet sieht er das große unternehmen schon als geendigt an sein ideal republikanischer freiheit kann kein günstigeres moment und keinen empfänglichern boden finden so viele reiche blühende provinzen ein kräftiges und großes volk und auch ein gutes volk und vater dieses volkes das dacht ich das muß göttlich sein je elender er dieses volk findet desto näher drängt sich dieses verlangen an sein herz desto mehr eilt er es in erfüllung zu bringen hier und hier erst erinnert er sich lebhaft des freundes den er mit glühenden gefühlen für menschenglück in alkala verließ ihn denkt er sich jetzt als retter der unterdrückten nation als das werkzeug seiner hohen entwürfe voll unaussprechlicher liebe weil er ihn mit der lieblingsangelegenheit seines herzen zusammendenkt eilt er nach madrid in seine arme jene samenkörner von humanität und heroischer tugend die er einst in seine seele gestreut jetzt in vollen saaten zu finden und in ihm den befreier der niederlande den künftigen schöpfer seines geträumten staats zu umarmen leidenschaftlicher als jemals mit fiebrischer heftigkeit stürzt ihm dieser entgegen ich drück an meine seele dich ich fühle die deinige allmächtig an mir schlagen jetzt ist alles wieder gut ich liege am halse meines rodrigo der empfang ist der feurigste aber wie beantwortet ihn posa er der seinen freund in voller blüte der jugend verließ und ihn jetzt einer wandelnden leiche gleich wiederfindet verweilt er bei dieser traurigen veränderung forscht er lange und ängstlich nach ihren quellen steigt er zu den kleinern angelegenheiten seines freundes herunter bestürzt und ernsthaft erwidert er diesen unwillkommnen empfang so war es nicht wie ich don philipps sohn erwartete das ist der löwenkühne jüngling nicht zu dem ein unterdrücktes heldenvolk mich sendet denn jetzt steh ich als rodrigo nicht hier nicht als des knaben carlos spielgeselle ein abgeordneter der ganzen menschheit umarm ich sie es sind die flandrischen provinzen die an ihrem halse weinen unfreiwillig entwischt ihm seine herrschende idee gleich in den ersten augenblicken des so lang entbehrten wiedersehens wo man sich doch sonst so viel wichtigere kleinigkeiten zu sagen hat und carlos muß alles rührende seiner lage aufbieten muß die entlegensten szenen der kindheit hervorrufen um diese lieblings idee seines freundes zu verdrängen sein mitgefühl zu wecken und ihn auf seinen eigenen traurigen zustand zu heften schrecklich sieht sich posa in den hoffnungen getäuscht mit denen er seinem freunde zueilte einen heldencharakter hatte er erwartet der sich nach taten sehnte wozu er ihm jetzt den schauplatz eröffnen wollte er rechnete auf jenen vorrat von erhabener menschenliebe auf das gelübde das er ihm in jenen schwärmerischen tagen auf die entzwei gebrochene hostie getan und findet leidenschaft für die gemahlin seines vaters das ist der karl nicht mehr der in alkala von dir abschied nahm der karl nicht mehr der sich beherzt getraute das paradies dem schöpfer abzusehn und dermal einst als unumschränkter fürst in spanien zu pflanzen o der einfall war kindisch aber göttlich schön vorbei sind diese träume eine hoffnungslose leidenschaft die alle seine kräfte verzehrt die sein leben selbst in gefahr setzt wie würde ein sorgsamer freund des prinzen der aber ganz nur freund allein und mehr nicht gewesen wäre in dieser lage gehandelt haben und wie hat posa der weltbürger gehandelt posa des prinzenfreund und vertrauter hätte viel zu sehr für die sicherheit seines carlos gezittert als daß er es hätte wagen sollen zu einer gefährlichen zusammenkunft mit seiner königin die hand zu bieten des freundes pflicht wär es gewesen auf erstickung dieser leidenschaft und keineswegs auf ihre befriedigung zu denken posa der sachwalter flanderns handelt ganz anders ihm ist nichts wichtiger als diesen hoffnungslosen zustand in welchem die tätigen kräfte seines freundes versinken auf das schnellste zu endigen sollte es auch ein kleines waagestück kosten solang sein freund in unbefriedigten wünschen verschmachtet kann er fremdes leiden nicht fühlen solang seine kräfte von schwermut niedergedrückt sind kann er sich zu keinem heroischen entschlusse erheben von dem unglücklichen carlos hat flandern nichts zu hoffen aber vielleicht von dem glücklichen er eilt also seinen heißesten wunsch zu befriedigen er selbst führt ihn zu den füßen seiner königin und dabei allein bleibt er nicht stehen er findet in des prinzen gemüt die motive nicht mehr die ihn sonst zu heroischen entschlüssen erhoben hatten was kann er anders tun als diesen erloschenen heldengeist an fremdem feuer entzünden und die einzige leidenschaft nutzen die in der seele des prinzen vorhanden ist an diese muß er die neuen ideen anknüpfen die er jetzt bei ihr herrschend machen will ein blick in der königin herz überzeugt ihn daß er von ihrer mitwirkung alles erwarten darf nur der erste enthusiasmus ist es den er von dieser leidenschaft entlehnen will hat sie dazu geholfen seinem freunde diesen heilsamen schwung zu geben so bedarf er ihrer nicht mehr und er kann gewiß sein daß sie durch ihre eigene wirkung zerstört werden wird also selbst dieses hindernis das sich seiner großen angelegenheit entgegenwarf selbst diese unglückliche liebe wird jetzt in ein werkzeug zu jenem wichtigeren zwecke umgeschaffen und flanderns schicksal muß durch den mund der liebe an das herz seines freundes reden in dieser hoffnungslosen flamme erkannt ich früh der hoffnung goldnen strahl ich wollt ihn führen zum vortrefflichen die stolze königliche frucht woran nur menschenalter langsam pflanzen sollte ein schneller lenz der wundertätgen liebe beschleunigen mir sollte seine tugend an diesem kräftgen sonnenblicke reifen aus den händen der königin empfängt jetzt carlos die briefe welche posa aus flandern für ihn mitbrachte die königin ruft seinen entflohenen genius zurück noch sichtbarer zeigt sich diese unterordnung der freundschaft unter das wichtigere interesse bei der zusammenkunft im kloster ein entwurf des prinzen auf den könig ist fehlgeschlagen dieses und eine entdeckung welche er zum vorteil seiner leidenschaft glaubt gemacht zu haben stürzen ihn heftiger in diese zurück und posa glaubt zu bemerken dass sich sinnlichkeit in diese leidenschaft mische nichts konnte sich weniger mit seinem höhern plane vertragen alle hoffnungen die er auf carlos liebe zur königin für seine niederlande gegründet hat stürzten dahin wenn diese liebe von ihrer höhe heruntersank der unwille den er darüber empfindet bringt seine gesinnungen an den tag o ich fühle wovon ich mich entwöhnen muß ja einst 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 war's ganz anders da warst du so reich so warm so reich ein ganzer weltkreis hatte in deinem weiten busenraum das alles ist nun dahin von einer leidenschaft von einem kleinen eigennutz verschlungen dein herz ist ausgestorben keine träne dem ungeheuern schicksal der provinzen nicht einmal eine träne mehr o karl wie arm bist du wie bettelarm geworden seitdem du niemand liebst als dich bang vor einem ähnlichen rückfall glaubt er einen gewaltsamen schritt wagen zu müssen solange karl in der nähe der königin bleibt ist er für die angelegenheit flanders verloren seine gegenwart in den niederlanden kann dort den dingen eine ganz andere wendung geben er steht also keinen augenblick an ihn auf die gewaltsamste art dahin zu bringen er soll dem könig ungehorsam werden soll nach brüssel heimlich sich begeben wo mit offenen armen die flamender ihn erwachten alle niederlande stehen auf seine losung auf die gute sache wird stark durch einen königssohn würde der freund des carlos es über sich vermocht haben so verwegen mit dem guten namen ja selbst mit dem leben seines freundes zu spielen aber posa dem die befreiung eines unterdrückten volks eine weit dringendere aufforderung war als die kleinen angelegenheiten eines freundes posa der weltbürger mußte gerade so und nicht anders handeln alle schritte die im verlauf des stücks von ihm unternommen werden verraten eine wagende kühnheit die ein heroischer zweck allein einzuflößen im stand ist freundschaft ist oft verzagt und immer besorglich wo ist bis jetzt im charakter des marquis auch nur eine spur dieser ängstlichen pflege eines isolierten geschöpfs dieser alles ausschließenden neigung worin doch allein der eigentümliche charakter der leidenschaftlichen freundschaft besteht wo ist bei ihm das interesse für den prinzen nicht dem höhern interesse für die menschheit untergeordnet fest und beharrlich geht der marquis seinen großen kosmopolitischen gang und alles was um ihn herum vorgeht wird ihm nur durch die verbindung wichtig in der es mit diesem höhern gegenstande steht dritter brief briefe über don carlos von friedrich von schiller vierter bis siebter brief diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz vierter brief um einen großen theil seiner bewunderer dürfte ihn dieses geständnis bringen aber er wird sich mit dem kleinen theil der neuen verehrer trösten die es ihm zuwendet und zum allgemeinen beifall überhaupt konnte sich ein charakter wie der seinige niemals hoffnung machen hohes wirkendes wohlwollen gegen das ganze eine besondere zärtliche bekümmernis vor allen übrigen unterschieden haben im herzen seines herzens würde er ihn getragen haben wie hamlet seinen horatio man hält dafür daß das wohlwollen um so schwächer und laulichter werde je mehr sich seine gegenstände häufen aber dieser fall kann auf den marquis nicht angewandt werden der gegenstand seiner liebe zeigt sich ihm im vollsten lichte der begeisterung herrlich und verklärt steht dieses bild vor seiner seele wie die gestalt einer geliebten da es Carlos ist der dieses ideal von menschenglück wirklich machen soll so trägt er es auf ihn über so fasst er zuletzt beides in einem gefühl unzertrennlich zusammen in Carlos allein schaut er seine feurig geliebte menschheit itzt an sein freund ist der brennpunkt in welchem alle seine vorstellungen von jenem zusammengesetzten ganzen sich sammeln er wirkt also doch nur in einem gegenstand auf ihn den er mit allem enthusiasmus und allen kräften seiner seele umfasst mein herz nur einem einzigen geweiht umschloß die ganze welt in meines Carlos seele schuf ich ein paradies für millionen hier ist also liebe zu einem wesen ohne hintansetzung der allgemeinen sorgsame pflege der freundschaft ohne das unbillige das ausschließende dieser leidenschaft hier allgemeine alles umfassende philanthropie in einen einzigen feuerstrahl zusammengedrängt und sollte eben das dem interesse geschadet haben was es veredelt hat dieses gemälde von freundschaft sollte an rührung und anmut verlieren was ihm an würde gegeben worden an stärke verlieren was es an umfang gewann der freund des Carlos sollte darum weniger anspruch auf unsere tränen und unsere bewunderung haben weil er mit der beschränktesten äußerung des wohlwollenden affekts seine weiteste ausdehnung verbindet und das göttliche der universellen liebe durch ihre menschlichste anwendung mildert mit der neunten scene des dritten aufzugs öffnet sich ein ganz neuer spielraum für diesen charakter fünfter brief leidenschaft für die königin hat endlich den prinzen bis an den rand des verderbens geführt beweise seiner schuld sind in den händen seines vaters und seine unbesonnene hitze ließ ihn dem lauernden argwohn seiner feinde die gefährlichsten blößen geben er schwebt in augenscheinlicher gefahr ein opfer seiner wahnsinnigen liebe der väterlichen eifersucht des priesterhasses der rachgier eines beleidigten feindes und einer verschmähten buhlerin zu werden seine lage von außen fordert die dringendste hilfe noch mehr aber fordert sie der innere zustand seines gemüths der alle erwartungen und entwürfe des marquis zu vereiteln droht von jener gefahr muss der prinz befreit aus diesem seelenzustand muss er gerissen werden wenn jene entwürfe zu flanderns befreiung in erfüllung gehen sollen und der marquis ist es von dem wir beides erwarten der uns auch selbst dazu hoffnung macht aber auf eben dem wege woher dem prinzen gefahr kommt ist auch bei dem könig ein seelenzustand hervorgebracht worden der ihn das bedürfnis der mitteilung zum ersten mal fühlen läßt die schmerzen der eifersucht haben ihn aus dem unnatürlichen zwang seines standes in den ursprünglichen stand der menschheit zurückversetzt haben ihn das leere und gekünstelte seiner despotengröße fühlen und wünsche in ihm aufsteigen lassen die weder macht noch hoheit befriedigen kann könig könig nur und wieder könig keine bessere antwort als leeren hohlen widerhall ich schlage an diesen felsen und will wasser wasser für meinen heißen fieberdurst er gibt mir glühend gold gerade ein gang der begebenheiten wie der bisherige deucht mir oder keiner konnte bei einem monarchen wie philipp der zweite war einen solchen zustand erzeugen und gerade so ein zustand musste in ihm erzeugt werden um die nachfolgende handlung vorzubereiten und den marquis ihm nahe bringen zu können Vater und Sohn sind auf ganz verschiedenen wegen auf den punkt geführt worden wo der dichter sie haben muss auf ganz verschiedenen wegen wurden beide zu dem marquis von posa hingezogen in welchem einzigen das bisher getrennte interesse sich nunmehr zusammendrängt durch carlos leidenschaft für die königin und deren unausbleibliche folgen bei dem könig wurde dem marquis seine ganze laufbahn geschaffen darum war es nötig dass auch das ganze stück mit jener eröffnet wurde gegen sie musste der marquis selbst so lange in schatten gestellt werden und sich bis er von der ganzen handlung besitz nehmen konnte mit einem untergeordneten interesse begnügen weil er von ihr allein alle materialien zu seiner künftigen tätigkeit empfangen konnte die aufmerksamkeit des zuschauers durfte also durchaus nicht vor der zeit davon abgezogen werden und darum war es nötig dass sie bis hieher als haupthandlung beschäftigte das interesse hingegen das nachher das herrschende werden sollte nur durch winke von ferne angekündigt wurde aber sobald das gebäude steht fällt das gerüste die geschichte von carlos liebe als die bloß vorbereitende handlung weicht zurück um derjenigen platz zu machen für welche allein sie gearbeitet hatte nämlich jene verborgenen motive des marquis welche keine andere sind als flanderns befreiung und das künftige schicksal der nation motive die man unter der hülle seiner freundschaft bloß geahndet hat treten jetzt sichtbar hervor und fangen an sich der ganzen aufmerksamkeit zu bemächtigen carlos wie aus dem bisherigen zur genüge erhellet wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche werkzeug zu jenem feurig und standhaft verfolgten zweck betrachtet und als ein solches mit eben dem enthusiasmus wie der zweck selbst umfasst aus diesem universelleren motive musste eben der ängstliche anteil an dem wohl und weh seines freundes eben die zärtliche sorgfalt für dieses werkzeug seiner liebe fließen als nur immer die stärkste persönliche sympathie hätte hervorbringen können karls freundschaft gewährt ihm den vollständigsten genuß seines ideales sie ist der vereinigungspunkt aller seiner wünsche und tätigkeiten noch kennt er keinen andern und kürzern weg sein hohes ideal von freiheit und menschenglück wirklich zu machen als der ihm in carlos geöffnet wird es fiel ihm gar nicht ein dies auf einem andern wege zu suchen am allerwenigsten fiel es ihm ein diesen weg unmittelbar durch den könig zu nehmen als er daher zu diesem geführt wird zeigt er die höchste gleichgültigkeit mich will er haben mich ich bin ihm nichts ich wahrlich nichts mich hier in diesen zimmern wie zwecklos und wie ungereimt was kann ihm viel dran liegen ob ich bin sie sehen es führt zu nichts aber nicht lange überlässt er sich dieser müßigen dieser kindischen verwunderung einem geiste gewohnt wie es dieser ist jedem umstande seine nutzbarkeit abzumerken auch den zufall mit bildender hand zum plan zu gestalten jedes ereignis in beziehung auf seinen herrschenden lieblingszweck sich zu denken bleibt der hohe gebrauch nicht lange verborgen der sich von dem jetzigen augenblick machen lässt auch das kleinste element der zeit ist ihm ein heilig anvertrautes fund womit gewuchert werden muß noch ist es nicht klarer zusammenhängender plan was er sich denkt bloße dunkle ahnung und auch diese kaum bloß flüchtig aufsteigender einfall ist es ob hier vielleicht gelegentlich etwas zu wirken sein möchte er soll vor denjenigen treten der das schicksal so vieler millionen in der hand hat man muß den augenblick nutzen sagt er zu sich selbst der nur einmal kommt wärs auch nur ein feuerfunke wahrheit in die seele dieses menschen geworfen der noch keine wahrheit gehört hat wer weiß wie wichtig ihn die vorsicht bei ihm verarbeiten kann mehr denkt er sich nicht dabei als einen zufälligen umstand auf die beste art die er kennet zu benutzen in dieser stimmung erwartet er den könig sechster brief ich behalte mir auf eine andere gelegenheit vor mich über den ton auf welchen sich posa gleich zu anfang mit dem könige stimmt wie überhaupt über sein ganzes verfahren in dieser szene und die art wie dieses von dem könige aufgenommen wird näher gegen sie zu erklären wenn sie lust haben mich zu hören jetzt begnüge ich mich bloß bei demjenigen stehen zu bleiben was mit dem charakter des marquis in der unmittelbarsten verbindung steht alles was der marquis nach seinem begriffe von dem könig vernünftigerweise hoffen konnte bei ihm hervorzubringen war ein mit demüthigung verbundenes erstaunen dass seine große idee von sich selbst und seine geringe meinung von menschen doch wohl einige ausnahmen leiden dürfte als dann die natürliche unausbleibliche verlegenheit eines kleinen geistes vor einem großen geist diese wirkung konnte wohl tätig sein wenn sie auch bloß dazu diente die vorurteile dieses menschen auf einen augenblick zu erschüttern wenn sie ihn fühlen ließ dass es noch jenseits seines gezogenen kreises wirkungen gebe von denen er sich nichts hätte träumen lassen dieser einzige laut konnte noch lange nachhallen in seinem leben und dieser eindruck musste desto länger bei ihm haften je mehr er ohne beispiel war aber posa hatte den könig wirklich zu flach zu oben hin beurteilt oder wenn er ihn auch gekannt hätte so war er doch von der damaligen gemütslage desselben zu wenig unterrichtet um sie mit in berechnung zu bringen diese gemütslage war äußerst günstig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen reden eine aufnahme die er mit keinem grund der wahrscheinlichkeit hatte erwarten können diese unerwartete entdeckung gibt ihm einen lebhaftern schwung und dem stücke selbst eine ganz neue wendung kühn gemacht durch einen erfolg der all sein hoffen übertraf und durch einige spuren von humanität die ihn an dem könige überraschen in feuer gesetzt verirrt er sich auf einen augenblick bis zu der ausschweifenden idee sein herrschendes ideal von flanderns glück und so weiter unmittelbar an die person des königs anzuknüpfen es unmittelbar durch diesen in erfüllung zu bringen diese voraussetzung setzt ihn in eine leidenschaft die den ganzen grund seiner seele eröffnet alle geburten seiner fantasie alle resultate seines stillen denkens ans licht bringt und deutlich zu erkennen gibt wie sehr ihn diese ideale beherrschen jetzt in diesem zustand der leidenschaft werden alle die triebfedern sichtbar die ihn bis jetzt in handlung gesetzt haben jetzt ergeht es ihm wie jedem schwärmer der von seiner herrschenden idee überwältigt wird er kennt keine grenzen mehr im feuer seiner begeisterung veredelt er sich den könig der mit erstaunen ihm zuhört und vergisst sich so weit hoffnungen auf ihn zu gründen worüber er in den nächsten ruhigen augenblicken erröten wird an carlos wird jetzt nicht mehr gedacht was für ein langer umweg erst auf diesen zu warten der könig bietet ihm eine weit nähere und schnellere befriedigung dar warum das glück der menschheit bis auf seinen erben verschieben würde sich carlos busenfreund so weit vergessen würde eine andere leidenschaft als die herrschende den marquis so weit hingerissen haben ist das interesse der freundschaft so beweglich daß man es mit so weniger schwierigkeit auf einen andern gegenstand übertragen kann aber alles ist erklärt sobald man die freundschaft jener herrschenden leidenschaft unterordnet dann ist es natürlich dass diese bei dem nächsten anlass ihre rechte reklamiert und sich nicht lange bedenkt ihre mittel und werkzeuge umzutauschen das feuer und die freimütigkeit womit posa seine lieblingsgefühle die bis jetzt zwischen carlos und ihm geheimnisse waren dem könige vortrug und der wahn dass dieser sie verstehen ja gar in erfüllung bringen könnte war eine offenbare untreue deren er sich gegen seinen freund carl schuldig machte posa der weltburger durfte so handeln und ihm allein kann es vergeben werden an dem busenfreunde carls wäre es ebenso verdammlich als es unbegreiflich sein würde länger als augenblicke freilich sollte diese verblendung nicht dauern der ersten überraschung der leidenschaft vergibt man sie leicht aber wenn er auch noch nüchtern fortführe daran zu glauben so würde er billig in unseren augen zum träumer herabsinken dass sie aber wirklich eingang bei ihm gefunden erhält aus einigen stellen wo er darüber scherzt oder sich ernsthaft davon reinigt gesetzt sagt er der königin ich ginge damit um meinen glauben auf den thron zu setzen königin nein marquis auch nicht einmal im scherze möchte ich dieser unreifen einbildung sie zein sie sind der träumer nicht der etwas unternehme was nicht geendigt werden kann marquis das eben wär noch die frage denk ich carlos selbst hat tief genug in die seele seines freundes gesehen um einen solchen entschluß in seiner vorstellungsart gegründet zu finden und das was er selbst bei dieser gelegenheit über ihn sagt könnte allein hinreichen den gesichtspunkt des verfassers außer zweifel zu setzen du selbst sagt er ihm noch immer im wahn dass der marquis ihn aufopfert du selbst wirst jetzt vollenden was ich gesollt und nicht gekonnt du wirst den spaniern die goldnen tage schenken die sie von mir umsonst gehofft mit mir ist es ja aus auf immer aus das hast du eingesehen o diese fürchterliche liebe hat alle frühen blüten meines geistes unwiederbringlich hingerafft ich bin für deine großen hoffnungen gestorben vorsehung oder zufall führen dir den könig zu es kostet mein geheimnis und er ist dein du kannst sein engel werden für mich ist keine rettung mehr vielleicht für spanien und folgende und an einem andern orte sagt er zum grafen von lerma um die vermeintliche treulosigkeit seines freundes zu entschuldigen er hat mich lieb gehabt sehr lieb ich war ihm teuer wie seine eigene seele o das weiß ich das haben tausend proben mir erwiesen doch sollen millionen ihm soll ihm das vaterland nicht teurer sein als einer sein busen war für einen freund zu groß und carlos glück zu klein für seine liebe er opferte mich seiner tugend siebenter brief posa empfand es recht gut wie viel seinem freunde carlos dadurch entzogen worden daß er den könig zum vertrauten seiner lieblingsgefühle gemacht und einen versuch auf dessen herz getan hatte eben weil er fühlte daß diese lieblingsgefühle das eigentliche band ihrer freundschaft waren so wußte er auch nicht anders als daß er diese in eben dem augenblick gebrochen hatte wo er jene bei dem könig profanierte das wußte carlos nicht aber posa wußte es recht gut daß diese philosophie und diese entwürfe für die zukunft das heilige palladium ihrer freundschaft und der wichtige titel waren unter welchem carlos sein herz besaß eben weil er das wußte und im herzen voraussetzte daß es auch carln nicht unbekannt sein könnte wie konnte er es wagen ihm zu bekennen daß er dieses palladium veruntreut hätte ihm gestehen was zwischen ihm und dem könig vorgegangen war mußte in seinen gedanken ebenso viel heißen als ihm ankündigen daß es eine zeit gegeben wo er ihm nichts mehr war hatte aber carlos künftiger beruf zum thron hatte der königssohn keinen anteil an dieser freundschaft war sie etwas vor sich bestehendes und durchaus nur persönliches so konnte sie durch jene vertraulichkeit gegen den könig zwar beleidigt aber nicht verraten nicht zerrissen worden sein so konnte dieser zufällige umstand ihrem wesen nichts anhaben es war delikatesse es war mitleid daß posa der weltbürger dem künftigen monarchen die erwartungen verschwieg die er auf den jetzigen gegründet hatte aber posa carlos freund konnte sich durch nichts schwerer vergehen als durch diese zurückhaltung selbst zwar sind die gründe welche posa sowohl sich selbst als nachher seinem freunde von dieser zurückhaltung der einzigen quelle aller nachfolgenden verwirrungen angibt von ganz anderer art vierter akt sechster auftritt der könig glaubte dem gefäß dem er sein heiliges geheimnis übergeben und glauben fordert dankbarkeit was wäre geschwätzigkeit wenn mein verstummen dir nicht leiden bringt vielleicht erspart warum dem schlafenden die wetterwolke zeigen die über seiner scheitel hängt und in der dritten szene des fünften akts doch ich von falscher zärtlichkeit bestochen von stolzem wahn geblendet ohne dich das wagestück zu enden unterschlage der freundschaft mein gefährliches geheimnis aber jedem der nur wenige blicke in das menschenherz getan wird es einleuchten dass sich der marquis mit diesen eben angeführten gründen die an sich selbst bei weitem zu schwach sind um einen so wichtigen schritt zu motivieren nur selbst zu hintergehen sucht weil er sich die eigentliche ursache nicht zu gestehen wagt einen weit wahreren aufschluß über den damaligen zustand seines gemüths gibt eine andere stelle woraus deutlich erhält dass es augenblicke müsse gegeben haben in denen er mit sich zu rate ging ob er seinen freund nicht geradezu aufopfern sollte es stand bei mir sagt er zu der königin einen neuen morgen heraufzuführen über diese reiche der könig schenkte mir sein herz er nannte mich seinen sohn ich führe seine siegel und seine alba sind nicht mehr und folgende doch geb ich den könig auf in diesem starren boden blüht keine meiner rosen mehr das waren nur gaukelspiele kindischer vernunft vom reifen manne schamrot widerrufen den nahen hoffnungsvollen lands soll dich vertilgen einen lauen sonnenblick im norden zu erkünsteln eines müden tyrannen letzten rutenstreich zu mildern die große freiheit des jahrhunderts wagen elender ruhm ich mag ihn nicht europens verhängnis reift in meinem großen freunde auf ihn verweis ich spanien doch wehe weh mir und ihm wenn ich bereuen sollte wenn ich das schlimmere gewählt wenn ich den großen wink der vorsicht mißverstanden die mich nicht ihn auf diesem thron gewollt also hat er doch gewählt und um zu wählen musste er also ja den gegensatz sich als möglich gedacht haben aus allen diesen angeführten fällen erkennt man offenbar dass das interesse der freundschaft einem höheren nachsteht und dass ihr nur durch dieses letztere ihre richtung bestimmt wird niemand im ganzen stück hat dieses verhältnis zwischen beiden freunden richtiger beurtheilt als philipp selbst von dem es auch am ersten zu erwarten war im munde dieses menschenkenners legte ich meine apologie und mein eignes urteil von dem helden des stückes nieder und mit seinen worten möge denn auch diese untersuchung beschlossen werden und wem bracht er dies opfer dem knaben meinem sohne nimmermehr ich glaub es nicht für einen knaben stirbt ein posa nicht der freundschaft arme flamme füllt eines posa herz nicht aus das schlug der ganzen menschheit seine neigung war die welt mit allen kommenden geschlechtern briefe über don carlos von friedrich von schiller achter bis zehnter brief diese unfreiwilliger zug des herzens harmonie der karaktere wechselseitige persönliche nothwendigkeit für einander oder von außen hinzugekommene verhältnisse und freie wahl gewesen was das band der freundschaft zwischen diesen beiden geknüpft hat die wirkungen bleiben dieselben und im gange des stückes selbst wird dadurch nichts verändert wozu daher diese weit ausgeholte mühe den leser aus einem irrtum zu reißen der ihm vielleicht angenehmer als die wahrheit ist wie würde es um den reiz der meisten moralischen erscheinungen stehen wenn man jedesmal in die innerste tiefe des menschenherzens hinein leuchten und sie gleichsam werden sehen müßte genug für uns daß alles was marquis posa liebt in dem prinzen versammelt ist durch ihn repräsentiert wird oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten steht dass er dieses zufällige bedingte seinem freund nur geliehene interesse mit dem wesen desselben zuletzt unzertrennlich zusammenfasst und das alles was er für ihn empfindet sich in einer persönlichen neigung äußert wir genießen dann die reine schönheit dieses freundschafts gemäldes als ein einfaches moralisches element unbekümmert in wie viele teile es auch der philosoph noch zergliedern mag wie aber wenn die berichtigung dieses unterschieds für das ganze stück wichtig wäre wird nämlich das letzte ziel von posas bestrebungen über den prinzen hinausgerückt ist ihm dieser nur als werkzeug zu einem höheren zwecke so wichtig befriedigt er durch seine freundschaft für ihn einen anderen trieb als nur diese freundschaft so kann dem stücke selbst nicht wohl eine engere grenze gesteckt sein so muß der letzte endzweck des stückes mit dem zwecke des marquis wenigstens zusammenfallen das große schicksal eines ganzen staats das glück des menschlichen geschlechts auf viele generationen hinunter worauf alle bestrebungen das marquis wie wir gesehen haben hinauslaufen kann nicht wohl episode zu einer handlung sein die den ausgang einer liebesgeschichte zum zweck hat haben wir einander also über posas freundschaft missverstanden so fürchte ich wir haben es auch über den letzten zweck der ganzen tragödie lassen sie mich sie ihnen aus diesem neuen standpunkte zeigen vielleicht dass manche missverhältnisse an denen sie bisher anstoß genommen sich unter dieser neuen ansicht verlieren und was wäre also die sogenannte einheit des stückes wenn es liebe nicht sein soll und freundschaft nie sein konnte von jener handeln die drei ersten akte von dieser die zwei übrigen aber keine von beiden beschäftigt das ganze die freundschaft opfert sich auf und die liebe wird aufgeopfert aber weder diese noch jene ist es der dieses opfer von der andern gebracht wird also muss noch etwas drittes vorhanden sein das verschieden ist von freundschaft und liebe für welches beide gewirkt haben und welchem beide aufgeopfert worden und wenn das stück eine einheit hat woanders als in diesem dritten könnte sie liegen rufen sie sich lieber freund eine gewisse unterredung zurück die über einen lieblingsgegenstand unseres jahrzehnts über verbreitung reinerer sanfterer humanität über die höchstmögliche freiheit der individuen bei des staats höchster blüte kurz über den vollendetsten zustand der menschheit wie er in ihrer natur und ihren kräften als erreichbar angegeben liegt unter uns lebhaft wurde und unsre phantasie in einen der lieblichsten träume entzückte in denen das herz so angenehm schwelgt wir schlossen damals mit dem romanhaften wunsche daß es dem zufall der wohl größere wunder schon getan in dem nächsten julianischen zyklus gefallen möchte unsre gedankenreihe unsre träume und überzeugungen mit eben dieser lebendigkeit und mit eben so gutem willen befruchtet in dem erstgeborenen sohn eines künftigen beherrschers von sternchen oder von sternchen auf dieser oder der andern hemisphäre wieder zu erwecken was bei einem ernsthaften gespräche bloßes spielwerk war dürfte sich wie mir vorkam bei einem solchen spielwerk als die tragödie ist zu der würde des ernstes und der wahrheit erheben lassen was ist der phantasie nicht möglich was ist einem dichter nicht erlaubt unsere unterredung war längst vergessen als ich unterdessen die bekanntschaft des prinzen von spanien machte und bald merkte ich diesem geistvollen jüngling an dass er wohl gar derjenige sein dürfte mit dem wir unseren entwurf zur ausführung bringen könnten gedacht getan alles fand ich mir wie durch einen dienstbaren geist dabei in die hände gearbeitet freiheitssinn mit despotismus im kampfe die fesseln der dummheit zerbrochen tausendjährige vorurteile erschüttert eine nation die ihre menschenrechte widerfordert republikanische tugenden in ausübung gebracht hellere begriffe im umlauf die köpfe in gärung die gemüter von einem begeisterten interesse gehoben und nun um die glückliche konstellation zu vollenden eine schön organisierte jünglingsseele am thron in einsamer unangefochtener blüte unter druck und leiden hervorgegangen unglücklich so machten wir aus müsste der königssohn sein an dem wir unser ideal in erfüllung bringen wollten seien sie ein mensch auf könig philipps thron sie haben auch leiden kennenlernen aus dem schoße der sinnlichkeit und des glücks durfte er nicht genommen werden die kunst durfte noch nicht hand an seine bildung gelegt die damalige welt ihm ihren stempel noch nicht aufgedrückt haben aber wie sollte ein königlicher prinz aus dem sechzehnten jahrhundert philipps des zweiten sohn ein zögling des mönchvolks dessen kaum aufwachende vernunft von so strengen und so scharfsichtigen hütern bewacht wird zu dieser liberalen philosophie gelangen sehen sie auch dafür war gesorgt das schicksal schenkte ihm einen freund einen freund in den entscheidenden jahren wo des geistes blume sich entfaltet ideale empfangen werden und die moralische empfindung sich läutert einen geistreichen gefühlvollen jüngling über dessen bildung selbst was hindert mich dieses anzunehmen ein günstiger stern gewacht ungewöhnliche glücksfälle sich ins mittel geschlagen und in irgendein verborgener weise seines jahrhunderts diesem schönen geschäfte zugebildet hat eine geburt der freundschaft also ist diese heitere menschliche philosophie die der prinz auf dem throne in ausübung bringen will sie kleidet sich in alle reize der jugend in die ganze anmut der dichtung mit licht und wärme wird sie in seinem herzen niedergelegt sie ist die erste blüte seines wesens sie ist seine erste liebe dem marquis liegt äußerst viel daran ihr diese jugendliche lebendigkeit zu erhalten sie als einen gegenstand der leidenschaft bei ihm fortdauern zu lassen weil nur leidenschaft ihm die schwierigkeiten besiegen helfen kann die sich ihrer ausübung entgegensetzen werden sagen sie ihm trägt er der königin auf dass er für die träume seiner jugend soll achtung tragen wenn er mann sein wird nicht öffnen soll dem tötenden insekte gerühmter besserer vernunft das herz der zarten götterblume daß er nicht soll irre werden wenn des staubes weisheit begeisterung die himmelstochter lästert ich hab es ihm zuvor gesagt unter beiden freunden bildet sich also ein enthusiastischer entwurf den glücklichsten zustand hervorzubringen der der menschlichen gesellschaft erreichbar ist und von diesem enthusiastischen entwurf wie er nämlich im konflikt mit der leidenschaft erscheint handelt das gegenwärtige drama die rede war also davon einen fürsten aufzustellen der das höchste mögliche ideal bürgerlicher glückseligkeit für sein zeitalter wirklich machen sollte nicht diesen fürsten erst zu diesem zwecke zu erziehen denn dieses mußte längst vorhergegangen sein und konnte auch nicht wohl zum gegenstand eines solchen kunstwerks gemacht werden noch weniger ihn zu diesem werke wirklich hand anlegen zu lassen denn wie sehr würde dieses die engen grenzen eines trauerspiels überschritten haben die rede war davon diesen fürsten nur zu zeigen den gemütszustand in ihm herrschend zu machen der einer solchen wirkung zum grunde liegen muß und ihre subjektive möglichkeit auf einen hohen grad der wahrscheinlichkeit zu erheben unbekümmert ob glück und zufall sie wirklich machen wollen neunter brief ich will mich über das vorige näher erklären der jüngling nämlich zu dem wir uns dieser außerordentlichen wirkung versehen sollen musste zuvor begierden übermeistert haben die einem solchen unternehmen gefährlich werden können gleich jenem römer musste er seine hand über flammen halten um uns zu überführen daß er manns genug sei über den schmerz zu siegen er mußte durch das feuer einer fürchterlichen prüfung gehen und in diesem feuer sich bewähren dann nur wenn wir ihn glücklich mit einem innerlichen feind haben ringen sehen können wir ihm den sieg über die äußerlichen hindernisse zusagen die sich ihm auf der kühnen reformantenbahn entgegen werfen werden dann nur wenn wir ihn in den jahren der sinnlichkeit bei dem heftigen blut der jugend der versuchung haben trotz bieten sehen können wir ganz sicher sein dass sie dem reifen manne nicht gefährlich mehr sein wird und welche leidenschaft konnte mir diese wirkung in größerem maße leisten als die mächtigste von allen alle leidenschaften von denen für den großen zweck wozu ich ihn aufsparte zu fürchten sein könnte diese einzige ausgenommen sind aus seinem herzen hinweg geräumt oder haben nie darin gewohnt an einem verderbten sittenlosen hofe hat er die reinigkeit der ersten unschuld erhalten nicht seine liebe auch nicht anstrengung durch grundsätze ganz allein sein moralischer instinkt hat ihn vor dieser befleckung bewahrt der wollustpfeil zerbrach an dieser brust lang ehe noch elisabeth hier herrschte der prinzessin von eboli gegenüber die sich aus leidenschaft und plan so oft gegen ihn vergißt zeigt er eine unschuld die der einfalt sehr nahe kommt wie viele die diese szene lesen würden die prinzessin weit schneller verstanden haben meine absicht war in seine natur eine reinigkeit zu legen der keine verführung etwas anhaben kann der kuss den er der prinzessin gibt war wie er selbst sagt der erste seines lebens und dies war doch gewiss ein sehr tugendhafter kuss aber auch über eine feinere verführung sollte man ihn erhaben sehen daher die ganze episode der prinzessin von eboli deren buhlerische künste an seiner besseren liebe scheitern mit dieser liebe allein hätte er es also zu tun und ganz wird ihn die tugend haben wenn es ihm gelungen sein wird auch noch diese liebe zu besiegen und davon handelt nun das stück sie begreifen nun auch warum der prinz gerade so und nicht anders gezeichnet worden warum ich es zugelassen habe daß die edle schönheit dieses charakters durch so viel heftigkeit so viel unstete hitze wie ein klares wasser durch wallungen getrübt wird ein weiches wohlwollendes herz enthusiasmus für das große und schöne delikatesse mut standhaftigkeit uneigennütziger großmut sollte er besitzen schöne und helle blicke des geistes sollte er zeigen aber weise sollte er nicht sein der künftige große mann sollte in ihm schlummern aber ein feuriges blut sollte ihm jetzt noch nicht erlauben es wirklich zu sein alles was den trefflichen regenten macht alles was die erwartungen seines freundes und die hoffnungen einer auf ihn harrenden welt rechtfertigen kann alles was sich vereinigen muss sein vorgesetztes ideal von einem künftigen staat auszuführen sollte sich in diesem charakter beisammen finden aber entwickelt sollte es noch nicht sein noch nicht von leidenschaft geschieden noch nicht zu reinem golde geläutert darauf kam es ja eigentlich erst an ihn dieser vollkommenheit näher zu bringen die ihm jetzt noch mangelt ein mehr vollendeter charakter des prinzen hätte mich des ganzen stücks überhoben ebenso begreifen sie nunmehr warum es nötig war den charakteren philips und seiner geistesverwandten einen so großen spielraum zu geben ein nicht zu entschuldigender fehler wenn diese charaktere weiter nichts als die maschinen hätten sein sollen eine liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulösen und warum überhaupt dem geistlichen politischen und häuslichen despotismus ein so weites feld gelassen worden da aber mein eigentlicher vorwurf war den künftigen schöpfer des menschenglücks aus dem stücke gleichsam hervor gehen zu lassen so war es sehr an seinem orte den schöpfer des elends neben ihm aufzuführen und durch ein vollständiges schauderhaftes gemälde des despotismus sein reizendes gegenteil desto mehr zu erheben wir sehen den despoten auf seinem traurigen thron sehen ihn mitten unter seinen schätzen darben wir erfahren aus seinem munde daß er unter allen seinen millionen allein ist daß die furien des argwohns seinen schlaf anfallen daß ihm seine kreaturen geschmolzenes gold statt eines labetrunks bieten wir folgen ihm in sein einsames gemach sehen da den beherrscher einer halben welt um ein menschliches wesen bitten und ihn dann wenn das schicksal ihm diesen wunsch gewährt hat gleich einem rasenden selbst das geschenk zerstören dessen er nicht mehr würdig war wir sehen ihn unwissend den niedrigsten leidenschaften seiner sklaven dienen sind augenzeugen wie sie die seile drehen woran sie den der sich einbildet der alleinige urheber seiner taten zu sein einem knaben gleich lenken ihn vor welchem man in fernen weltteilen zittert sehen wir vor einem herrischen priester eine erniedrigende rechenschaft ablegen und eine leichte übertretung mit einer schimpflichen züchtigung büßen wir sehen ihn gegen natur und menschheit ankämpfen die er nicht ganz besiegen kann zu stolz ihre macht zu erkennen zu ohnmächtig sich ihr zu entziehen von allen ihren genüssen geflohen aber von ihren schwächen und schrecknissen verfolgt herausgetreten aus seiner gattung um als ein mittelding von geschöpf und schöpfer unser mitleiden zu erregen wir verachten diese größe aber wir trauern über seinen mißverstand weil wir auch selbst aus dieser verzerrung noch züge von menschheit herauslesen die ihn zu einem der unsrigen machen weil er auch bloß durch die übrig gebliebenen reste der menschheit elend ist je mehr uns aber dieses schreckhafte gemälde zurückstößt desto stärker werden wir von dem bilde sanfter humanität angezogen das sich in carlos in seines freundes und in der königin gestalt vor unsern augen verklärt und nun lieber freund übersehen sie das stück aus diesem neuen standort noch einmal was sie für überladung gehalten wird es jetzt vielleicht weniger sein in der einheit worüber wir uns jetzt verständigt haben werden sich alle einzelnen bestandteile desselben auflösen lassen ich könnte den angefangenen faden noch weiter fortführen aber es sei mir genug ihnen durch einige winke angedeutet zu haben worüber in dem stücke selbst die beste auskunft enthalten ist es ist möglich daß um die hauptidee des stückes herauszufinden mehr ruhiges nachdenken erfordert wird als sich mit der eilfertigkeit verträgt womit man gewohnt ist dergleichen schriften zu durchlaufen aber der zweck worauf der künstler gearbeitet hat muss sich ja am ende des kunstwerks erfüllt zeigen womit die tragödie beschlossen wird damit muss sie sich beschäftigt haben und nun höre man wie carlos von uns und seiner königin scheidet ich habe in einem langen schweren traum gelegen ich liebte jetzt bin ich erwacht vergessen sei das vergangne endlich seh ich ein es gibt ein höher wünschenswerter gut als dich besitzen hier sind ihre briefe zurück vernichten sie die meinen fürchten sie keine wallung mehr von mir es ist vorbei ein reiner feuer hat mein wesen geläutert einen leichenstein will ich ihm setzen wie noch keinem könige zuteil geworden über seiner asche blühe ein paradies königin so hab ich sie gewollt das war die große meinung seines todes zehnter brief ich bin weder illuminant noch maurer aber wenn beide verbrüderungen einen moralischen zweck miteinander gemein haben und wenn dieser zweck für die menschliche gesellschaft der wichtigste ist so muss er mit demjenigen den marquis posa sich vorsetzte wenigstens sehr nahe verwandt sein was jene durch eine geheime verbindung mehrerer durch die welt zerstreuter tätiger glieder zu bewirken suchen will der letztere vollständiger und kürzer durch ein einziges subjekt ausführen durch einen fürsten nämlich der anwartschaft hat den größten thron der welt zu besteigen und durch diesen erhabenen standpunkt zu einem solchen werke fähig gemacht wird in diesem einzigen subjekte macht er die ideenreiche empfindungsart herrschend woraus eine wohltätige wirkung als eine notwendige folge fließen muss vielen dürfte dieser gegenstand für die dramatische behandlung zu abstrakt und zu ernsthaft scheinen und wenn sie sich auf nichts als das gemälde einer leidenschaft gefaßt gemacht haben so hätte ich freilich ihre erwartung getäuscht aber es schien mir eines versuchs nicht ganz unwert wahrheiten die jedem der es gut mit seiner gattung meint die heiligsten sein müssen und die bis jetzt nur das eigentum der wissenschaften waren in das gebiet der schönen künste herüberzuziehen mit licht und wärme zu beseelen und als lebendig wirkende motive in das menschenherz gepflanzt in einem kraftvollen kampfe mit der leidenschaft zu zeigen hat sich der genius der tragödie für diese grenzenverletzung an mir gerochen so sind deswegen einige nicht ganz unwichtige ideen die hier niedergelegt sind für den redlichen finder nicht verloren den es vielleicht nicht unangenehm überraschen wird bemerkungen deren er sich aus seinem montesquieu erinnert in einem trauerspiel angewandt und bestätigt zu sehen briefe über don carlos von friedrich von schiller eilfter brief ehe ich mich auf immer von unserm freunde posa verabschiede noch ein paar worte über sein rätselhaftes benehmen gegen den prinzen und über seinen tod viele nämlich haben ihm vorgeworfen daß er der von der freiheit so hohe begriffe hegt und sie unaufhörlich im munde führt sich doch selbst einer despotischen willkür über seinen freund anmaße und daß er ihn blind wie einen unmündigen leite und ihn eben dadurch an den rand des untergangs führe womit sagen sie läßt es sich entschuldigen daß marquis posa anstatt dem prinzen gerade heraus das verhältnis zu entdecken worin er jetzt mit dem könige steht anstatt sich auf eine vernünftige art mit ihm über die nötigen maßregeln zu bereden und indem er ihn zum mitwisser seines planes macht auf einmal allen übereilungen vorzubeugen wozu unwissenheit mißtrauen furcht und unbesonnene hitze den prinzen sonst hinreißen könnten und auch wirklich nachher hingerissen haben daß er anstatt diesen so unschuldigen so natürlichen weg einzuschlagen lieber das äußerste gefahr läuft lieber diese so leicht zu verhütenden folgen erwartet und sie alsdann wenn sie wirklich eingetroffen durch ein mittel zu verbessern sucht das ebenso unglücklich ausschlagen kann als es brutal und unnatürlich ist nämlich durch die verhaftnehmung des prinzen er kannte das längsame herz seines freundes noch kürzlich ließ ihn der dichter eine probe der gewalt ablegen mit der er solches beherrschte zwei worte hätten ihm diesen widrigen behelf erspart warum nimmt er seine zuflucht zur intrige wo er durch ein gerades verfahren ungleich schneller und ungleich sicherer zum ziele würde gekommen sein weil dieses gewalttätige und fehlerhafte betragen des maltesers alle nachfolgende situationen und vorzüglich seine aufopferung herbeigeführt hat so setzte man ein wenig rasch voraus daß sich der dichter von diesem unbedeutenden gewinn habe hinreißen lassen der inneren wahrheit dieses charakters gewalt anzutun und den natürlichen lauf der handlung zu verlenken da dieses allerdings der bequemste und kürzeste weg war sich in dieses seltsame betragen des maltesers zu finden so suchte man in dem ganzen zusammenhang dieses charakters keinen nähern aufschluß mehr denn das wäre zu viel von einem kritiker verlangt mit seinem urteil bloß darum zurückzuhalten weil der schriftsteller übel dabei fährt aber einiges recht glaube ich mir doch auf diese billigkeit erworben zu haben weil in dem stücke mehr als einmal die glänzendere situation der wahrheit nachgesetzt worden ist unstreitig der charakter des marquis von posa hätte an schönheit und reinigkeit gewonnen wenn er durchaus gerader gehandelt hätte und über die unedeln hilfsmittel der intrige immer erhaben geblieben wäre auch gestehe ich dieser charakter ging mir nahe aber was ich für wahrheit hielt ging mir näher ich halte für wahrheit daß liebe zu einem wirklichen gegenstande und liebe zu einem ideal sich in ihren wirkungen ebenso ungleich sein müssen als sie in ihrem wesen von einander verschieden sind dass der uneigennützigste reinste und edelste mensch aus enthusiastischer anhänglichkeit an seine vorstellung von tugend und hervorzubringendem glück sehr oft ausgesetzt ist ebenso willkürlich mit den individuen zu schalten als nur immer der selbstsüchtigste despot weil der gegenstand von beider bestrebungen in ihnen nicht außer ihnen wohnt und weil jener der seine handlungen nach einem innern geistesbilde modelt mit der freiheit anderer beinahe ebenso im streit liegt als dieser dessen letztes ziel sein eigenes ich ist wahre größe des gemüts führt oft nicht weniger zu verletzungen fremder freiheit als der egoismus und die herrschsucht weil sie um der handlung nicht um des einzelnen subjekts willen handelt eben weil sie in steter hinsicht auf das ganze wirkt verschwindet nur allzu leicht das kleinere interesse des individuums in diesem weiten prospekte die tugend handelt groß um des gesetzes willen die schwärmerei um ihres ideales willen die liebe um des gegenstandes willen aus der ersten klasse wollen wir uns gesetzgeber richter könige aus der zweiten helden aber nur aus der dritten unsern freund erwählen diese erste verehren die zweite bewundern die dritte lieben wir carlos hat ursache gefunden es zu bereuen daß er diesen unterschied außer acht ließ und einen großen mann zu seinem busenfreund machte was geht die königin dich an liebst du die königin soll deine strenge tugend die kleinen sorgen meiner liebe fragen ach hier ist nichts verdammlich nichts nichts als meine rasende verblendung bis diesen tag nicht eingesehn zu haben daß du so groß als zärtlich bist geräuschlos ohne gehilfen in stiller größe zu wirken ist es marquis schwärmerei still wie die vorsicht für einen schlafenden sorgt will er seines freundes schicksal auflösen er will ihn retten wie ein gott und eben dadurch richtet er ihn zugrunde daß er zu sehr nach seinem ideal von tugend in die höhe und zu wenig auf seinen freund herunterblickte wurde beider verderben carlos verunglückte weil sein freund sich nicht begnügte ihn auf eine gemeine art zu erlösen und hier deucht mir treffe ich mit einer nicht unmerkwürdigen erfahrung aus der moralischen welt zusammen die keinem der sich nur einigermaßen zeit genommen hat um sich herumzuschauen oder dem gang seiner eignen empfindungen zuzusehen ganz fremd sein kann es ist diese daß die moralischen motive welche von einem zu erreichenden ideale von vortrefflichkeit hergenommen sind nicht natürlich im menschenherzen liegen und eben darum weil sie erst durch kunst in dasselbe hineingebracht worden nicht immer wohltätig wirken gar oft aber durch einen sehr menschlichen übergang einem schädlichen missbrauch ausgesetzt sind durch praktische gesetze nicht durch gekünstelte geburten der theoretischen vernunft soll der mensch bei seinem moralischen handeln geleitet werden schon allein dieses daß jedes solche moralische ideal oder kunstgebäude doch nie mehr ist als eine idee die gleich allen anderen ideen an dem eingeschränkten gesichtspunkt des individuums teilnimmt dem sie angehört und in ihrer anwendung also auch der allgemeinheit nicht fähig sein kann in welcher der mensch sie zu gebrauchen pflegt schon dieses allein sage ich müsste sie zu einem äußerst gefährlichen instrument in seinen händen machen aber noch weit gefährlicher wird sie durch die verbindung in die sie nur allzu schnell mit gewissen leidenschaften tritt die sich mehr oder weniger in allen menschenherzen finden herrschsucht meine ich eigendünkel und stolz die sie augenblicklich ergreifen und sich unzertrennbar mit ihr vermengen nennen sie mir lieber freund um aus unzähligen beispielen nur eines auszuwählen nennen sie mir den ordensstifter oder auch die ordensverbrüderung selbst die sich bei den reinsten zwecken und bei den edelsten trieben von willkürlichkeit in der anwendung von gewalttätigkeit gegen fremde freiheit von dem geiste der heimlichkeit und der herrschsucht immer rein erhalten hätte die bei durchsetzung eines von jeder unreinen beimischung auch noch so freien moralischen zweckes insofern sie sich nämlich diesen zweck als etwas für sich bestehendes denken und ihn in der lauterkeit erreichen wollten wie er sich ihrer vernunft dargestellt hatte nicht unvermerkt wären fortgerissen worden sich an fremder freiheit zu vergreifen die achtung gegen anderer rechte die ihnen sonst immer die heiligsten waren hintan zu setzen und nicht selten den willkürlichsten despotismus zu üben ohne den zweck selbst umgetauscht ohne in ihren motiven ein verderbnis erlitten zu haben ich erkläre mir diese erscheinung aus dem bedürfnis der beschränkten vernunft sich ihren weg abzukürzen ihr geschäft zu vereinfachen und individualitäten die sie zerstreuen und verwirren in allgemeinheiten zu verwandeln aus der allgemeinen hinneigung unsers gemüthes zur herrschbegierde oder dem bestreben alles wegzudrängen was das spiel unserer kräfte hindert ich wählte deswegen einen ganz wohlwollenden ganz über jede selbstsüchtige begierde erhabenen charakter ich gab ihm die höchste achtung für andere rechte ich gab ihm die hervorbringung eines allgemeinen freiheitsgenusses sogar zum zwecke und ich glaube mich auf keinen widerspruch mit der allgemeinen erfahrung zu befinden wenn ich ihn selbst auf dem wege dahin in despotismus verirren ließ es lag in meinem plan daß er sich in dieser schlinge verstricken sollte die allen gelegt ist die sich auf einerlei wege mit ihm befinden wieviel hätte mir es auch gekostet ihn wohlbehalten davon vorbeizubringen und dem leser der ihn lieb gewann den unvermischten genuß aller übrigen schönheiten seines charakters zu geben wenn ich es nicht für einen ungleich größeren gewinn gehalten hätte der menschlichen natur zur seite zu bleiben und eine nie genug zu beherzigende erfahrung durch sein beispiel zu bestätigen diese meine ich dass man sich in moralischen dingen nicht ohne gefahr von dem natürlichen praktischen gefühl entfernt um sich zu allgemeinen abstraktionen zu erheben dass sich der mensch weit sicherer den eingebungen seines herzens oder dem schnell gegenwärtigen und individuellen gefühle von recht und unrecht vertraut als der gefährlichen leitung universeller vernunftideen die er sich künstlich erschaffen hat denn nichts führt zum guten was nicht natürlich ist zwölfter brief es ist nur noch übrig ein paar worte über seine aufopferung zu sagen man hat es nämlich getadelt dass er sich mutwillig in einen gewaltsamen tod stürze den er hätte vermeiden können alles sagt man war ja noch nicht verloren warum hätte er nicht ebenso gut fliehen können als sein freund war er scharfer bewacht als dieser machte es ihm nicht selbst seine freundschaft für carlos zur pflicht sich diesem zu erhalten und konnte er ihm mit seinem leben nicht weit mehr nützen als wahrscheinlicherweise mit seinem tode selbst wenn alles seinem plane gemäß eingetroffen wäre konnte er nicht freilich was hätte der ruhige zuschauer nicht gekonnt und wie viel weiser und klüger würde dieser mit seinem leben gewirtschaftet haben schade nur daß sich der marquis weder dieser glücklichen kaltblütigkeit noch der muße zu erfreuen hatte die zu einer so vernünftigen berechnung notwendig war aber wird man sagen das gezwungene und sogar spitzfindige mittel zu welchem er seine zuflucht nimmt um zu sterben konnte sich ihm doch unmöglich aus freier hand und im ersten augenblicke anbieten warum hätte er das nachdenken und die zeit die es ihm kostete nicht ebenso gut anwenden können einen vernünftigen rettungsplan auszudenken oder lieber gleich denjenigen zu ergreifen der ihm so nahe lag der auch dem kurzsichtigsten leser zugleich ins auge springt wenn er nicht sterben wollte um gestorben zu sein oder wie einer meiner rezensenten sich ausdrückt wenn er nicht des märtyrertums wegen sterben wollte so ist es kaum zu begreifen wie sich ihm die so gesuchten mittel zum untergang früher als die weit natürlichern mittel zur rettung haben darbieten können es ist viel schein in diesem vorwurf und um so mehr ist es der mühe wert ihn auseinander zu setzen die auflösung ist diese erstlich gründet sich dieser einwurf auf die falsche und durch das vorhergehende genugsam widerlegte voraussetzung daß der marquis nur für seinen freund sterbe welches nicht wohl mehr statt haben kann nach dem bewiesen worden daß er nicht für ihn gelebt und daß es mit dieser freundschaft eine ganz andre bewandtnis habe er kann also nicht wohl sterben um den prinzen zu retten dazu dürften sich auch ihm selbst vermutlich noch andre und weniger gewalttätige auswege gezeigt haben als der tod er stirbt um für sein in des prinzen seele niedergelegtes ideal alles zu tun und zu geben was ein mensch für etwas tun und geben kann das ihm das teuerste ist um ihm auf die nachdrücklichste art die er in seiner gewalt hat zu zeigen wie sehr er an die wahrheit und schönheit dieses entwürfes glaube und wie wichtig ihm die erfüllung desselben sei er stirbt dafür warum mehrere große menschen für eine wahrheit starben die sie von vielen befolgt und beherzigt haben wollten um durch sein beispiel darzutun wie sehr sie es wert sei daß man alles für sie leide als der gesetzgeber von sparta sein werk vollendet sah und das orakel zu delphi den ausspruch getan hatte die republik würde blühen und dauern solange sie lykogos gesetze ehrte rief er das volk von sparta zusammen und forderte einen eid von ihm die neue verfassung so lange wenigstens unangefochten zu lassen bis er von einer reise die er eben vorhabe würde zurückgekehrt sein als ihm dieses durch einen feierlichen eid schwur angelobt worden verließ lykogos das gebiet von sparta hörte von diesem augenblick an auf speise zu nehmen und die republik harrte seiner rückkehr vergebens vor seinem tode verordnete er noch ausdrücklich seine asche selbst in das meer zu streuen damit auch kein atome seines wesens nach sparta zurückkehren und seine mitbürger auch nur mit einem schein von recht ihres eides entbinden möchte konnte lykogos im ernste geglaubt haben das latze dämonische volk durch diese spitzfindigkeit zu binden und seine staatsverfassung durch ein solches spielwerk zu sichern ist es auch nur denkbar dass ein so weiser mann für einen so romanhaften einfall ein leben sollte hingegeben haben das seinem vaterlande so wichtig war aber sehr denkbar und seiner würdig scheint es mir dass er es hingab um durch das große und außerordentliche dieses todes einen unauslöschlichen eindruck seiner selbst in das herz seiner spartaner zu graben und eine höhere ehrwürdigkeit über das werk auszugießen indem er den schöpfer desselben zu einem gegenstand der rührung und bewunderung machte zweitens kommt es hier wie man leicht einsieht nicht darauf an wie notwendig wie natürlich und wie nützlich diese auskunft in der tat war sondern wie sie demjenigen vorkam der sie zu ergreifen hatte und wie leicht oder schwer er darauf verfiel es ist also weit weniger die lage der dinge als die gemütsverfassung dessen auf den diese dinge wirken was hier in betrachtung kommen muss sind die ideen welche den marquis zu diesem helden entschluß führen ihm geläufig und bieten sie sich ihm leicht und mit lebhaftigkeit dar so ist der entschluß auch weder gesucht noch gezwungen sind diese ideen in seiner seele gar die vordringenden und herrschenden und stehen diejenigen dagegen im schatten die ihn auf einen gelindern ausweg führen konnten so ist der entschluß den er fast notwendig haben diejenigen empfindungen welche diesen entschluß bei jedem anderen bekämpfen würden wenig macht über ihn so kann ihm auch die ausführung desselben so gar viel nicht kosten und dies ist es was wir nun untersuchen müssen zuerst unter welchen umständen schreitet er zu diesem entschluß in der drangvollsten lage worin je ein mensch sich befunden wo schrecken zweifel unwille über sich selbst schmerz und verzweiflung zugleich seine seele bestürmen schrecken er sieht seinen freund im begriffe derjenigen person die er als dessen fürchterlichste feindin kennt ein geheimnis zu offenbaren woran sein leben hängt zweifel er weiß nicht ob dieses geheimnis heraus ist oder nicht weiß es die prinzessin so muß er gegen sie als eine mitwisserin verfahren weiß sie es noch nicht so kann ihn eine einzige silbe zum verräter zum mörder seines freundes machen unwille über sich selbst er allein hat durch seine unglückliche zurückhaltung den prinzen zu dieser übereilung hingerissen schmerz und verzweiflung er sieht seinen freund verloren er sieht in seinem freund alle hoffnungen verloren die er auf denselben gegründet hat verlassen von dem einzigen wirfst du der fürstin eboli dich in die arme unglücklicher in deines teufels arme denn diese war's die dich verriet ich sehe dich dahin eilen eine schlimme ahnung fliegt durch mein herz ich folge dir zu spät du liegst zu ihren füßen das geständnis floh über deine lippen schon für dich ist keine rettung mehr da wird es nacht vor meinen sinnen nichts 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 kein ausweg keine hilfe keine im ganzen umkreis der natur in diesem augenblicke nun wo so verschiedene gemütsbewegungen in seiner seele stürmen soll er aus dem stegreif ein rettungsmittel für seinen freund erdenken welches wird es sein er hat den richtigen gebrauch seiner urteilskraft verloren und mit diesem den faden der dinge den nur die ruhige vernunft zu verfolgen im stande ist er ist nicht mehr meister seiner gedankenreihe er ist also in die gewalt derjenigen ideen gegeben die das meiste licht und die größte geläufigkeit bei ihm erlangt haben und von welcher art sind nun diese wer entdeckt nicht in dem ganzen zusammenhang seines lebens wie er es hier in dem stücke vor unseren augen lebt daß seine ganze fantasie von bildern romantischer größe angefüllt und durchdrungen ist daß die helden des plutarch in seiner seele leben und daß sich also unter zwei auswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß zeigte uns nicht sein vorhergegangener auftritt mit dem könig was und wieviel dieser mensch für das was ihm wahr schön und vortrefflich dünkt zu wagen im stande sei was ist wiederum natürlicher als daß der unwille den er in diesem augenblick über sich selbst empfindet ihn unter denjenigen rettungsmitteln zuerst suchen läßt die ihm etwas kosten dass er es der gerechtigkeit gewissermaßen schuldig zu sein glaubt die rettung seines freundes auf seine unkosten zu bewirken weil seine unbesonnenheit es war die jenen in diese gefahr stürzte bringen sie dabei in betrachtung daß er nicht genug eilen kann sich aus diesem leidenden zustand zu reißen sich den freien genuß seines wesens und die herrschaft über seine empfindungen wieder zu verschaffen ein geist wie dieser aber werden sie mir eingestehen sucht in sich nicht außer sich hilfe und wenn der bloß kluge mensch sein erstes hätte sein lassen die lage in der er sich befindet von allen seiten zu prüfen bis er ihr endlich einen vorteil abgewonnen so ist es im gegenteil ganz im charakter des heldenmütigen schwärmers gegründet sich diesen weg zu verkürzen sich durch irgendeine außerordentliche tat durch eine augenblickliche erhöhung seines wesens bei sich selbst wieder in achtung zu setzen so wäre denn der entschluß des marquis gewissermaßen schon als ein heroisches palliativ erklärbar wodurch er sich einem augenblicklichen gefühl von dumpfheit und verzagung dem schrecklichsten zustand für einen solchen geist zu entreißen sucht setzen sie dann noch hinzu das schon seit seinem knabenalter schon von dem tage an da sich carlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften strafe darbot das verlangen ihm diese großmütige tat zu erstatten seine seele beunruhigte ihn gleich einer unbezahlten schuld marterte und das gewicht der vorhergehenden gründe in diesem augenblick also nicht wenig verstärken muss dass ihm diese erinnerung wirklich vorschwebt beweist eine stelle wo sie ihm unwillkürlich entwichte carlos dringt darauf dass er fliehen soll eh die folgen seiner keckentat eintreffen war ich auch so gewissenhaft carlos gibt er ihm zur antwort da du ein knabe für mich geblutet hast die königin von ihrem schmerz hingerissen beschuldigt ihn sogar daß er diesen entschluß längst schon mit sich herumgetragen sie stürzten sich in diese tat die sie erhaben nennen leugnen sie nur nicht ich kenne sie sie haben längst danach gedürstet endlich will ich ja den marquis von schwärmerei durchaus nicht freigesprochen haben schwärmerei und enthusiasmus berühren einander so nahe ihre unterscheidungslinie ist so fein dass sie im zustande leidenschaftlicher erhitzung nur allzu leicht überschritten werden kann und der marquis hat nur wenige augenblicke zu dieser wahl dieselbe stellung des gemüts worin er die tat beschließt ist auch dieselbe worin er den unwiderruflichen schritt zu ihrer ausführung tut es wird ihm nicht so gut seinen entschluß in einer andern seelenlage noch einmal anzuschauen ehe er ihn in erfüllung bringt wer weiß ob er ihn dann nicht anders gefasst hätte eine solche andere seelenlage zum beispiel ist die worin er von der königin geht ruft er aus das leben ist doch schön aber diese entdeckung macht er zu spät er hüllt sich in die größe seiner tat um keine reue darüber zu empfinden briefe über don carlos friedrich von schiller schiller